Kapitel 55 Ein Finale der anderen Art Die Sonne strahlte hoch am Himmel. Nicht eine Wolke verdeckte das endlose Blau. Crowning war gefüllt bis zum letzten Platz. Auch wenn niemand in den Zuschauer rein wusste, worum es an diesem Tag wahrlich gehen würde, wollten sie alle sehen, ob die amtierenden Champions wieder einmal ihren Titel halten könnten oder ob die vielversprechenden Newcomer Polana Vatras auch noch den letzten Schritt zur Perfektion vollenden könnten. Von der Oberliga sofort in die Königsliga und dort sofort Champions werden? Es wirkte unvorstellbar, dass so etwas überhaupt möglich sein könnte. Doch heute war der Tag, an dem es möglich war. Auch wenn Team Polana Vatra eher knapp eintraf. Machado war nämlich erst nicht aufzufinden gewesen, bis sich nach einiger Zeit herausstellte, dass er vermutet hatte, dass sich das Team bereits an der Arena treffen würde, während der Rest des Teams versucht hatte, ihn in Kiratown zu finden. Deswegen ging es recht hektisch zu, als Aurora einchecken wollte. Jedoch erwartete das Team bereits eine unerwartete Überraschung, als Aurora direkt an der Rezeption angesprochen wurde. Ihr seid Polana Vatra, ja? Eingecheckt seid ihr ja vorhin bereits. Was? Das Pokémon am Empfang blickte verwirrt dreien. Äh, ja. Ein Eiswollner mit einer Karte darauf, die auf Aurora registriert war. Fünf Pokémon hast du angemeldet. Eines musste deswegen rausfallen. Und wie soll das gehen? Unser Team hat nur fünf Mitglieder. Hört zu, ich mache nur meinen Job, ja? Und jetzt beeilt euch, euer Teamkollege wartet schon in der Kammer. Es geht gleich los. Panisch versuchte Aurora, die Situation zu richten. Kann ich nicht noch umregistrieren? Es muss ja eine Verwechslung vorliegen. Zehn Minuten vor Beginn? Völlig unmöglich. Und jetzt auf, sonst verpasst ihr euer Duell. Geschlagen begab sich das ganze Team zu den Kabinen. Sie mussten auch überprüfen, wem genau nun die Chance geraubt wurde, an diesem Finale teilzunehmen. Und wer zur Hölle in der Kammer warten würde? Schnell scannte Aurora ihre Karte und die Tür öffnete sich. Kaum blickte sie hinein, schlug sie das schwere Holzgebilde jedoch wieder zu. Was ist los, Aurora? Nein, wir können das nicht ausspielen. Irgendwie müssen wir das noch ändern können. Ängstlich und verwirrt spähte auch nun Kel durch die Tür und erkannte das große Problem. Wortwörtlich groß. Bewegt euch, hier soll gleich ein großes Duell beginnen. Endynalos, verpiss dich sofort aus unserer Kabine, sonst bekommst du Probleme mit uns. Genervt streckte sich der Risikodrache. Jetzt fangt nicht so an, ich will auch nicht hier sein. Aber ich bin für euer Team eingetragen und Epsilon will, dass ich euch beim Gewinnen helfe. Also bin ich jetzt statt Monagoras hier. Eine laute Stimme ertönte oberhalb der Kabine. Die Kämpfer Polanavatras finden sich bitte auf dem Feld ein. Gehetzt und demotiviert forderte Aurora. Dann los, meinetwegen auch du Endynalos, wir reden gleich weiter. Mit dem Aufzug, in Endynalos Fall selbst geschaffen, fand sich das Team so schnell ihren Rivalen gegenüber. Team Nordica trat offensichtlich ohne Latios an. Der weit abseits auf einer Bank schwebte, offensichtlich auch dazu gedacht, das Duell heute zu kommentieren und zu richten. Beim Auftritt Polanavatras warf Elementara einen verächtlichen Blick auf das Team. Habt ihr euch gestern nicht wegen Darkrai beschwert? Und heute taucht hier mit Endynalos auf, als wäre es nichts, sodass irgendein dummer Rachefeldzug werden. Bitte fragt mich nicht Elementara aus, unserem Team hat ihn definitiv keiner eingetragen. Von dem her, was er sagt, will Epsilon uns damit wohl ihren Segen für heute geben. Elementara wirkte nicht sonderlich überzeugt, aber gleichzeitig interessierte es sie auch nur bedingt. Stattdessen griff sie nach dem Mikrofon, welches neben ihr auf dem Boden lag. Also dann, meine lieben Mitkämpfer und Mit-Pokémon. Der große Tag ist wieder einmal gekommen. Das Champion-Duell. Die heutigen Herausforderer sind die Newcomer des Team Polanavatra. Ihre Leiter Aurora und Kel, Seraora, Maschero und ihr heutiger Spezialkämpfer Endynalos. Sie treten gegen die amtierenden Champions des Team Nordica. Heute bestehend aus Darkrai, Floink, Karimani, Latias und natürlich mir, Elementara als Leiterin des Teams, an. Wer zuerst je zwei Punkte in zwei Runden ergattern kann, siegt. Mögen die Besseren gewinnen. Nachdem sie das Mikrofon ausgeschaltet hatte, wandte sie sich noch einmal an Aurora. Und das werden wir sein. Team, macht euch bereit, es geht los. Wieder war das gesamte Team Polanavatra unten in der Kabine versammelt. Jedoch waren sie noch nicht ganz für den Kampf bereit. Vorher gab es noch Wichtiges zu bereden. Mit ihrem neuesten Teammitglied. Endynalos, was soll diese Scheiße? Sabotieren Epsilon ist es jetzt sogar in diesem Kampf noch? Sabotieren? Wodurch werdet ihr denn sabotiert? Dadurch, dass ihr einen der stärksten Ringkämpfer der Welt in eurem Team habt. Kel wirkt ihn nicht sonderlich von dieser Arroganz überzeugt. An der der stärksten Ringkämpfer der Welt? Du hast ja so viel Erfahrung nicht. Brauche ich die? Versuche einmal mich im Ring zu verschieben, Akani. Das Argument war simpel und doch effektiv. Und er hatte schon recht. Wie genau besiegte man ein Pokémon wie Endynalos im Ringkampf, das zu schwer war, als dass man ihn verschieben könnte? Und weshalb sollte Epsilon uns helfen wollen? Diese Antwort übernahm Endynalos nicht einmal selbst, sondern Epsilons ehemaliger Untergebener. Ich habe es dir bei den ersten Erzählungen über die Plot-Armor erklärt, Aurora. Epsilons liegt etwas daran, dass du sie gewinnst. Denn nur so kann ein wahres Finale entstehen. Als nach den Vorstellungen des Plots. Ach, aber sonst versucht sie uns ganz ohne Kampf umzubringen. Ich hoffe, das muss ich nicht verstehen, aber nun gut, wer fängt an? Polana Watra gegen Nordica. Runde 1. Zwei Siege in einem Match entsprachen einem Punkt. Zwei Punkte waren der Sieg. Es war dasselbe Format, in welchem Auroras Team bereits Team Slash in der Relegation begegnet war. Und auch ein identisches Ergebnis wünschte sich Aurora. Aber sie wusste genauso wie ihr Team, dass dies wohl nichts werden würde. Marcello stand als Erster im Feld, im Duell gegen Floink. Nun war Team Polana Watras Leiterin wirklich gespannt. Oft hatte sie von den berüchtigsten Erstentwicklungen der Liga gehört. Doch nun würde sie eigentlich sehen, wie ein scheinbar schwaches Pokémon, wie Kani Marni oder Floink es auf das Level der Champions bringen konnte. Der Kampf begann schnell, aber extrem und vor allem völlig unerwartet. Kaum erklang das Startsignal, schien Floink sich sofort zu verändern. Dunkler Rauch umgab ihn, sein Orange wandelte sich zu Rot. Und als wäre der Fiebertraum nicht schon real genug, begann er auf einmal zu schweben. Auch auf dem Feld selber, bei Marcello, herrschte Verwirrung, bis Floink auf einmal hinter ihm stand und finstere Flammen abließ. Was zur Hölle, das macht keinen Sinn. Sinn schränkt im Kampf nur unnötig ein. Also los, kämpf! Gerade erhob Marcello sich wieder, da musste er bereits einer Flammsäule aus dem Weg springen, die aus dem Boden geschossen kam. Und das nicht nur an einer Stelle im Ring. Irgendwie musste Marcello es schaffen, selber in die Offensive zu gelangen. Und was war dafür besser als Defensive? Sofort verschwand er in den Schatten, um am anderen Ende des Ringes wieder zu erscheinen. Ohne zu zögern, feuerte er sofort eine Aurasphäre ab. Jedoch erblickte er direkt nach dem Abschluss seinen Gegner bereits nirgendwo mehr. Falsche Richtung, Kumpel! Bevor er reagieren konnte, stand Marcello erneut in Flammen. Was auch immer hier geschah, es hatte nichts mit den Fähigkeiten eines normalen Pokémon zu tun. Soll ich dir noch was verraten, Marcello? Dein Doppelteam ist wirklich eine starke Waffe, nahezu ein Siegesgarant. Du begeisterst damit wirklich einige allerdings. Panisch drehte Marcello sich um, als er die Stimme Floings erneut schwinden hörte. Kurz darauf ertönte sie jedoch wieder. Diesmal links von ihm. Und rechts. Und von hinten. Bist du nicht der Einzige mit dieser Idee? Zehn Floings umgaben nun den Schatten, welcher immer noch nicht verarbeiten konnte, was hier geschah. Jedoch merkte er es spätestens, als Spukbälle auf ihn einschlugen. Von jeder Seite. Unabzählbar. Jeder einzelne davon. Ein Angriff. Eine laute Stimme ertönte, wie sich herausstellte Latios, der die Moderation nun wirklich an sich genommen hatte. Der erste Kampf endet. Team Lodica geht in Führung. Eine kritische erste Runde. Doch niemand in Team Polana Vatra war bereit aufzugeben. Lass mich das übernehmen. Dann gewinnt ihr diese Runde noch. Aurora wollte dieses Duell gewinnen. Diesen Schicksalskampf. Und doch... Doch hatte sie Prinzipien, denen sie sich nicht völlig widersetzen wollte. Nein, das ist nicht dein Kampf. Seraora, du gehst rein. Nach Florn könnte Kani Marni folgen. Auroras Tipp war logisch durchdacht und gut. Aber leider nicht korrekt. Allerdings war auch gegen Darkrai Seraora keine zu schlechte Wahl. Darkrai gehörte tatsächlich zu den geschätzt 5 Pokémon der Liga, die kein Erdbeben nutzten. Somit war seine Ausrüstung gegen Elektro-Typen mangelhaft. Seraora hingegen beherrschte eine Handvoll Kampfattacken. Der Agilität der beiden Kontrahenten entsprechend schnell, begann das Duell auch, sofort im Nahkampf mit schnellen Hieben beiderseits. Darkrai wirkte deutlich begabter, was das grundlegende Ausweichen anging. Was für ein Schatten aber auch nicht allzu schwer war. Er entging den Hieben wie Rauch, während Seraora diese Fähigkeit nicht hatte. Einzelne Hiebe trafen zwar auch Darkrai, doch gerade die Kampfangriffe schafften dies nicht, weshalb der Schaden sich in Grenzen hielt. Nach einer Weile bemerkte Seraora erst, dass seine Angriffe wirklich völlig wirkungslos blieben und Darkrays Hiebe aus zufälligen Richtungen zu kommen schien. Erst jetzt bemerkte er, dass auch Darkrai Doppelteam beherrschte, was der Rest des Teams zwar schon gewusst hatte, abzüglich Monagoras. Seraora hatte jedoch keiner informiert. Es war auch nicht so stark wie Floings oder Marshadows Doppelteam, aber das klassische Täuschungsspiel, welches Aurora und Kel schon kannten. Und auch hier war es nur eine Frage der Zeit. Match 1 geht an Team Nordica. Macht euch bereit für die vielleicht entscheidenden Kämpfe. 0 zu 2 in Runde 1. Die Gegner wirkten völlig übermächtig. Es konnte doch nicht so schnell vorbei sein, oder? Nicht so. Nicht nach all den Anstrengungen. Endünnerlos, ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich sage, aber... Zeig, was du kannst. Ein Kampf der Giganten entflammte sich sofort oben auf dem Feld. Endünnerlos gegen Elementara. Ein Duell der Extraklasse. Elementara war agiler und strategischer. Das war keine Frage. Doch der reine Faktor des Ringes verschob die Karten deutlich. Denn wie sollte Elementara ihren Gegner bewegen? Er feuerte einfach seine Angriffe ab, hin und wieder noch Orbs und auf die Dauer konnte Elementara schlicht nicht gewinnen. Team Polana Vatra bekam ihren ersten Punkt. Und doch, auch die Zuschauer waren verstummt. Niemand wollte einen derartigen Sieg akzeptieren. Was konnte man tun? Endünnerlos war vorher eingetragen worden und kämpfte mit normalen Mitteln. Theoretisch konnte man ihn ja auch besiegen, wenn man ihn dann K.O. schlug. Somit begann Runde 2 des zweiten Matches. Kel gegen Latias. Der erste Kampf, der tatsächlich nicht zu ungleich wirkte. Latias versuchte völlig auf Distanz zu gehen. Kel jedoch stürmte aggressiv in die Schlacht. Wobei beide Kämpfer ziemlich abwechselnd Erfolg mit ihren Taktiken hatten. Jetzt schon war klar. Wer zuerst im Risikobereich landen würde, würde verlieren. Und ein Sieg für Kel wäre unsagbar wichtig. Einerseits würde es den Ausgleich bedeuten. Andererseits wäre es der erste Punkt für Team Polana Vatra, der sich nun auch tatsächlich verdient anfühlte. Und auf diesen Punkt musste Aurora nur noch warten. Und das nicht für eine sonderlich kurze Zeit, wie sie schnell feststellte, als Latias einen von Kells Felsen mit ihren mentalen Kräften zurückwarf und das Akani kritisch traf. Ausgleich in Match 2. Wenn Team Nordica nun gewinnt, ist es vorbei. Vorbei? Und die Plot-Armor? Der Kampf gegen Epsilon. Aurora wollte eigentlich nicht so gewinnen. Aber war es letztlich nicht Elementaras eigene Schuld. Sie hatte die Rüstung nicht abgeben wollen. Sie hatte sich Darkrai ins Boot geholt. Sie stand als Einzige zwischen Aurora und Epsilon. Als Einzige zwischen Aurora und dem Ende des Krieges. Endynalos, komm mit! Wir machen das! Endynalos und Aurora. Ein Team, welches sich zweiterin nie erträumen hätte können. Ihre Gegner in diesem vielleicht entscheidenden Duell waren Karnimani und Floink, das Vorstufen-Duo. Aurora, kümmere dich mit Blizzard um die anderen Floinks. Den Rest übernehme ich. Diesen Befehl nahm Team Polanavatras Leiterin sich noch mehr zu herzen, als es Endynalos selbst angedacht hatte. Sofort schickte sie an Blizzard los, welcher Floink in frühen Bemühungen des Doppelteams stoppte und in einer Glückssträhne Karnimani eingefroren zurückließ. Somit musste Aurora diesen nur aus dem Ring schieben, bevor ein völlig ungleiches 2 gegen 1 entscheidend wurde. Und hierbei gab es keine Fragen mehr. Team Polanavatra gleicht aus. 1 zu 1. Das nächste Match entscheidet alles. Wer wird Champion? Das amtierende Team Nordica oder Team Polanavatra? Kapitel 56 Es ist Showtime. Eine letzte Runde. Zwei Kämpfe entschieden über das Schicksal der Plot-Armor. Und so sehr es Aurora schmerzte. Endynalos war in diesem Fall wahrlich ein Geschenk Epsilons. Übrigens Endynalos, wenn du hier im Namen Epsilons für uns kämpfst, was soll der Macht Darkrai denn eigentlich? Ist das nicht kontraproduktiv für euch? Blitzmerker! Dieser Idiot macht was er will. In der Plot-Elite ist man immer nur von Versagern umgeben. Es folgte ein durchdringender Blick auf Marshadow, der jedoch nicht reagierte. Also dann, Endynalos macht deinen Job. Jedes Mal, wenn dieser Drache das Feld betrat, spürte Aurora ein schlechtes Gewissen. Sie versuchte selber es zu rechtfertigen durch die Plot-Armor und Elementaras Weigerung. Aber das schaffte sie nicht einmal vor sich selber wirklich. Die Mengen verstummten, kaum erblickten sie den Drachen. Aus den strahlenden Newcomern Polana Vatras wurden in diesen Minuten ein Haufen Versager, die sich mit Epsilons engsten Betreuer verbündeten, um sich einen unverdienten Sieg zu erschummeln. Offensichtlich hatten ihre Gegner dieses Mal auch bereits mit dem Anti-Visionär gerechnet, da Latias das Feld betrat. Als Einzige konnte sie dieses Monster effektiv treffen und effektiv getroffen werden, sowie ein weiteres Mal völlig wirkungslos erscheinen, da der massive Drache sich kein Stück rührte. Team Polana Vatra geht in Führung. Ein einziger Kampf und sie sind die neuen Champions. Kel gegen Kanimani. Dieses Duell könnte die Entscheidung bringen. Oder es könnte ähnlich verlaufen wie die Schlacht zwischen Kel und Amigento. Zudem hatte dank des schnellen und glücklichen Aus im 2 gegen 2 immer noch niemand aus Team Polana Vatra eine Ahnung, was genau Kanimani nun zu einem derart starken Kämpfer machen sollte. Doch direkt zu Beginn zeigte er, er wollte Flöng in nichts nachstehen. Auch er wurde umgeben von einer Aura, diese jedoch hell wie Licht. Auch Kanimanis Augen wurden zu gelben Kreisen. Als er sofort eine Regenschauer herbeirief. Man könnte glauben, dass es eine schreckliche Grundlage für Kel wäre. Doch gerade für diese Situation? Gerade hierfür hatte er Stromstoß. Er hatte nämlich gelernt, dass die Leitfähigkeit des Regens und Stromstoß eine besondere Wirkung ergaben. Und durch die anhaltende Statik ein Funken reichte, um den gesamten Einflussbereich des Regentanzes zu einer elektrischen Todeszone zu machen. Zwar schadete Kel dies, doch bestimmt nicht mehr als einem Kanimani. In Sekundenbruchteilen durchzuckten Blitze den Ring. Es war ein Anblick, einzigartig wie schrecklich. Auch Kel spürte all die Stromstöße durch seine Adern zucken. Doch er versuchte standhaft zu bleiben. Ein Blick nach vorne jedoch zeigte ihm, Kanimani stand inmitten des neuen Gewitters, völlig regungslos. Seine Augen blickten Kel direkt an, als wollten sie sagen, du hast mich unterschätzt. Bevor das Akani überhaupt reagieren konnte, spürte er den Aufprall einer heftigen Hydro-Pumpe. Ein weiterer Ausgleich. 1 zu 1 im dritten Match des Champion-Duells. Ein letztes 2 gegen 2 wird um den Titel entscheiden. Etwas durchnässt, aber sonst gesund kam Kel wieder in der Kabine an. Für eine letzte Besprechung. Ein Kampf, mehr nicht. Das war's. Jeder Schritt konnte nun entscheiden. Ob im Kampf selber oder davor. Und Aurora hatte genug gesehen. All die Gesichter in den Reihen, die sofort verblassten, wenn ein Dynalos das Feld betrat. Die Stille, der Ruf ihres Teams. Sie wollte ihren Traum erfüllen, doch genau das war der Punkt. Sie wollte ihren Traum erfüllen. Und nicht jemand anderes. Also, hier endet es. End Dynalos. Der Drache öffnete sich bereits wieder ein Portal. Grüß Epsilon von mir. Deine Hilfe wird nicht mehr benötigt. Selbst ihr eigenes Team schien nicht zu verstehen, wie auf einmal diese Entscheidung gefallen war. Ohlange hat es am Anfang der Saison bereits bewiesen. Die Liga ist trotz allem ein Sport. Und lieber bin ich eine gute Verliererin als eine schlechte Gewinnerin. Also geh. Kel, wir werden es mit dem Duo beenden, welches dieses Team begonnen hat. Überraschung, aber auch Freude beinhaltete Kells Blick. Äh. Ja. Lass es uns beenden. Der abgewiesene Eindringling selber wirkte weder angegriffen noch frustriert, sondern eher locker. Wenn ihr untergehen wollt, dann gut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch mit dieser Entscheidung einlasst. Aber stoppen kann ich euch nicht. Langsam fuhr der Fahrstuhl nach oben. Trotz ihres guten Freundes an der Seite spürte Aurora ihr Herz klopfen. Sie hat ihr Team gerade vielleicht in eine sichere Niederlage geschickt. War es das wirklich wert? Doch kaum hatte die Plattform die Spitze erreicht, bekam sie die Antwort, welche sie brauchte. Zum ersten Mal seit Ende des ersten Matches tobte die Menge. Die Pokémon wurden laut, denn sie wussten, sie würden ein würdiges Finale bekommen. Auch Elementara, die neben Darkrai auf ihrer Seite stand, wirkte überrascht. Endino ist es nicht dabei? Lasst euch keinen sicheren Sieg schenken? Nein, das werden wir nicht Elementara. Ich kann dieses Duell nicht so enden lassen. Entweder verlieren wir als Polanavatra oder wir gewinnen als Polanavatra. Aber ich würde mir nie verzeihen, wenn ich meinen großen Traum erfülle, alleine durch meinen Feind. Zum ersten Mal seit Wochen erblickte Aurora in den Augen Elementaras die Freundlichkeit und Offenheit, welche sie einst kennenlernte. Na dann, ich habe es euch früher oft gesagt, dass ich eines Tages euch gegenüber diesem Finale stehen will. Und heute ist es soweit. Kel, Aurora, Team Polanavatra. Dies war es, was Aurora sich erträumt hatte. An der Seite eines Freundes im großen Finale des Champion-Duells. Kel und sie waren der Anfang Polanavatras. Und würden sie heute zum Titel führen. Sie wusste es einfach. Und somit begann der Kampf. Sofort versuchte Darkrai sich an seiner Taktik, mit welcher er bereits auf dem Eisberg große Probleme verursacht hatte. Sein bekanntes Doppelteam. Allerdings hatte Aurora bereits gegen Freund gezeigt. Nach diesem ersten Duell gegen Darkrai hatte sie sich Blizzard angeeignet. Somit schwanden all die Kopien sofort und auch der echte wurde verwundet. Elementara tat in der Zwischenzeit bereits, was sie sich vor einer Weile von Aurora abgeschaut hatte. Mondgewalt anladen. Kel nutzte die Zeit erneut, um das Feld zu formen. Und Aurora Schutz zu geben, sodass sie ihre Hagel-Aurora-Schleier-Kombination auspacken konnte. Darkrai ging nun in eine direkte Offensive gegen Kel über. Eine Taktik, die für dieses Duell nahelag. Denn Aurora wusste. Elementara und er würden beide ungern sehen, dass ein Duell von Fee gegen Unlicht entstand. Anders als Aurora, die dies gerne herbeiführen würde. Auch sie lud eine Mondgewalt an. Rechnete jedoch nicht mit Elementara, die ihre eigene nutzte. Es war gegen ein fehlend Pokémon nicht stark. Doch es brachte das wohl nur auf einer der Steinsäulen ins Wanken und zum Stürzen. Was Darkrai sofort abfing und mehrere schnelle Hiebe landete, bevor Kel dazwischen kam. Und dann kam noch Elementara und traf mit einem Eisenschädel. So schnell war Aurora schon am Ende. Sie spürte ihre Wunden, die erst schwinden würden, sobald sie diesen Ring verließ. Und sie wusste, in diesem Kampf konnte sie nichts mehr ausrichten. Dafür war sie zu schwach. Kel, du machst das, ja? Mit ihrer eigenen Eissäule nutzte Aurora ihre letzte Chance, in diesem Duell etwas auszurichten. Denn anstatt wie sonst ihre Gegner hin vor Ort zu fegen, nutzte sie diese überraschend und wurde selber zu ihrem eigenen Geschoss. Elementara, die Aurora schon abgehakt hatte, sah diesen Kamikaze-Angriff nicht kommen. Darkrai schon. Schnell schubste er seine Teamleiterin zur Seite, sodass Aurora direkt mit ihm kollidierte. Und beide Pokémon rollten gleichzeitig aus dem Ring. Kel, hol uns das Ding! Kel selber stand parplex im Ring und verstand genau wie Elementara nicht, was genau geschehen war. Aurora hatte nicht mehr kämpfen können. Also hatte sie mit einem letzten Versuch erreicht, dass sie Darkrai mitnehmen konnte. Ein 1 gegen 1 mit Elementara. Dieser Anblick brachte Erinnerungen zurück. Einmal hatte es dieses Duell bereits gegeben. Oder auch nicht, je nachdem, was genau das schlechte Ende nun war. So viele Dinge hatte dieses Ereignis ihm erzählt. Es hatte Auroras Leben gerettet. Und ihm eine Schwäche gezeigt. Die geheime Schwäche. Nun endlich fiel es Kel wieder ein. Stahl. Elementaras einzige Schwäche. Und nahezu niemand kannte sie. Und Elementara wusste nicht, dass Kel dies tat. Beide verbleibenden Kämpfer bewegten sich vorsichtig durch den Ring. Den Gegner immer im Auge. Niemand wollte den ersten Zug machen, aus Angst vor einem Konterangriff. Ein Treffer. Ein einziger. Es würde reichen. Dies war Kells großer Moment. Er musste nur mit Eisenschädel treffen. Und die Plot-Amor wäre sein. Er hätte den Traum erfüllt. Es war seine Sternstunde. Sein größter Moment. Er würde endlich auch sich selbst beweisen, dass er Großes bewirken konnte. Und so entschied er sich. Er würde den ersten Schritt machen. Blitzschnell schoss er nach vorne und sah Elementara zucken. Das war der Moment. Sofort kreierte er vor sich selber einen Felsen, den er nutzte, um aus voller Geschwindigkeit sich selbst abzubremsen, wie er es sonst nicht könnte. Er würde den Konterangriff auskontern. Sofort bereitete er einen Eisenschädel vor und brach durch den Felsen, hinter welchem Elementara wartete, um den finalen Stoß zu setzen. All seine Kraft, alle Wucht lag in diesem Angriff. Und der Fels zerbarst augenblicklich. Durch all den Staub dauerte es einen Moment, bis Kel nach seinem eigenen Angriff wieder die Orientierung gewann. War der Kampf zu Ende? Hatte er es geschafft? Lautes Murmenden durchdrang die Massen und er entdeckte seine Gegnerin. Regungslos lag sie im Risikobereich. Er hatte getroffen. Schnell rannte er auf die Gefallene zu, als ihm auffiel, dass er nicht genau genug hingesehen hatte. Elementara lag regungslos im Risikobereich. Ohne einen einzigen Kratzer. Allerdings fiel Kel diese Ungereimtheit erst auf, als eine Steinsäule sich unter ihm emporhob, während er vollen Schwung genommen hatte. Nach einem lauten Knall bei seinem Aufprall blickte Kel sich verwirrt um. Er hatte den Ring verlassen. Elementara stand im Risikobereich, erschöpft, aber siegreich. Der Rest des Team Polanavatra traf soeben auch mit dem Fahrstuhl ein, als Elementara Kel eine Pfote reichte. Komm, steh auf. Guter Kampf, ihr beiden. Kurz zögerte das Akani, doch im Angesicht der tobenden Massen und dieser Geste der Freundschaft durchfuhr ihn ein warmes Gefühl. Danken nahm er die Hilfestellung an und erhob sich wieder. Guter Kampf, Elementara. Ihr seid uns immer noch über. Sie nickte bloß kurz. Lass uns gleich weiterreden. Ich werde schnell das Mikrofon holen. Hastig machte sie sich auf, wobei Darkrai ihr unschlüssig folgte. Das Team Polanavatra blieb alleine im Ring zurück. Mit Massen um sie herum, die sie umjubelten. Aurora hatte recht. Es fühlte sich gut an, ein guter Verlierer zu sein. So viel besser als ein schlechter Gewinner. Letztlich war es doch noch ein guter Kampf gewesen. Guter Kampf, guter Kampf, niemals. Nein, eine Schande war es für alle Pokémon. Aurora, wie kannst du so sein? Wie? Die Sonne schwand hinter einem Strudel der finstersten Wolken. Wie ein Tornado im Himmel sammelten sie sich und nahmen dem Ring das meiste Licht. Im Zentrum des Tornados schwebte eine Figur aus der Ferne klein und nahezu unerkennbar. Eine blaue Gestalt mit Schwert und Umhang. Epsilon. Es ist eine Beleidigung an alle Pokémon. An mich, an den Plot. Wie viele Chancen muss ich dir geben, Aurora? Sag es mir. So oft will der Plot dich weisen, dir den richtigen Weg zeigen und jedes einzelne Mal lehnst du seine Hilfe ab. Der Plot rettete dich vor Armagaga. Du machtest weiter, als wäre nichts gewesen. Du starbst auf dem Eisberg aus reiner Sturheit. Doch der Plot brauchte dich noch. Ich habe dir deinen Traum geschenkt. Alles, von dem du je geträumt hast. Ich habe euch den Sieg gegen Olanga geschenkt. Ihr lehntet ihn ab. Ich habe euch den Champion-Titel geschenkt. Den letzten Teil der Plot-Armor. Und was tust du? Ich halte dir die Hand hin. Unzählige Male. Und du spuckst drauf. Alles habe ich gegeben, damit der Plot sein großes Finale haben kann. Es sollte ein Gemetzel werden. Kel in seiner Rüstung. Und du gegen mich und die Plot-Elite. Ein Kampf um Leben und Tod. Ein Duell auf Augenhöhe. Aber weißt du was? Ein Blitz schlug direkt vor Aurora ein. Zwischen dem Rasen und dem Zuschauerbereich entstand eine Art Kuppel, die das gesamte Team einschloss. Zusammen mit Epsilon. Es reicht mir. Verdammt nochmal. Ich war bereit, dir eine zweite Chance zu geben. Und eine dritte. Und eine vierte. Und jedes Mal. Jedes verschissene Mal. Hast du einfach deinen Scheiß weitergemacht. Es ist mir egal, was der Plot für ein Finale will. Ich habe genug gewartet. Und ich werde nicht länger warten. Hier und jetzt. Aurora. Nach all den Jahren, die ich auf diesen Moment warte. Es ist Showtime. Kapitel 57 Showdown gegen die Plot-Kaiserin Es ist Showtime. Es ist Showtime. Und zeigt auf ihren ehemaligen Teampartner. Nenne mich nicht so, Roak. Und für wen hältst du mich? Den schlechten Superschurken eines Romanes? Ich bin eine Heldin, Seraora. Ob ihr alle es akzeptiert oder nicht. Ich meine es, wie ich es sage. Fünf gegen eins. Ich bevorzuge fünf gegen vier. Und ihr dürft zu viert sein. Kel, du kämpfst mit mir. Bitte was? Das Akani selber wusste nicht, ob diese Ansage eine Verlade sein sollte. Oder ob Epsilon tatsächlich irgendwie glaubte, dass er sich ihr freiwillig anschließen würde. Das war keine Bitte. Ein weiterer finsterer Blitz schlug ein. Dieser direkt in Kells ungeschützten Nacken. Kel, was? So oft habe ich versucht, dir ein Geschenk zu machen. Eigentlich sollte das Hündchen dir in der Schlacht gegen mich helfen. Aber nein, du musst es ja wieder und wieder ablehnen. Du verdienst meine Gaben nicht. Deswegen wird dieser Kerl heute auf meiner Seite stehen. Außerdem, aus ihrem Arm entwich wieder schwarzer Rauch. Jene Schattengestalten, welche Aurora bereits im Relegationskampf bekämpft hatte, erschienen erneut. Tag X ist angebrochen. Am Ende des heutigen Tages wird es nur noch eine Plotkriegerin geben. Der Krieg wird endlich enden. Und die siegreiche Kriegerin wird ihre Ideale in die Welt einwirken lassen. Und nach all deinen Sünden der schier endlosen Vergebung. Heute endet deine Reise, Plotkriegerin Aurora. Es gibt nur eine Kaiserin. Die wahre Plotkaiserin Epsilon. Ein letzter Blitzeinschlag. Mitten in die Schwertfeder gab den Startschuss für das Finale. Lila Funken durchsturmen das Feld von Auroras Freund, als seine Augen zu verblassen schien. Die Plot-Amor war vollkommen nutzlos in einer Lage wie dieser, nun wo sie nicht vollständig war. Ruhig und ausdruckslos blickte Kel sich nun in den Reihen seiner eigenen Freunde um. Los Mensch! Kämpfe! Schon diese simplen Worte Epsilons lösten eine Veränderung im Willen des Arcani aus. Er stieß ein lautes Brüllen aus, als die Flammen begannen ihn zu umgeben. Und auch er stürzte sich nun in die Schlacht. An der Seite der schattigen Elite. In einer Lage, in der Aurora kurz vor dem Aufgeben stand, vermittelte Seraora Enthusiasmus und Hoffnung. Die Motivation, die Aurora nun brauchte. Monagoras, wenn du es irgendwie schaffst, dann hol uns Kel zurück. Los! Sekunden nach ihrer Ansprache sprangen sie zur Seite. Um so einem Blitz zu entgehen, der den Rasen dort versenkte, wo sie eben noch gestanden hatte. Oder eher den Boden. Die gesamte Landschaft hatte sich inzwischen zu einem seltsamen, surrealen Ort verändert. Der Boden war schneeweiß. Die Kuppel um das Feld herum pechschwarz. Außerhalb war nichts zu erkennen. Oh nein, Aurora! Du kämpfst gegen mich! Es war eine schnelle Planänderung. Doch niemals würde Aurora das ablehnen. Ohne weitere Worte sprang sie auf Epsilon los, die den Hieb sofort mit ihrem Schwert abblockte. Gerade wollte Polanavatras Plottkriegerin weiter angreifen, als Flammen sie versenkten. Denkst du wirklich, ich lasse dich hier in ein Eins gegen Eins verwickeln? Nein, du wolltest dein Zwei gegen Eins nicht. Deswegen darfst du jetzt gegen Kel kämpfen, anstatt mit ihm. Vor Epsilons schwebendem Körper stand nun ein stromdurchströmtes Arcani ohne eigenen Willen. Dies war Auroras Finale. Am Abend zuvor hatten sie sich versprochen, diesen Kampf Seite an Seite zu bestehen. Doch nun war Kel genau, was er selber gefürchtet hatte. Und doch, zum Umdrehen war es zu spät. Aber zum Aufgeben zu früh. Meinetwegen, Epsilon, du willst dein Finale. Du denkst, dass du meine eigenen Freunde als Waffe gegen mich verwenden kannst. Am Ende wird immer das Gute gewinnen. Ich weiß. Also hör auf zu reden. Und sterb. Sofort kreierte Aurora sich ihre Kampfgrundlage, Hagel und Aurora Schleier. Ohne dies hätte sie keine Chance, von vornherein nicht. Auch erkannte sie sofort, sie würde Epsilon nicht schaden können, solange Kel noch im Weg stand. Also lag es an ihr, ihn zurückzuholen. Der Mond schien hell in der ewigen Schwärze dieses finalen Kampffeldes. Auroras Mond, welcher eine ihrer größten Waffen war. Sofort stürzte sie sich in den Kampf gegen Kel. Ein Nahkampf, wie Ligakämpfer ihn gegen das Arcani ungerne einging. Allerdings war Aurora anders. Denn sie wusste, Kel kämpfte auf kurze Distanz besser, doch wenn man ihm hierüber war, wäre es hundertmal effektiver, als sein Distanz kam. Und Aurora hat ihrem Partner oft zugesehen. Sie kannte seine Tricks und Knüpfe. Nun musste sie nur hoffen, dass Epsalons Einfluss seinen Kampfstil nicht vollkommen verdrehte. Mehrere kleine Hiebe teilte sie so unverwundet aus, als sie merkte, dass ihr Gegner dieser Situation entgehen wollte und Hitze begann sein Maul zu entströmen. Auf diesen Geduldsverlust hatte das Villona gewartet. Sofort hob sie vom Boden ab, um den verwirrten Kel als eine Art Sprungbrett zu nutzen, um Epsilons Schwertstreich auszuweichen, welcher gerade dort vorbeizischte, wo Aurora eben noch gestanden hatte. Nun schlug an derselben Stelle Mondgewalt ein und traf die Führerin der Schwertfeder direkt, die kurz zuckte, aber nicht weiter verwundet wirkte. Sofort bei Auroras Landung sprang sie wieder zurück und blockte anschließend, um Epsilons Hieben zu entgehen. Jedoch kam im gleichen Moment Kel angesprungen, mit brennenden Krallen ausgefahren. Er wurde jedoch gestoppt von einem Spukball mitten in seinen ungeschützten Nackenbereich. Kümmer du dich um Epsilons, Aurora. Amagaga ist beseitigt, ich kümmere mich so lange um Kel. Während ein kurzes Nicken als Antwort genügen sollte, stieß Aurora Epsilons von sich weg. Seit unserem letzten Gefecht auf dem Eisberg bist du deutlich stärker geworden, Aurora. Das muss ich dir lassen. Damals warst du gerade erst ein Wulnona, jung und unerfahren. Als könnte nichts deine helle Welt trüben. Doch du hast gelernt. Es ist wirklich schade, dass du so fest auf deinen Ideologien beruhen musst. Wenn du mir einfach meinen Raum lassen würdest, dann wäre bald alles vorbei. Ich müsste nichts tun, was ich selber tief in mir nicht tun möchte. Wenn du mir einfach meinen Raum lassen würdest, könnten du und dein Team in Frieden leben. Du könntest deinen Traum erfüllen. Die Zukunft leben, die für dich bestimmt ist. Ein Eisstrahl kam genau auf Epsilon zugeschossen. Jedoch wehrte sie ihn ab. Genau das ist es, Epsilon. Ich will keine Zukunft leben. Jemand anderes für mich bestimmt. Niemand soll das müssen. Pokémon leben, um ihr Schicksal selber zu bestimmen. So mögen sie das bisher tun. Und dies führt sie in den Untergang. Wenn jeder das Schicksal verändern kann, dann stürzen Pokémon wie Olanga die ganze Welt ins Verderben. Irgendwie fühlt es sich falsch an. Doch gegenüber Epsilon konnte Aurora sich diese Worte über den Ligakämpfer nicht anhören. Du willst das Gute einfach nicht mehr sehen. Doch selbst im Herzen eines Pokémon wie Olanga existiert es. Letztlich konnten wir ihn in der Liga nur schlagen, da auch er ein Mon der Gerechtigkeit ist. Nur sieht er Gerechtigkeit anders als anderes tun. Genau wie du es auch tust. Ob du es einsehen willst oder nicht, du und Olanga, seid euch ähnlich. Geysire aus lila Energie entsprang aus dem Grund. Und neue Schatten-Elite-Kämpfer erschienen aus dem Rauch, der das Kampffeld umgab. Niemals! Niemals werde ich so sehen und gewissenlos sein. Niemals würde ich Pokémon behandeln wie Abfall, weil sie den Frieden der Welt wollen. Niemals könnte ich jemanden verwunden, der nur das Gute sucht. Nun, durch das Auftreten eines neuen Amagaga, kehrte auch Kel zurück in den Kampf mit Aurora. Er schien kaum mehr verwundet, seit Marschadow das Duell mit ihm begonnen hatte. Würdest du nicht, bist du nicht diejenige, die erst vor Minuten betont hat, dass auch mein Team und ich gute Pokémon seien? Dass wir nur Gutes wollten. Und trotzdem schwebst du hier vor mir in einer Schlacht um Leben und Tod. Epsilon, du bist gewonnen, was du selber versucht hattest zu zerstören. Am Polasi hast du mir die Liga beschrieben, als ein reines Äußeres. Mit einem schimmelnden Kern. Hast du damals nicht bemerkt, wie sehr diese Beschreibung auf dich selber zutrifft? Als Antwort kam zunächst ein Schwertieb. Und das gesamte Kampffeld begann sich zu drehen. Wie damals schon am Eisberg. Du bezichtigst mich einer Doppelmoral. Eines falschen Ideales. Alleine, da du selber nicht die Dunkelheit akzeptierst. Ich dachte, du wärst besonders, Aurora. Ich dachte all die Zeit, du wärst wie ich. Aber nein. Du bist nur wie er. Wie er? Kurz stockte Epsilon, als hätte sie etwas gesagt, was sie niemals hätte erwähnen sollen. Doch letztlich sah sie, dass sie den Schritt nun gegangen war. Also musste sie nun auch dem ganzen Weg folgen. Du. Du und Machado. Du und Polar. Bei der Erwähnung ihres verstorbenen Bruders trat Aurora ein Schritt zurück. Machado hingegen reagierte völlig anders. Du, weißt es? Woher? Ich habe dir nie ein Wort gesagt. Du hast mich unterschätzt, Polar. Aber auch du erinnerst dich nicht. Ich allerdings vergesse nicht. All die Schatten schwanden. Alleine Kelfer blieb, wie er war. Doch auch er setzte sich ruhig hin, während Epsilon den Raum stoppte und vor Aurora und Machado schwebte, die nun nebeneinander standen. Aurora, dieser Geist neben dir, der dich schon so lange begleitet hat, ist niemand anderes als eine Reinkarnation Polars. Er hatte immer daran geglaubt, dass der Plot ihm eine neue Chance geben könnte, dir zu helfen. Und nun, sieh an, sieh an. Machado, stimmt das? Kurz zögerte der Angesprochene. Doch anschließend nickte er. Ich habe es selber erst nach einer Weile herausgefunden, aber ich bin mir sehr sicher. Ich wollte es nur geheim halten, bis dieser Krieg endete, denn ich wusste nicht, wie du reagieren würdest. Ob du mir geglaubt hättest. Woher allerdings Epsilon das alles weiß? Auf Machados Enthüllung ging sie nun erst einmal nicht genauer ein. Stattdessen blickte Aurora die Plotkaiserin an. Euch beiden bin ich keine Erklärung schuldig. Ihr wisst ohnehin schon mehr, als ihr solltet. Kel-Fass Sofort sprang der Löwe wieder auf, ohne eine Sekunde zu zögern. Aurora war bereit, den Kampf weiterzuführen. Im Augenwinkel bemerkte sie, dass auch die Schatten wiedergekehrt waren. Diese Unterbrechung hatte am Kampf selber nichts verändert. Es hatte ihr lediglich eine Wahrheit offenbart. Eine eigenartige. Und sie wusste ehrlich gesagt auch nicht wirklich, was sie davon denken sollte. Doch dafür wäre später Zeit. Nun ging das Duell gegen ihren Freund weiter. Noch gnadenloser als zuvor. Während Kel vorhin noch gekämpft hatte, wie ein Sportler im Ring, schien nun wahrlich die Bestie in ihm freigesetzt zu sein. Als er ohne jeden Rückhalt angriff und Aurora damit große Schwierigkeiten bot. Sie musste all ihre Konzentration darauf legen, nicht getroffen zu werden. So, dass ihr letztlich die Aufmerksamkeit fehlte, um Epsilon-Zie kommen zu sehen. Strom durchfuhr den Rücken des Vulnonas, als die Schwertfeder ihr Fell und Fleisch am Rücken und Nacken anschnitt. Auch ihre Mähne zertrennte, welche jedes Vulnona ganzer Stolz war. Genug gespielt. Kel erledige sie. Bequält erhob Aurora sich wieder, doch ihre Muskeln schmerzten. Das besessene Akani nährte sich ihr langsam. Und knurrend. Kel, ich weiß, dass du noch da drin bist. Bitte, du bist stark genug, um dich zu wehren. Ich weiß es. Bitte. Flammen sammelten sich in den Klauen des Akani an. Doch der Hieb verfehlte. Direkt vor Aurora, auf den Boden, schlugen die Krallen ein. Zitternd blickte das Akani zu Boden. Seine Augen schienen aufzublitzen. Es gab noch Hoffnung. Sofort sprang Aurora mit letzter Kraft über Kel hinüber und direkt auf Epsilon, die derzeit mit ihrem alten Teampartner kämpfte. Doch sie war nicht schnell genug. Epsilon sah den Angriff kommen und stieß ihre Aurora fort, um Aurora mit eiserner Hand zu stoppen. Wehrlos saß das Wulnona nun fest, im Griff ihrer schlimmsten Feindin, so wie bereits zuvor auf dem Eisberg. Bereits einmal war sie so gestorben. Und nun führte kein Weg daran vorbei, dass es sich wiederholen würde. Es ist aus, Aurora. Du hättest deinen Platz lernen müssen. Doch letztlich war es von vornherein vergeblich. Ich kann nicht gegen dich verlieren. Nicht gegen dich oder Polar. Meine eigenen Kinder. Kapitel 58 Meine eigenen Kinder. Wehrlos und fassungslos, konnte Aurora diese Worte nur hören, ohne etwas erwidern zu können. Die Luft ging ihr aus. Die ganze Umgebung wurde dunkler. Polar Aurora, ihr beiden wart einst meine Familie. Ihr wart das Einzige, was mir von ihm blieb. Aber ihr konntet ihn nicht ersetzen. Niemals. Ihr brachtet mir nichts außer Erinnerungen an alles, was ich verloren hatte. Deswegen floh ich und fand den Plot. Dass er wahrlich so weit gehen würde, euch in meinen Weg zu stellen. Und doch ändert es nichts. Ich bin bereit, jedes Pokémon zu opfern, wenn es der einzige Weg zur Harmonie sein soll. Egal wen. Ich habe dich schon einmal getötet, Aurora. Und heute werde ich es wieder tun. Und endlich meine Ziele erreichen. Über all die Jahre war Epsilon, Auroras verschwundene Mutter gewesen. Sie war es, die die Familie damals zurückließ. Sie zog los, um zur Plot-Kaiserin zu werden. Und nun würde Aurora hier sterben. Durch die Hand ihrer eigenen Mutter. Doch auf einmal fiel sie zu Boden. Aurora konnte wieder atmen und erblickte ihre Rettung vor sich. Epsilon wurde angegriffen. Von einem Arcani. Kel. Oder war es wirklich Kel? Epsilon, mir scheint, du hast vergessen, wie der Deal aussah, nicht? Es war nicht deine Aufgabe, heute diese Schlacht zu beginnen. Und auch deine Geheimnisse waren eine Offenbarung für die Zukunft. Was weißt du schon? Du bist nichts als ein Irrer. Von dir muss ich mir nichts sagen lassen. Ein Irrer. Epsilon, mir scheint, du hast die Stimme im Kopf dieses Pokémon falsch interpretiert. Zudem, du erlaubst dir, meine Waffe als Marionette für deine Zwecke zu nutzen. Du, Epsilon, hast unsere Abmachung gebrochen. Ich habe keinen Nutzen mehr für dich. Ein greller Blitz durchdrang den Raum, als wie aus dem Nichts eine seltsame Scheibe vor Kel schwebte. Das Kaiser-Emblem. Der letzte Teil der Plot-Armor. Epsilon selber schien nun mehr zu verstehen als die anderen Anwesenden. Na, nein, du, du bist hier, aber ich dachte, du dachtest falsch. Ein Brüllen laute als all die Pokémon der Arena hallte durch diesen Saal. Die Plot-Armor war wieder vereint. Und Kel wurde wahrlich zu ihrem Meister. Als das Licht verebte, schien die gesamte Rüstung verschwunden zu sein. Doch das Fell des Arcani leuchtete in grellem Gelb. Und nun ist der Plot gebändigt. Wieder fuhr Kel seine Krallen aus. Dieses Mal traf der Hieb Epsilons Helm. Ein Riss durchfuhr die Kopfbedeckung. Weiter und weiter wuchs er an, bis der Helm in kleinste Teile zersprang und das Gesicht eines Zoroak freigab. Sofort stieß sie Kel von sich weg. Epsilon schwebte empor, ihr Blick auf die Gruppe unter sich gerichtet. Doch den Kopf hielt sie erhoben. Das altbekannte Gesicht des Zoroak wirkte fehlplatziert, aber doch passend auf der Rüstung der Plot-Kaiserin. Du, ihr, es ist mir egal, was du denkst, was du sagst. Ich habe genug. War ich für dich überhaupt mehr als eine Marionette? Oder hast du auch nur mit mir gespielt, wie mit diesem Arcani? Erkläre uns, wovon du redest. Blitzschnell richtete Epsilon das Schwert in Richtung ihrer Tochter, doch entschied sich, dass die Wahrheit ihr selbst ein Vorteil werden könnte. Was gerade durch Kel spricht, ist die Stimme des Plots, der mir und dir unsere Kräfte gab, Aurora. Und deiner Arcani-Freund ist nichts als seine Marionette. Und nun, nach Jahren treuerster Dienste, wirft er wohl auch mich ab, da ich immer noch meinen eigenen Idealen folge und mich dagegen wehre, dass sie mir so lange verwehrt wurden, trotz all der Versprechen. Kel, oder wer auch immer durch seinen Körper, sprach, ergriff das Wort sofort. Du verstehst mich nicht und du hast es nie getan, Epsilon. Und genau deswegen bist du mir nicht mehr von Nutzen. Du bist meinen Worten immer gefolgt, doch nie mit Leib und Seele, um nun bei erster Gelegenheit deinen Hass über das zu stellen, wofür du wahrlich kämpfst. Letztlich, Aurora, das wichtige Moment ist, dass wir einen gemeinsamen Feind haben, nicht? Trotz ihrer Unsicherheit sah Aurora die Wahrheit dieser Worte. Die Plot-Kaiserin hingegen schien nicht einverstanden. Glaube diesem Wesen nicht. Er nutzt dich aus, so wie alle Pokémon dieser Welt. Er behauptet Frieden zu wollen, dabei will er sich nur selbst unterhalten. Und das soll ich dem Pokémon glauben, welches mich seit Monaten angelogen hat, sich als Freundin ausgegeben hat, obwohl sie eigentlich meine schlimmste Feinde und verlorene Mutter war. Epsilon, du wirst heute fallen, Es ist mir egal, wie. Ein weiteres Mal schlugen finstere Blitze überall auf dem Feld ein. Doch weder Aurora noch Kel zuckten nur im Geringsten. Es ist mir egal, was du denkst. Es ist mir egal, was ihr alle denkt. Blindheit überschattet euer aller Vision. Wenn ich die Welt ganz alleine bereinigen muss, dann werde ich auch das. Es ist mir egal, wer sich mir nun in den Weg stellt. Meine Kinder, mein Teampartner, die Liga, der Autor, alle werden fallen. Hört ihr? Alle! Der Kampf ging nun in Runde 2. Doch die Karten hatten sich gedreht. Epsilon war angetrieben von mehr Hass als je zuvor. Doch sie stand alleine gegen das gesamte Team Polana Batra und was auch immer mit Kel los war. Sofort stürmte die Plotkriegerin voran. Offensichtlich durch den Verlust ihres Helmes nicht in ihrer Kraft eingeschränkt. Direkt versuchte sie einen direkten Hieb gegen Aurora zu landen. Doch diese blockierte und setzte zum Gegenangriff an. Nun von 5 Seiten attackiert wirbelte Epsilon herum, um von allen Seiten frei zu werden. Doch nicht etwa holte sie sich neue Schatten. War dies etwa die Fähigkeit ihres Helmes gewesen? Eine Fähigkeit, die eindeutig blieb, war jedoch die Drehung des Raumes, welche sofort wieder einsetzte. Zudem schossen auch die Geysire wieder aus dem Boden. Ihre Unterzahl versuchte Epsilon durch Platzschaffung wettzumachen. Jedoch schien Kel vollkommen unbeeindruckt, da er sich trotz der starken Fliehkraft bewegte wie noch zuvor. Auch die Hindernisse umginge, als wären sie gar nicht da. Epsilon hatte mit ihm nun einen neuen Hauptgegner gefunden. Sie wirkte zwar, als würde sie sich lieber auf ihre Tochter fokussieren. Doch hierzu hatte sie keine Chance mehr. Stattdessen erforderte das Goldene Akani, der Ritter des Autoren, all ihre Kraft. Gleichzeitig kämpften aber auch Aurora, Machado, Seraora und Monagoras mit aller Kraft. Und noch zuvor hatte Aurora nahezu alleine es mit Epsilon und Kel aufgenommen. Der Kampf wirkte ungleich. Zum ersten Mal jedoch gegen die Plotkriegerin, die schon seit 20 Jahren das Land terrorisierte. Eine Vorstellung, von der so lange so viele geträumt hatten. Epsilon war in die Enge gedrängt. Doch sie war immer noch nicht bereit aufzugeben. Immer verzweifelter, schneller, aggressiver wurden ihre Hiebe. Selbst Kel schien langsam Probleme mit der reinen Aggression zu bekommen. Angriff wurde so schnell zu Epsilons bester Verteidigung. Doch nach wenigen Minuten des Kampfes erwischte Machado die Feinden kritisch und sie prallte mit voller Wucht gegen die Kuppel des Kampffeldes. Sofort zerbarst der Beinschutz ihrer Rüstung. Der zweite von drei Teilen. Im gleichen Moment stoppte auch die Drehung des Raumes. Auch Zoroak musste ihre Lage nun erkennen. Deswegen versuchte sie ein weiteres Mal ihre Tochter zu erreichen. Aurora, sieh dich um. Siehst du denn nicht, was hier vor sich geht? Wie du ausgenutzt wirst? Was dieses Wesen will, ist nicht Frieden, es ist Kontrolle. Der Plot war nie ein Freund, Aurora. Auch ich habe ihm vertraut, ihm geglaubt. Ja, ihn sogar angebetet. Und sieh, wo ich nun bin. Sieh, was der Plot mir gebracht hat. Er ist ein Feind. Und blitzschnell blockte sie einen weiteren Eisstrahl mit ihrem Schwert ab. Nicht der Plot ist der Feind. Du bist es. Siehst du denn nicht, dass es keine höhere Macht war, die dich zu der einsamen Wahnsinnigen machte? Du bist allein an allem schuld, was dir geschehen ist. Du hättest alles anders machen können. Deine Macht für Gutes nutzen. Oder du hättest damals bei uns bleiben können. All dies wäre nie geschehen. Und am Ende war der Plot das Einzige, was mich am Leben halten konnte. Deinetwegen. Der Plot hat dich am Leben gehalten, um dich hier und heute ausnutzen zu können. Du bist blind. Als ich dich in der Liga traf, habe ich gezweifelt, ob es nicht vielleicht doch die beste Entscheidung gewesen wäre, damals bei euch zu bleiben. Vielleicht auch mich der Liga zu offenbaren. Die Dinge anders zu lösen. Aber heute muss ich sehen, dass ich Recht hatte. Ich war damals im Recht und ich bin heute im Recht. Du und Polar, ihr seid wertlos für mich. Ich brauche euch nicht. Familie, Freunde, es ist alles nur Last. Wärt ihr nicht gewesen, wäre alles besser gewesen. Hagel wäre noch am Leben und ich wäre glücklich. Du hast mich überzeugt, Aurora. Nicht der Plot ist schuld daran, was mit mir geschehen ist. Ihr seid es. Eure reine Geburt war ein Fehler. So sehr Aurora das Pokémon hier hasste, so wenig sie Epsilon respektierte, durch das Bewusstsein, dass dies tatsächlich ihre Mutter war, die Worte der einzigen Familie ihrerseits, die sich nicht das Leben nahm, trafen diese Ausrufe sie tiefer, als sie erst zugeben wollte. Zwar kann ich nicht beurteilen, warum Vater getan hat, was er tat, aber egal, was seine Gründe waren, wie du damit umgegangen bist, ist weder Polars Schuld noch meine. Nachdem ich so viel gegeben habe, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, werde ich mir solche Behauptungen von der Tyrannin des Landes nicht gefallen lassen. Wenn der Hagel denn wirklich so wichtig war, Epsilon, dann sag mir, was würde er von all dem hier denken. Wenn er hier wäre, dann wären die Dinger anders und dass er tot ist, ist der Grund für alles. Ich würde mich nicht geschlagen geben, bis ich nicht meinen letzten Atemzug vollendet habe. Immer noch setzte sich der Kampf fort. Die Ausdauer der Plottkaiserin schien immer noch nicht zu schwinden. Für ihre letzte Chance entschied sie sich, ihren stärksten Gegner zu ignorieren. Epsilon kämpfte noch. Doch sie hatte bereits aufgegeben, diese Schlacht zu gewinnen. Alles, was sie noch wollte, war den Hass in ihrer Seele ausleben. Den Hass gegenüber ihrer eigenen, einzigen Tochter. Bilder vom Treffen am Eisberg blitzen in ihrem Verstand auf. Der Kampf war ein leichtes gewesen. Aurora war unerfahren, schwach, verraten. Damals war sie leichte Beute. Sie hatte sie getötet. Doch auf den Plott gehört und ihr eine zweite Chance gegeben. Das wohl nur nach welches ihr nun gegenüber stand, war nicht dieselbe Aurora, die sie damals bekämpft hatte. Sie war stärker geworden. Entschlossener. Erwachsener. Sie hatte so vieles gelernt. Nur in diesen Momenten hatte sich alles gedreht. Aurora war nun eine Gegnerin. Auf Augenhöhe, wenn nicht höher. All die Beteiligten, selbst das Wesen Inkel, hielten ihren Abstand. Sie alle sahen, dass die letzten Schläge des Kampfes alleine eine Angelegenheit zwischen Aurora und Epsilon waren. Und nun, in dieser Umgebung, die Blicke der Zuschauer außerhalb der einseitig schwarzen Barriere im Nacken, spürte auch Epsilon die Erschöpfung, welche all ihr Kampfgeist gebracht hatte. All die Sünden, die schweren Worte, die Last aller Taten. Es war alles zu viel. Und so ging Epsilon auf die Knie. Das Schwert und die Arme gesenkt. Mit schwerem Atem. Auch die Brustplatte ihrer Rüstung zersprang nun in Einzelteile und die Schwertfeder fiel zu Boden. So, dass Kel sofort zur Waffe sprang und sie sich schnappte. Ohne der gefallenen Kaiserin mehr Beachtung zu schenken, wandte er sich an sein Team. Aurora Machado folgt dem Weg nach Norden, vorbei am Eisberg, drei Tage lang. Ihr werdet eine Bergkette vorfinden. Übersteigt diese und findet die Grotte im Tal. Dort werde ich euch erwarten. Dort werdet ihr die ganze Wahrheit erfahren. Warte, was? Aurora bekam nicht die Zeit, ihre Frage auszusprechen, als ihr Partner bereits verschwunden war. Und Epsilon bestürzt und verzweifelt zu den Resten ihrer Rüstung eilte. Kapitel 59 Die korrupte Kaiserin Nein! Es kann nicht so enden! Nicht hier! Nicht so! Hilflos nahm Epsilon die Teile ihrer zerstörten Rüstung in die Hand und versuchte sie irgendwie zusammenzusetzen. Gib es auf! Es ist zu spät! Um die Gruppe herum begann das Schwarz sich aufzulösen und die weiten Crownings wurden wieder sichtbar. Doch immer noch zeigte sich der Umriss einer nun glasartigen Kuppel. Epsilon ignorierte dies genau wie die Worte ihres reinkarnierten Sohnes. Erst ein Krallenhieb Auroras löste ihren Fokus. Doch immer noch weigerte Epsilon sich ein, sich zu zeigen. Sie blockte den Hieb ab und stand ruckartig auf, wobei ihr Cape im Wind wehte. Nein! Meine Rüstung ist zerstört, aber mein Wille nicht! Ich kann auch nicht aufgeben! Ich habe eine Mission! Eine Bestimmung! Das Gute kann nicht verlieren! Die Gerechtigkeit muss siegen! Kein Mitglied des Team Polanavatra hatte nur noch einen Funken Furcht oder Respekt übrig. Was ihnen nun gegenüber stand, war keine übernatürliche Kriegerin mehr, sondern ein einsames, größenwahnsinniges Zoroak. Willst du immer noch weitermachen? Warum kannst du nicht endlich deine Niederlage eingestehen? Keuchen trat Epsilon einen Schritt zurück, wobei sie auf die Reste ihrer Rüstung trat. Mir ist es egal, ob ich noch gewinnen kann oder nicht. Aufgeben werde ich nie! Hört ihr? Niemals! Wie durch ihren Schrei ausgelöst, begann die Rüstung unter den Füßen des Zoroak zu zittern. Auch Epsilon selber schien nicht zu verstehen, was hier vor sich ging. Was? Was geschieht hier? Seid ihr das? Was soll dieser Spuk? Die einzelnen Teile der Rüstung, welche noch am Grund gelegen hatten, zerbarsten vollständig. Winzigste Partikel entsprangen ihr. Von der Form her erinnerten sie beinahe an kleine Insekten. Zu Tausenden flogen und krochen sie auf dem Boden herum, bis sie nach wenigen Sekunden begann, über die schockierte Epsilon herzufallen. Die versuchte, sich irgendwie zu wehren. Verschwindet! Bleibt weg! Was tut ihr? Langsam schwand ihre Stimme in den Massen der seltsamen Wesen, während Team Polana Vatra nur verstört zusehen konnte. Die Kuppel zwischen dem Zuschauerraum und dem Kampffeld begann wieder zu verschwimmen. Nicht im selben pechschwarzen Aussehen wie zuvor, sondern in einem seltsamen, grau-weißen Muster. Das einzig Vergleichbare, was Aurora einfiel, war das Aussehen der Fernsehbildschirme in der Arena, wenn ein Störsignal ihre Verbindung unterbrach. Die Insekten begannen langsam auf Epsilons Körper zu verschwinden. Ihre Mähne färbte sich dunkel lila. Das soeben noch wehrhafte Zoroak stand nun stumm da, Arme und Kopf lasch nach unten gehängt, die Augen geschlossen. Die Umgebung um die Vierergruppe und die Plotkaiserin schienen seltsame Geräusche zu machen, beinahe als würde der Ort selber nun sprechen. Die seltsame robotische Stimme zeigte eindeutig, was Aurora bereits geahnt hatte. Was auch immer jetzt hier vor sich ging, war nicht mehr Epsilons Schuld. In der Rüstung musste irgendetwas entstanden sein in all den Jahren der Nutzung. Irgendein korrupter Virus, vermutlich entstanden aus der korrupten Kraft der Plotholes, welcher nun durch die Zerstörung dieser der Rüstung entkommen war und sich selber freigesetzt hatte. Seltsam rotes Licht erfüllte den Langsam begann der Körper Epsilons zu schweben, wie angehoben von einer geheimen Macht. Während er nun schwebte, schien alles an der Gestalt verzerrt. Teils blitzte sie kurz auf. Für Bruchteile von Sekunden verzog sich alles am regungslosen Pokémon. Es war wie eine Art Glitch. Ein Glitch, welcher ins echte Leben übergelaufen war. Und nach wenigen Sekunden schlug Epsilons Körper seine schneeweißen Augen auf. Die robotische Stimme erklang wieder, doch dieses Mal aus allen Richtungen. Nur Sekunden Bruchteile nacheinander. Auch Epsilons Körper schien sich nahezu zu teleportieren. Verzüge, 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 ist es Verzüge, Liebe. Wie von einem Faden angezogen, erhob sich Epsilons Lascherarm und eine Art Druckwelle entstand, welche das gesamte Team zurückdrängte. Gut, damit wäre die wichtigste Frage geklärt. Was auch immer das da ist, es will kein Frieden. Kämpfen wir. Was sonst? Gerade gerade erst war Epsilon geschlagen, keine Zeit zum Feiern war verblieben und schon begann die nächste große Schlacht. Ein eigenartiger Virus, der von Pokémon Besitz ergriff. Eine Art Gegenkraft zum Plot, der Seelenvirus. Wie dieses Wesen bezwungen werden konnte, das stand in den Sternen. Doch erschöpft, wie Polanna Wattra auch war, das Adrenalin trieb sie voran. Kein Etwas konnte sie stoppen, nicht nachdem sie bereits den größten Triumph hinter sich hatten. Sofort ging Aurora in die Offensive über, auch wenn sie bereits erwartete, dass der Virus Epsilon sofort aus der Bahn teleportieren würde. Und sie hatte recht mit dieser Vermutung. Eine schwache lila Spur durchzog die Luft, bis an den Ort, an welchem Epsilon nun schwebte und einen neuen Angriff freisetzte, welcher sich schnell wieder in Epsilon sammelte. Es waren Viren, das erkannte die Plotkriegerin. Und sofort kam ihr eine Idee, durch die dieser Kampf vielleicht gar nicht so schwierig werden könnte. Ich werde weiter offensiv gehen, sobald sich Epsilon an einen anderen Ort begibt. Lenkt sofort Angriffe auf die Liederne Spur die ihr folgt. Wenn wir so die Viren zerstören können, dann wird Epsilon bald frei sein. Auch hier musste Polana Vatras Leiterin gar nicht auf eine Antwort warten. Sie wusste, das Team würde sie nicht im Stich lassen. Von dem Ort aus, wo sie war, schoss sie sofort eine Mondgewalt auf den Feind, um ihn wieder zur Bewegung zu zwingen. Jedoch in welchem die Feen Energie auftraf, traf sie bereits ihre Absenderin und schlug Aurora bis in die Kuppelwand hinein. Nicht nur hatte dieses etwas den Angriff zurück geschleudert, ohne eine Chance zum Ausweichen zu geben, es hatte ihn auch verstärkt. Und die Wunden aus der vorigen Schlacht ließen solche Treffer schon kaum mehr zu. Kein Fernkampf, Machado! Greif es an, frontal, nicht von weit weg! Sofort tat der Geist, was ihm gesagt wurde. Einen direkten Angriff konnte der Feind eindeutig nicht einfach spiegeln, deswegen blieb Flucht durch Teleportation die einzige Form der Defensive. Seraora und Monagoras erkannten ihren Einsatz, beide, und griffen sofort die kleinen Partikel mit aller Kraft an. Sie schwanden auf der Stelle in seltsamen winzigen Strudeln jeder Virus einzeln. Doch das Wichtigste Sie verschwanden. Sie kehrten nicht zurück zu Epsilon. Es funktioniert! Weiter Leute, weiter! Zunächst befürchtete Aurora, dass dies die einzige Gelegenheit für Team Polanawatra bleiben würde, eine derartige Technik zu nutzen. Jedoch es zeigte sich schnell, der Virus verhielt sich wie eine Art Programm. Wenn er freigesetzt wird, ergreift er Besitz vom nächsten Pokémon. Wenn er Plot spürt, will er diesen Angriffe und reagierte mit einer von zwei Optionen. Dies waren all die Fähigkeiten. Jedoch fehlten diesem Wesen, wenn es überhaupt eins war. Somit eine grundlegende Eigenschaft jedes Pokémon. Die Anpassungsfähigkeit. Obwohl Team Polanawatra eine leicht vermeidbare Schwachstelle des Virus entdeckt hatte, verblieb dieser bei einem völlig identischen Kampfstil, sodass das Team nur direkt angreifen und dafür sofort bestrafen musste. Meistens dann auch einem oder zwei Angriffen ausweichen, nachdem sich der Körper teleportierte. Langsam aber sicher schwanz so die lila Farbe aus Epsilons Mähne. Das alte Rot-Weiß Gemisch kehrte langsam wieder. Jedoch als die Hälfte der Viren verschwunden war, passte der Feind sich plötzlich doch an. Kapazität winkend, Kontrolle schwindend, Risiko Risiko unmöglich, sie direkt zu treffen und kaum landete ein direkter Hieb, lösten sich Viren aus der Mähne des Zoroak, welche Monagoras sofort abfing und verschwinden ließ. Wie auch zuvor. Okay, Planänderung, volle Offensive, wenn dieses Ding immer so schnell ist, dann müssen wir es beschäftigt halten. Wieder war kein Wort als Antwort von Nöten, sondern Taten folgten, als Marshadow sich sofort auf das Zoroak stürzte, welches jedoch auf der Stelle verschwand. Jedoch tauchte es hinter Aurora wieder auf. Offensichtlich fokussierte selbst in dieser besessenen Form Epsilon Aurora. Vermutlich, da sie als Plottkriegerin die stärkste Plottausstrahlung hatte, was den Virus anzog. Jedoch war Monagoras zur Stelle und blockte den Hieb sofort ab, von Seraoras direktem Angriff gefolgt, nach welchem Aurora die Viren zerstörte. Mehr und mehr schien die Kontrolle des Virus zu schwinden, als die Mähne sich weiter färbte und selbst Epsilons Augen wieder an Farbe gewinnen zu schienen. Erkenne Notlage, initialisiere Flucht. Sofort umhüllte ein seltsamer Schein Epsilon. Wieder wollte der Virus sich teleportieren, dieses Mal jedoch an einen fernen Ort. Doch Team Polarna Watras Leiterin war bereits zu einem neuen Angriff übergegangen, ein Eiswind, welcher die besessene Epsilon sofort einfror. Flucht war nicht mehr möglich. Zumindest dachte das Quartett dies und teilweise hatten sie auch Recht. Aus dem Eis heraus krochen unzählige winzige Partikel alle verbleibenden Viren. Diesen Körper konnten sie nicht mehr halten. Doch in ihm bleiben wollten sie erst recht nicht. Host verloren, Körper verloren, Notfall, suche neuen Körper. Panisch schwebten all die Partikel durch die Kuppel, durcheinander und hektisch wie auf der Flucht, bis sie alle von einem Blizzard gestoppt wurden. Jeder letzte Partikel verschwand nun. Genau wie auch die Barriere. Somit gab sie endlich Elementara den Weg frei, während tausende sprachlos auf das Schauspiel zu ihren Füßen blickten. Aurora, Marschero, Seraora, Monagoras, geht es euch allen gut, was war das gerade alles? Kurz blickte Aurora sich in den Reihen ihrer Freunde um. Gleichzeitig sah sie auch zum schnell schmelzenden Gefängnis Epsilon's. Es geht keine zu schlimmen Verletzungen, soweit ich das sehe. Elementara, ich kann dir, Seraora und Monagoras mit der Behandlung von Epsilon vertrauen, nicht? Als Antwort nickte das Mischwesen kurz. Natürlich, was denkst du sollen wir mit ihr machen? Inzwischen war das Eis völlig geschmolzen, doch Epsilon lag immer noch auf dem Boden. Sie war wach, doch nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Eine Welle des Hasses überkam Aurora bei diesem Anblick und doch sie hatte Ideale und Prinzipien denen sie folgen würde. So viel sie auch getan hat. Epsilon ist ein Pokémon. Helft erstmal mit ihren Wunden. Über alles andere reden wir, wenn Machado und ich wiederkehren. Ihr wollt also wirklich zu zweit aufbrechen? Machado antwortete anstelle seiner Schwester. Natürlich ist die einzige Möglichkeit. Eine leise Stimme ertönte, schwach und gebrochen von der Seite. Aurora, Polar, es war Epsilon. Gebt Acht, der Krieg ist entschieden, aber der Autor, ihr oder ich hättet für ein Ideal ihm gegenüber treten müssen. Ihr habt gewonnen, Aurora, er kann ja alle Wünsche erfüllen, wenn er das will. Ich habe keine Ahnung, was jetzt seine Intention ist, aber er ist mächtig. Wovon redest du so, Aurora? Kurz zuckte Epsilon bei Erwähnung dieses simple Namens. Doch sie beschwerte sich nicht. Ihr habt gewonnen, auch ich muss dies akzeptieren, all dieser Krieg war für ihn ein Spiel. Der Autor, er hat dir deine Kraft gegeben und mir meine. Er hat Kay gesteuert, du wirst ihm begegnen, der Autor. Er hat den Plot erschaffen, er ist das Licht, der Regenbogen in der Dunkelheit, wo einst ein Mond war, er ist Gott, unser aller Erschaffer, allein sein Gedanke könnte uns alle vernichten. Aurora, er wird dich prüfen, du entscheidest über unser aller Zukunft, wenn du ihn triffst. Er leitet euch zur Höhle, der Verstand der Welt, der Kern des Plots dort, wo ich meine Kraft erhielt. Innerlich schwankte Aurora, ob sie überhaupt auf ein Wort dieses Pokémon hören sollte. Doch irgendwas sagte ihr, dass Epsilon die Wahrheit sprach. Was weißt du über diesen Autor? Der Autor ist übermächtig, alles Gott. Er hat diese Welt kreiert, die ersten Pokémon doch wir. Als das Sorok weitersprechen wollte, schien ihr die Luft weg zu blieben. Nur wenige Wörter entkamen ihr noch, bevor sie regungslos zu Boden fiel. Schaffer Prüfung So stand Aurora nun in diesem Stadion. Das Champion Duell verloren, doch Epsilon geschlagen und einen fremden Virus zerstört. Doch auch mit dem Sieg gegen ihren größten Nemesis. Das Ende der Reise begann erst jetzt. Eine letzte Reise an der Seite ihres verschollenen Bruders auf dem Weg zu einer endlosen Wahrheit. Kapitel 60 Ein vergangenes Leben Die Sonne schwand langsam hinter dem Horizont. Die Kräfte waren bereits verschwunden und doch gab es keine Zeit zu verschwenden. Das Duo nach welchem Kel oder er der Autor verlangt hatte, reiste von Crowning aus sofort ab, auf direkten Weg nach Norden, am Eisberg vorbei und vielleicht ein paar Tagesreisen weiter. Dort sollte die Begegnung stattfinden und vielleicht sollten auch endlich die letzten verbleibenden Fragen geklärt werden. So sehr der Körper der Leiterin Team Polana Vatras nach Erholung lechzte, noch konnten einige Kilometer zurückgelegt werden, bevor die Nacht einbrach. All diese Entschlossenheit galt 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 auch für Mars Shadow obwohl selbst dieser Zeichen von Erschöpfung aufzeigte, etwas, was er zuvor nie getan hatte. Doch zumindest dies wussten die beiden Geschwister würden die nächsten Tage erholsamer werden. Bis sie diesen Verstand der Welt erreichten, würde nichts als purer Laufweg geschehen, was zwischen Campen um Leben und Tod durchaus eine Entspannung war. Und auch war die Zeit dieses Weges dringend nötig. Es gab so vieles, was Aurora mit ihrem Teampartner besprechen musste nach den Offenbarungen des heutigen Tages. Und doch für ein Gespräch diesen Ausmaßes war wirklich nicht mehr genügend Energie noch an diesem Tag vorhanden. Und relativ schnell, als die Sonne gerade das Sichtfeld des Duos verlassen hatte, entschieden auch sie sich endlich zu rasten. Zumindest physisch. Sofort durchsuchte Marcello seinen Beutel, in welchen er am selben Morgen nahezu nichts gepackt hatte. Genug für einen Tag in der Arena halt. Sie mussten sich um Verpflegung kümmern. Doch bevor er dieses Thema überhaupt ansprechen konnte, war Aurora bereits eingeschlafen, nahezu sofort, als sie sich hinlegte. Dementsprechend entschied der Geist sich kurz, auch einen Blick in ihren Beutel zu werfen, ohne große Hoffnung fündig zu werden. Umso überraschter war er, einen ganzen Vorrat an Nahrung und Wasser vorzufinden, beinahe als hätte Aurora eine derartige Reise von vornherein geplant gehabt, was Marcello jedoch wagte zu bezweifeln. Hatte sie vielleicht gehofft, dass das Team die Plot Armour gewinnt und sofort auf die Suche nach Epsilon gehen würde. Es waren alles nur Vermutungen, doch für eine genaue Antwort müsste er noch bis zum nächsten Morgen warten, wenn Aurora wieder erwacht wäre. Letztlich war es aber auch nicht wichtig. Was zählte war, dass die Reise vorbereitet war und nichts mehr vor dem Ende im Weg stand. Auch wenn Marcello sich auch fragte, was genau wartete dort. Der nächste Morgen brach an. Allerdings bemerkten weder Aurora noch Marcello die es da beide bis zum Mittag durch schliefen. Da Cal ihnen jedoch kein Zeitlimit mit auf den Weg gegeben hatte, würde es wohl nicht allzu schlimm sein. Also machen wir uns auf die Suche nach einer Nahrungsquelle? Diese Frage bestätigte bereits, was sich Polar schon gedacht hatte. Aurora hatte selber keine Ahnung von ihren Vorräten. Sieh mal in dein verrascht, welches Marcello bereits vom Vorabend kannte. Hast du das alles eingepackt, aber woher? Nein, das war ich nicht. Ich habe es gestern Abend nur mitbekommen, vermutlich will der Autor keine großen Verzögerungen. Dies wird wohl sein Werk sein. Kurz zögerte Aurora, doch nahm die Antwort letztlich an. Naja, egal was es ist, letztlich hilft es uns nur, also gibt es keinen Grund sich zu beschweren. Die Reise ging weiter, in Richtung des Eisberges, auf welchem Aurora sich entwickelt hatte, und Epsilon zum ersten Mal im Kampf gegenüber stand, und wo sie den zweiten Teil der Plot Armour gefunden hatte, und der Ort, an welchem Marcello zum ersten Mal wirklich seine Vergangenheit realisierte. Dort war es, verwirrt reagierte Aurora auf diese kontextlose Aussage. Wo war was? Wovon redest du? Du wolltest noch mit mir über die Vergangenheit reden, nicht? Am Eisberg, nachdem wir dort Darkrai bekämpft hatten, als ich die Plot Armour geholt hatte, und dich und Cal dort erblickte. Dies war der Moment, an dem ich mir sicher war, wer ich im letzten Leben war. Schon so lange, und du wolltest es mir wirklich noch mitteilen? Beinah beleidigt antwortete Machado. Natürlich, es gäbe keinen Grund für mich, es ewig geheim zu halten. Allerdings, du hattest ja schon auf die Offenbarung deines ersten Todes nicht sonderlich offen reagiert. Ich wollte nicht, dass du mir nicht glaubst und dann alles zerfällt. Das heißt aber auch, dass Epsilon es vor dir selber geheim gehalten hat, als du noch zu ihren Kämpfern gehört hast. Ein kurzes Nicken folgte. Ich hatte keine Ahnung, dass sie nur im Ansatz etwas ahnte. Aber es ergibt schon Sinn jetzt, wo wir wirklich die Hintergründe kennen. Auch Aurora stimmte zu. Gerade sie. Weißt du, heute morgen dachte ich noch, dass ich alle Familie verloren hätte, die ich je hatte. Und dann auf einmal an der Seite meines wiedergeborenen Bruders gegen meine Mutter kämpfen? Lange habe ich nicht mehr so sehr am Plot gezweifelt. Verständnislos drehte Marcello sich zu seiner Schwester. Warum würdest du denn gerade in so einem Moment zweifeln? Ist es nicht eine Art Wunder des Plots? Es wirkt eher wie eine Verlade. Epsilon sagt hier schon selber, dass für den Autor das ganze eine Art Spiel ist. Und als ich das dann gesehen habe, es hat so logisch gewirkt. Wie sollten als Zufall gerade wir drei, Epsilon du und ich so direkt an diesem Kampf beteiligt sein. Es gibt zehntausende Pokémon auf Birelo und gerade wir. Wir drei waren alle dabei. Es ist wie ein schlechtes Familiendrama aufgesetzt von einem Regisseur. Dem Autor. Zum ersten Mal überlegte auch Marcello ob an diesen Worten nicht etwas wahres dran sein könnte. In diesem Leben war er nie weiter vom Plot fortgerückt als in seinem Macht die ihm letztlich eine zweite Chance gab Aurora zu helfen. Nun egal ob der Autor es nun speziell plante oder nicht. Ich bin doch froh dass du letztlich zum Plot gefunden hast. Kurz einerte das wohl nur nach Sicht zurück. Ja damals war es für mich einfach so unverständlich. Du hast versucht mir die Botschaft zu übermitteln aber ich habe es ignoriert. Der Plot war mir damals nicht greifbar weil ich zu sorglos war zu verstehen dass man eine Stütze wie ihn brauchen kann. Kurz verstummte Machado erneut bevor er für sich selber einen Schluss zog. Genauso sah ich das ist auch er nur ein Wesen wenn auch ein Wesen mit viel Macht der Plot bleibt immer eine Stütze auch wenn jemand mit Macht ihn steuert diesen Worten hatte Aurora nichts hinzuzufügen weshalb wieder Stille einkehrte bis Marschado einen doch sehr offensichtlichen Einfall hatte Sag Aurora wollen wir vielleicht paar Schattenreise reisen ich würde vielleicht nicht den ganzen Weg schaffen aber ein oder zwei Tage sparen wir uns bestimmt wenn ich mich anstrenge ehrlich gesagt hatte es wohl nur diese Fähigkeit bereits verdrängt doch letztlich war sie tatsächlich auch nicht angetan von der Idee weißt du wir haben keine Idee was uns erwartet nicht ich denke wir können die Ruhe gut nutzen gerade aufgrund der Anstrengung welche letztlich doch hinter einem solchen Transport steckte war auch Marschado nicht unzufrieden mit ihrer Antwort und akzeptierte es und so ging die Reise weiter vorbei am Eisberg in unbekannte Fähren die Sonne stieg und sank viele Male immer näher kam ein Gefühl von Druck und Sorge eine Unsicherheit in der Ferne und doch erreichbar der Verstand der Welt war kein normaler Ort dies spürte das Duo bereits und bald würden sie ihn erreichen an einem weiteren Abend entflammte ein Lagerfeuer und die beiden Geschwister rasteten wieder einmal lagen viele Kilometer hinter ihnen und wieder war Marschado nach einem kleinen Gespräch zumute sag mal Aurora du hast immer davon geträumt in der Liga zu kämpfen jetzt mit Team Polana Watra war es eigentlich so wie du dir vorgestellt hattest immerhin hast du jetzt die Spitze gesehen und stand es im Duell um den Titel so viel Zeit schien bereits vergangen zu sein seitdem all dies begonnen hatte und seit dem ersten Treffen mit Kel dem Startschuss dieser großen Reise also es war ehrlich gesagt weniger Arbeit als gedacht aber vermutlich nur weil alles außerhalb des Liga Lebens so viel anstrengender war zu dem hatte ich einfach Glück viele starke Kämpfer versammeln zu können aber ich muss sagen hätte ich bei der Gründung des Teams gesagt dass ich die Gruppe alleine leiten würde und Kel nur ein normaler Kämpfer wäre ich glaube das hätte ich nicht durchgehalten wieder fehlte mal Shadow etwas das Verständnis letztlich hast du doch jede Leitungsaufgabe übernommen wer hat Kel dir dies denn so erleichtert Aurora schien selber für einen Moment die Antwort zu suchen ja irgendwie habe ich das aber alleine das wissen dass er sich immer einschalten könnte und auch die reine Repräsentation zum Beispiel am Anfang der Saison als Olanga uns zur Wette aufgefordert hat hätte ich diesem Kerl alleine gegenüber gestanden ich weiß wirklich nicht wie ich es geschafft hätte die Mentalität des ganzen wenn ich alleine an der Teamspitze stünde dann würde sich jede Niederlage vor Zuschauern trifft jedes Mal würde ich mich fühlen als würden sie alle nur mein Versagen in einer Niederlage sehen der bloße Fakt dass ich diese Bürde teilen konnte war es was die Reise so viel einfacher gemacht hat Machado glaubte auch eine tiefere Bedeutung in ihren Worten zu sehen und blickte amüsiert zu ihr es lag aber auch etwas an dem Pokémon in der Rolle nicht Aurora selber war jedoch etwas unverständlicher wie meinst du das du kannst ehrlich zu mir sein du magst Kel nicht mehr als ein Freund die leicht rote Färbung welche das Gesicht seiner Schwester bekam war für den Geist Antwort genug doch tatsächlich war Aurora bereit mehr zu erzählen als er selber geglaubt hatte ja ich versuche gar nicht das zu verheimlichen von dir zumindest auch wenn ich es vor Kel habe du hast Angst abgelehnt zu werden das ist normal nein weißt du es schwierig Kel hat mir seine Gefühle schon vor dem ersten Spieltag der Saison gestanden aber ich meine nicht verwirrt richtete Marcello sich auf was aber warum nicht aus Angst nicht aus Angst dass er mich ablehnen würde aber aus Angst dass ich mir selber nicht vertrauen könnte was wenn ich mich in eine Beziehung stürzen würde die von vornherein nur scheitern könnte oder wenn ihm oder mir etwas zustößt in diesem Krieg ich genau wie du vorhattest mir nach dem Krieg die Wahrheit über deine Vergangenheit zu sagen wollte ich Kel nach dem Krieg die Wahrheit sagen ich habe mir einfach gedacht wenn wir nicht alle das Ende sehen dann würde es einfacher werden ich hatte einfach Angst vor dem Schmerz der sein könnte beinahe über ihre eigene Ehrlichkeit überrascht wartete Aurora nun auf doch es kam für eine Weile nichts beinahe vermutete sie dass Marcello sich enthalten würde doch er begann nach rund einer Minute wieder zu sprechen weißt du letztlich ist alles deine Entscheidung und nichts in das ich mich einmischen sollte doch wenn du einen Rat von mir hören möchtest auch wenn es vielleicht zu spät dafür ist hier wo wir nun stehen denk lieber einmal darüber nach würdest Krieg verlierst ohne ihm je die Wahrheit gesagt zu haben aber das ist ein sehr negativer Ansatz deswegen sehen wir es anders ja morgen sagst du es ihm wenn wir den Autor getroffen haben und den Frieden hergestellt haben und so wie ich ihn erlebt habe und auch dich seit meiner Wiederkehr ich bin mir sicher es würde alles gut gehen etwas nostalgisch blickte Aurora zu ihrer rechten eine nur wenige Kilometer entfernt hinter ihr lag das Ende und Auroras Partner Kel am nächsten Tag würde sich alles entscheiden die Zukunft lag nun zu Füßen eines einsamen Wulnona und ihres verstorbenen Bruders Kapitel 61 das Plot Quartett der Schatten der große Tag brach an die Sonne ging gerade auf und das Duo hatte sich vorgenommen selbst wenn die Überquerung des Berges den ganzen Tag dauern würde sie würden nicht mehr ruhen bevor es alles endete Gebirgskette vor ihnen wirkte wie ein Wall nicht wie einer der das Innere dort einsperrte nein eher wie eine Barriere die alles außerhalb aussperren sollte es war als würde das Zentrum nach Aurora rufen sie wusste hier war es nur rund zwei Kilometer trennten das Duo noch vom Fuß des Berges und diese waren eine Sache von einer Viertelstunde aus der Nähe erstreckte sich der Berg nun viel mächtiger als noch aus der Distanz erscheinend bist du bereit Aurora sobald wir da hoch gehen wird es kein zurück mehr geben und jetzt können wir noch umdrehen oder was nix da also los der Autor wartet gerade trat das wohl nur den ersten Schritt da ertönte eine Stimme hinter ihr jetzt sei mal mit der Ruhe ja nicht nur der Autor hat auf euch gewartet eine alt bekannte Stimme Amagaga Hass erfüllt wandte sich Aurora ihren ehemaligen Freund und erblickte dass dieser nicht alleine war die Schatten die Plot Elite wie auch immer man sie nennen wollte waren alle versammelt Darkrai Endynalos und Amagaga wir haben noch Dinge zu bereden oder nicht verschwindet alle drei Epsilon hat verloren also seht auch ihr die Niederlage ein wir haben wichtigeres zu tun Endynalos schien jedoch wenig Verständnis zu haben Epsilon mag gefallen sein aber wir führen immer noch die Mission weiter also Endynalos will das zumindest ich bin für Rache hier Epsilon ist mir egal Darkrai blickte stumm zu Boden außerdem wieder einmal entblößte sich eine Schadenfreude im Blick des ehemaligen Liga Leiters ist es doch schon so lange her dass die Schatten zum letzten Mal wahrlich vereint waren Machado geselle dich zu und während Aurora nicht ganz verstand trat Machado in die Reihen des vorher Trios Tja was denkst du nun Aurora was hast du denn gedacht 4 Teams waren immer an den Versammlungen der Liga beteiligt Team Nordica mit Darkrai Team Fossil mit mir Team Slash mit Epsilon Dachtest du wirklich dass eure Reihen frei wären Immer noch wirkte das Ganze eher wie ein Traum für Aurora Bitte Polar was soll das ist das irgendwie ein Scherz Ein einzelner Schritt trat der Schatten wieder hervor so dass er nun vor dem Rest seiner Gruppe stand Nein Aurora ich stelle mich dir erneut vor und erkläre dir alles Ich bin Marshadow Polar wie immer du mich nennen möchtest der Schattenspion der Plot Elite Meine Spezialität ist Informations Beschaffung und Täuschung Nach der Begegnung beim Eisberg entschied sich Y dass ich freudig ins Gesicht Auf diese aggressive Frage reagierte Amagaga der sich selber offenbar als eine Art Leiter der Elite sah nun dass Epsilon besiegt war sofort mit Gelächter Schön wär's Ihr denkt ich wär nicht dicht aber da kannte ihr Mashellos Prinzip hier nicht Ein düsterer Seitenblick des Schatten folgte Lass mich sprechen Ich bin Spion von Leib und Seele und ich bin fest überzeugt Niemand kann so tun als wüsste er nichts wenn er Informationen hat deswegen habe ich kein Wissen von Epsilon erhalten Ich wusste so viel wie ich sagte Und trotzdem bist du ein Verräter Ich bin deine Schwester warum tust du das warum hältst du zu Epsilon Ein Funken der Enttäuschung spiegelte sich an Marshadows Blick Ich will nur Frieden so wie damals auch schon als ich in diese Welt kam Ich erhielt die Kraft der Plot Elite und Epsilon war die einzige die für den Plot kämpfte An dieser Stelle nahm die Debatte jedoch eine Wendung Ein Twist welchen niemand vorhergesehen hatte Zum ersten Mal erhob nämlich Darkrai seine Stimme Und Epsilon war ihm recht und wir auch nicht und ich weigere mich hierfür irgendeine Rache zu stehen Er wandte sich an Aurora Ob du mir vertraust oder nicht ist mir egal Ich hab euren Sieg über Epsilon gesehen und gewusst dass Amagaga planen würde Ich bin nur mitgekommen weil ich diesen Scheiß nicht mehr ertrage Ich wollte doch auch nur Frieden und die Ereignisse haben mir Rücken zu ihr gedreht Wenn ihr also den Frieden stoppen wollt dann müsst er an mir vorbei Unsicher ob sie da Kray tatsächlich Unrecht getan hatte oder ob dies eine Täuschung war hörte die Plottkriegerin ihren Bruder weitersprechen Eine bekannte orangene Energie sammelte sich in seiner Hand Ein Plott Angriff Deswegen war ich Ein weiteres Mal wurde er von Amagaga unterbrochen Und glaub mir er war scheiße in seinem Job Die Hälfte der Informationen waren falsch Ohne ihn hätte Epsilon euch selbst auf dem Vulkan empfangen können oder auf dem Eisberg Lass mich reden verdammt Während Amagaga zuckte schaltete sich Endynalos wieder ein Wenn du die Plot Energie wegpackst Du hast doch gesehen was dieses Wulnodan daraus macht Wieder kam als Antwort alleinig ein kalter Blick Nun darf ich meine Erklärung beenden Ich reiste mit euch habe alles erlebt und jeden Meter des Weges wusste ich Ich war ein Verräter So ist es meine Bestimmung als Spion und war es schon immer Und doch traf ich meine eigenen weiß sehr wohl wozu Aurora mit der Plotkraft in der Lage ist Deswegen Ohne Vorwarnung schoss Machado den Plotangriff nach vorne und Aurora erkannte die Wahrheit seiner Worte Sofort sprangen sie vor Darkrai mitten in den Angriff Schier endlose Energie durchfuhr sie als jedes einzelne bisschen Plot durch ihre Adern floss Machado Machado stand nun auch wieder neben ihr Deswegen entschied ich mich schon nach Tagen dass ich nicht euch Team Polana Wattra verraten dürfte sondern die Plot Elite denn du warst von Anfang an was Epsilon glaubte zu sein Ich habe Epsilon falsche und richtige Informationen gegeben in einem Mix der nicht zu auffällig war und euch doch half Also dann Endina los Amagaga Wollt ihr immer noch kämpfen? Erleichtert wandte sich die Plot durchzogen an ihren Bruder Du hast mir grad wirklich Angst gemacht Weißt du das? Ich habe weiter gelogen Ich weiß Aber dieser Auftritt war nötig damit ich die Plotkraft ungestört freisetzen könnte Und auf einmal wendet sich das Blatt nicht Fünf Mitglieder hatte die Plot Elite Epsilon ist gefallen und die restlichen vier stehen nun gegeneinander Ruhig und doch schwer atmend wandte sich Endina los an den einzigen Teampartner der ihm noch verblieb Also sind es wieder nur wir Amagaga Genau wie damals am Kliff bei der Meisterplan Wie wäre es dieses Mal mit etwas mehr Teamwork Ja Nun auch etwas weniger überschwänglich antwortete der Wissenschaftler Nun gut Diesmal habe ich mehr als genug Stoff für uns beide Kannst du meinen Gefallen tun und kurz den Rucksack herübergeben Kurz zögerte das Fossil Dann zog er eine goldene Flasche heraus und nahm den Beutel ab Das Ding hier behalte ich aber Immer noch sehr ruhig nahm Endina los die restlichen Tränke an sich und durchsuchte sie kurz Bevor eine Flasche mit dunkelblauer Flüssigkeit hervorzog Was waren diese hier nochmal Bomben Sehr gut Sofort warf Endina los die Flasche zu Boden Direkt auf Amagaga der gegen den Berg geschleudert wurde Aber Dün was soll das In diesen Momenten verschwand all die vorig schaurige Ruhe des Drachen Nenn mich nicht so Ich habe dich satt Diese ganze Gruppe Niemand von euch sieht die Wahrheit Epsilon kämpfte bis zum letzten Atemzug und so sollten auch wir es aber diese beiden Die letzten beiden Worte betonte er voller Abscheu während er auf die Schatten an Auroras Seite zeigte Sie verraten lieber die Wahrheit unserer Meisterin und du kämpfst nicht für die Mission sondern für wahnsinnige Gelüste Ich brauche dich nicht ich brauche niemanden Gibt es vielleicht noch jemanden der mich verraten will ach warte ich bin ja schon alleine willst du dich vielleicht auch noch der Gruppe da drüben anschließen Amagaga stellst du dich auch noch gegen mich ohne Vorwarnung öffnete Endynalos den Beutel über seinem Kopf und alle Flüssigkeiten von Amagaga ergossen sich über den riesigen Drachen der sofort von seltsamen Farben durchströmt begann zu schreien in der Zeit sprang Amagaga panisch auf und stellte sich neben Dark Rai verpiss dich geh ich will dich hier nicht haben du bist nichts als ein Irrer kalt wie selten antwortete das fossil auf diesen Ausruf und doch bin ich rational und Stratege selbst ich erkenne dass der einzige Feind in dieser Situation dort ist mit all den Tränken auf seiner Seite ich habe keine dank was er damit alles kann aber keine Sorge wenn das jetzt zu Ende ist bin ich weg aber in diesem Kampf stehe ich auf eurer Seite in denselben Momenten durchdrangen grelles Licht und weitere Schreie den ewigen Drachen bis sich langsam das Gewusel legte grelle Farben streiten nun von Endynalos Körper was auch immer nun vor ihnen stand oder schwebte war nicht mehr der normale Endynalos all diese Kraft endlose Macht dimensionen in einer die Vision des visionslosen Rache für die gefallene Königin eine Mission des höchsten Dieners Kraft endloser Welten endloser Geschichten einer einzelnen Wahrheit auf Epsilon folgt Zeta Kraft der ewigen Weissagung Zeta Endynalos Zeta Zeta ein weiteres Mal durchdrang ein lautes Brüllen die Ruhe alleine der Schall so kräftig dass Aurora Probleme hatte auf der Stelle stehen zu bleiben sieben Kugeln begannen um Endynalos zu kreisen oder was auch immer dieses Wesen nun war sie ähnelten Endynalos Orbs waren jedoch um ein Vielfaches größer jede von ihnen vertrat eine Farbe des Regenbogens die Nummer sieben war pechschwarz was sind all diese Kräfte so endlose Macht aus so kleinen Flaschen ich hätte mich schon früher deiner Tränke bemächtigen sollen aber Gaga wenn Epsilon gefallen ist dann muss nicht eben das Werk der Meisterin vollenden die nächste Generation des Plots Zeta bricht an Aurora du denkst dass du die wahre Plotkriegerin bist nur da Epsilon aus Zorn das Ziel überschoss nichts ändert sich selbst meine innersten Bürden strahlen durch diesen Zorn und nun werdet Zeugen meiner Überlegenheit Verräter und Fehlgeleitete erneut folgte ein Brüllen dieses Mal sollte es Furcht erzeugen und eine Dominanz zeigen noch viel ist Aurora schwer die wahre Kraft Zetas einzuschätzen doch Amagaga wirkte sich dessen bereits sicherer das gewinnen wir nicht nicht so nicht gegen ihn immer noch im Zorn auf das Master meint der Plot Elite antwortete Aurora wie sie dachte wenn du aufgeben willst dann geh doch ich werde kämpfen und gewinnen an diesem Kampf liegt mehr als nur ein Sieg Amagaga wir müssen hier weiter ob wir wollen oder nicht es schien jedoch als hätte in den Worten des ehemaligen Leiters eine andere Botschaft gesteckt als die beiden Geschwister erst verstanden er ist übermächtig im Kampf können wir nicht siegen aber er warf einen Blick auf die eine Flasche welche er aus seinem Beutel entnommen hatte wir können ihn für immer versiegeln für immer Aurora ich brauche einmal deine Hilfe diese Flasche beinhaltet die Essenz einer fernen Dimension wenn ich sie zu Endynalas werfe zerstöre sie mit einem Angriff aus ihr entspringt ein Portal in eine Ferne abgeschottete Dimension eigentlich war es für dich vorgesehen aber das hier ist wichtiger ein ungeheures Misstrauen sorgte für widerstrebende Gefühle im Volnona doch sie wusste dieses letzte Mal sollte sie Amagaga wohl tatsächlich vertrauen meinetwegen also los bringen wir es hinter uns sofort tat Amagaga was er versprochen hatte er warf die Flasche hoch in die Luft direkt über den Kopf des Plottdrachen ein Blizzard traf nicht nur diesen sondern zerbarst auch die Flasche Amagaga hatte nicht zu viel versprochen ein riesiges Portal öffnete sich sofort ein starker Sog führte in es hinein Endynalas war direkt unter ihm direkt im stärksten Punkt des Soges doch er rührte sich nicht was erwartet ihr euch von einem derartigen Trick Aurora wozu bin ich in der Liga der unbewegliche Meisterkämpfer aber gut ihr enttäuscht mich dann bin ich jetzt dran Kapitel 62 das Opfer der Schatten alle Orbs über dem Kopf des Zeta begannen sich mit hoher Geschwindigkeit um dessen Kopf zu drehen als unzählige der bekannten kleinen Orbs sich aus diesen lösten genug war geredet worden die Fronten hatten sich verschoben und Kräfte wurden freigesetzt für den Sieg Auroras musste die Gruppe aus der Plot Elite abzüglich dem Zeta gewordenen Endynalos das Unmögliche möglich machen das Wesen welches vom Körper her immer noch Endynalos war bewegen das was nicht einmal Elementara geschafft hatte und noch dazu war seine Gegenwehr dieses Mal umweltenmächtiger als alles was er je zuvor leisten konnte schnell nutzte Zeta nun eine seiner neuen Techniken eine Attacke die ähnlichen Prinzipien folgte wie auch Epsilons Raumkreisel ein Angriff der die Umgebung so veränderte dass es für jedes Pokémon außer Endynalos schwieriger wäre sich zu orientieren und zu bewegen allerdings war es im Falle dieses Pokémon ein starker Wind was für die Gruppe schon beinahe eine Erleichterung war denn nun mussten sie nicht ständig die Krallen im Boden gegraben halten damit sie nicht selber Opfer des Portales wurden welches ihnen den Sieg bescheren sollte aber dies war auch nur ein kleines Plus in einem Duell wie diesem theoretisch standen die Karten für die Gruppe um Aurora nicht schlecht mit zwei Eistypen gegen einen Drachen doch in diesem Kampf schienen Typenvorteile das letzte zu sein was etwas bewirken würde gerade da es beinahe so schien als habe Zeta nicht einmal dieselben Typen wie Endynalos es ging eher in Richtung Elementara was bedeutete alles und die riesigen Orbs personifizierten die verschiedenen vertretenen Typen allesamt von diesen Gegenständen ging auch ein großer Teil der Angriffskraft aus immer noch basierte vieles von der Strategie des Drachen auf seinen kleinen Orb angriffen jedoch wirkte es als wären diese nun anders kontrolliert als könnte Zeta genau steuern welchen Typen er wann und wie verwenden wollte alles durch diese riesen Orbs dies bot jedoch auch eine offensichtliche Schwachstelle wenn diese fliegenden Kugeln das gesamte Geschehen beherrschten dann musste das Team nur diese zerstören um Zeta seiner Kraft zu berauben es gab nur ein großes Problem ihrer massigen Struktur recht tun hielt jeder einzelne Riesenorb einiges aus und mit all den kleinen Orbs die Zeta nun kontrollieren konnte kamen auch Heilorbs und diese wirkten nicht nur auf Pokémon sondern auch auf die Riesenorbs es war somit unmöglich einem dieser genügend Schaden zuzufügen um ihn zu zerbersten ohne dass jeder vorher gemachte Schaden wieder behoben wurde gleichzeitig zeigten all diese Fakten auch dass Amagagas Worte der Wahrheit entsprachen ein Sieg nach normalen Regeln war gegen diesen Feind unmöglich der einzige Ausweg war das Portal doch auch dieser Weg schien unmöglich dank Marshadow strömte die Kraft des Plot durch Auroras Adern doch gleichzeitig sah auch sie Epsilon war immun gewesen dies hatte sie im Relegationsduell bewiesen und wenn ihr der Plot nix anhaben konnte wie sähe es dann mit ihrem selbsternannten Nachfolger aus vermutlich sehr ähnlich deswegen kam es dem Volnona einfach sinnvoller vor die Kraft zu behalten und zu nutzen wie Darkrai am Eisberg aber auch das hier half nicht weiter und Marshadow schien ohnehin bei einer kampfunfähig in diesem Moment traf Darkrai eine folgenschwere Entscheidung einen fliegenden Gegner konnten all die Anwesenden nur aus der Distanz bekämpfen abgesehen von Marshadow der jedoch allgemein nichts ausrichten konnte er war der einzige der in den Nahkampf übergehen konnte es war riskant doch vielleicht die einzige Chance sofort wurde er jedoch erwartet und angegriffen von scharfen Krallen während die Orbs den Hauptkampf aus der Distanz übernahmen war es Zeta selber der im direkten Duell antrat auch Marshadow betrachtete wie sein indirekter Teampartner in den Kampf ging und er entschied sich seine Kampfunfähigkeit aufzuheben auch wenn es einen Preis kostete Aurora deine Plotkraft ich brauche sie wieder ohne sie kann ich nicht kämpfen ich will Darkrai unterstützen Verständnisvoll gab das Volnona die seltsame Kraft wieder ab und Marshadow schien wieder deutlich an Energie zu gewinnen sofort nutzte er also seine Chance um Kopien zu erschaffen seine Spezialität welche er alleine durch die Plotenergie im Inneren beherrschte Aurora pass auf dich auf ja und grüß Cal von mir was bevor die Plotkriegerin ihre Frage überhaupt fertig stellen konnte folgten alle Marshadow Darkrai in einem direkten Kampf Elementaras Teampartner schien bereits dem Ende seiner Kräfte nah Zeta war ein Gegner weit zu mächtig für ihn erst ein gesammelter Hieb der Marshadows ließ den Fokus des Drachen umschlagen Darkrai was bist du bereit für diesen Sieg zu geben der angesprochene schien mehr zu verstehen als Aurora beide der Schatten begannen sofort im bekannten Plot orange zu glühen aber Gaga gib uns deine Kraft in einem seltenen Anfall der Selbstlosigkeit folgte das Fossil den Worten Darkrai auch er begann zu glühen jedoch schwebte das Licht schnell im Wind zu den beiden Schatten Zeta beobachtete die Lage wirkte jedoch unbeeindruckt was ist euer Ziel versucht ihr den Plot als Waffe gegen mich zu nutzen ihr verschwendet Zeit und Energie sterbt und erspart uns allen diesen Kampf ohne auf die abwertenden Worte zu hören warf Marshadow der sich inzwischen wieder geeint hatte einen Blick zu Darkrai wir wissen alle dass wir dich niemals bezwingen können Zeta egal ob mit Plot oder nicht aber deshalb geben wir nicht auf im Gegenteil heute können wir nur verlieren aber wenn du mit uns scheiterst sind wir die Sieger vor wenigen Tagen hast du als unbeweglicher Bein an meinem Team den Titel gekostet seitdem bist du um einiges stärker geworden sowohl die Körper von Darkrai als auch von Marshadow schienen sich aufzulösen in reine Kugeln aus Plotenergie die zusammen mit der Kraft Amagagas zu einer wurden auch jener war einfach verschwunden als Aurora einen Blick zur Seite warf das Trio der Stimmen ertönte aus dem gleißenden Licht alle schienen dasselbe synchron zu sagen die Schatten die die Sonne verdecken in den Zeiten in denen das Licht der Dunkelheit den Weg weist das Band der wahren Elite Zetas gesamter Körper wurde von dem orangenen Licht umhüllt allerdings schien es keine Auswirkungen zu haben unbeeindruckt wandte sich der Plotdrache an Aurora die vergeblichen Suche deiner Scheinfreunde sind wertlos nun bleibst alleine du Aurora denkst du bist der Kraft Zeta gewachsen ohne auch nur einen Moment zu zögern schoss der Drache nach unten in Richtung Aurora doch inmitten des Sturzfluges stoppte er was was soll das lass mich oh nein vergiss es Zeta heute stehen wir für den Frieden den wir bekämpft haben und für diesen Frieden muss Aurora ziehen und das wird sie auch so sehr ich es selber hasse und dabei ist für dich kein Platz erneut leuchtete das Licht auf greller als noch zuvor Zeta wirkte eingefroren in der Bewegung so sehr er auch versuchte sich zu befreien nur Machados Stimme erklang noch als der unsichtbare Drang den Drachen an den Rand des Portals zu stürzen schien Aurora ich glaube an dich ziehe los und erfülle unseren Traum und brichte Elementara von dem was ihr vorgefallen ist mit diesen Worten verschwand Zeta endgültig in dem Portal welches sich sofort schloss und mit ihm auch das Licht der Plot Elite all die Pokémon die hier versammelt waren waren fort laut Amagagas Worten versiegelt für immer für einen Moment strauchelte Aurora damit die Ereignisse zu verarbeiten Zeta war fort aber mit ihm auch Machado die gesamte Plot Elite abzüglich Zetas hatte sich geopfert auf ewig verbannt um ihr nun den Weg zu ebnen die letzten Meter dieser Reise musste sie alleine bestehen mit dem Wissen dass sie ihren Bruder verloren hatte zum zweiten Mal kurz stand sie einfach da im Schock über das Geschehene Aurora selber merkte Tränen die sich in ihren Augen sammelten und doch sofort wischte sie sich über die Augen entschlossen wie nie zuvor diese drei Pokémon Freunde Feinde und Familie Darkrai Amagaga und Machado sie alle hatten sich geopfert damit Aurora dem Autor entgegentreten und den wahren Frieden bringen könnte sie musste nun voranschreiten um den Willen der Geschwundenen und für Kel sofort begann das Wurla den steilen Aufstieg die Überquerung der Gebirgskette an sich war es eine schwierige und kräftezehrende Angelegenheit doch Aurora spürte ihre Schmerzen nicht einmal alles was galt war das Ziel den Weg ignorierte sie und so erreichte sie schon nach wenigen Stunden die Bergspitze was sich ihr nun darbot war ein besonderer Anblick eine ewige Weite aus Fels düster und grau eigenartige regenbogenfarbene Wolken hingen über diesem nahezu leeren Ort nur ein Naturwunder erstreckte sich in der Mitte dieses Ortes eine Grotte deren Eingang pechschwarz schien dies war es der Verstand der Welt noch kürzer als der Aufstieg war die Zeit die es in Anspruch nahm bis Aurora vor dem seltsamen schwarzen Tor stand selbst direkt vor dem Eingang schien kein Blick ins Innere gewährt zu werden der farbige Nebel hatte sich auf den Metern des Tales beinahe an Aurora geheftet folgte ihr wie der Schweif einer Sternschnuppe doch nach einem letzten Atemzug als Aurora den entscheidenden Schritt tat schwanden auch die schwebenden Farben alles was verblieb war die pure Schwärze um Aurora Minutenlang lief sie geradeaus ohne einen Weg welchem sie folgen könnte irgendwann müsste sie doch das Zentrum der Höhle erreichen oder nicht mit jedem Schritt erwartete sie in der Ferne irgendetwas zu erblicken riesige Flammen einen Blitz in der Finsternis leuchtende Augen irgendetwas was der Aura dieses Ortes würdig war das den Schauer personifizierte und nach gefühlten Stunden einer langen langen Zeit in der Dunkelheit bemerkte sie ein kleines grünes Licht welches zu ihren Seiten schien zu erscheinen mit jedem Schritt wurde der Raum um sie erhoben heller nahm eine Form an und jedes Mal wurde Aurora etwas langsamer bis sie bald stehen blieb auf einer ewigen grünen Wiese unter einem sonnigen Himmel nur einzelne Wolken schwebten durch die blaue Einheit und manche Blumen durchbrachen das Gras nichts an diesem Ort ergab Sinn so simpel er auch sein mochte es gab nichts was die ewigen Weiten der Natur durchbrach fast nichts ein kleiner Punkt in der Ferne klein aber doch einflussreich beinahe wie eine Art Kraftfeld zog es Aurora dorthin ohne wahrlich zu wissen was sie erwartete doch im Bewusstsein was es sein könnte nach vielen weiteren Schritten und einem immer weiter wachsenden goldenen Punkt im Blau wurde eine Form erkennbar die Umrisse eines Löwen eines Arcani des Arcani welches Aurora suchte vorsichtig und doch entschlossen schritt sie schnell voran das Gras raschelte unter ihren Füßen das Zwitschern von Vögeln durchdrang die Luft doch nicht ein Tier war zu sehen Kel hatte den Rücken zu seiner Partnerin gedreht den Blick auf einen Gegenstand gerichtet welcher wie magisch in der Luft zu schweben schien Kel nun erst bemerkte auch das Güldner Arcani die Ankunft Aurora Aurora Stumm nickte er in Richtung einer Stelle direkt neben ihm ohne zu zögern stellte sich Aurora dorthin nicht eine Sekunde des Zweifels zwar war Kel bei ihrer letzten Begegnung nicht er selber gewesen doch dies hatte sich hier geändert sie wusste es sie spürte es dieser Ort war keiner von Falschheit Kampf und Verrat dieser Ort war Frieden und das obwohl ein Symbol des größten Krieges hier schwebte umgeben von lila Blitzen gehalten wie ein Kraftfeld die Schwertfeder und als würde die Umgebung selber sprechen ertönte eine Stimme als Aurora sich setzte du bist angekommen Aurora ich möchte dich beglückwünschen vieles liegt hinter dir große Abenteuer große Qualen Verrat Schmerz und die Ungewissheit und trotz alledem stehst du nun hier vor mir du hast ein Schicksal erfüllt welches nur die Stärksten der Starken überleben können und dazu begleitest du einen Gebrochenen er war ein Wegweiser doch auch oft ein Hindernis geplagt von sich selbst einer verlogenen Vergangenheit dem ewigen Schmerz des nie geschehenen Wer bist du? Zwar kannte Aurora die Antwort bereits doch in diesem Moment schien es einfach die einzig richtige Frage zu sein eine Tiefsinnigkeit steckte in diesen Worten die die Fragestellerin selber nicht einmal erkannte eine besinnliche Ruhe ich bin wer dich rief wer diese Welt kreierte wer deine Vorfahren erschuf ich bin der seine Kreation prüfet in meiner Welt nennen sie mich Jason doch ihr kennt mich als den Autoren Kapitel 63 Tränen Schmerz und Krieg der Autor eine Person die jeder von euch da draußen kennt wo immer ihr diese Worte gerade hört und das bereits seit langem derjenige der die Reise von Anfang an beobachtete alles niederschrieb die Pokémon sah und ihre Leiden vermittelte denn ich bin der Autor und dies ist meine Welt und auch Aurora und Kel würden nun erfahren welche Macht eine Feder den Menschen verleihen kann du sagtest gerade deine Welt was meinst du damit lasst mich euch erklären was alles geschah Aurora und Kel dies ist wofür ihr gekämpft habt und was ihr euch verdient wie ich bereits sagte lautet mein Name Jason und ich bin ein Mensch als er dieses Wort vernahm trat Kel zurück unbewusst von der Falschheit seiner Wahrheit ein Mensch so wie so wie ich meine Antwort folgte so schnell wie sie auch wahr war lasst es mich erklären ich bin ein Autor ein Geschichtenschreiber in diesen Momenten sitze ich an einem kleinen Tisch in einem wenig beleuchteten Raum spät am Abend vor einem Gerät und beobachte ich bin ein Autor und schon viele Welten kreierte ich denn dies ist es was Autoren tun ich kreiere Welten und teile die Ereignisse mit meinen Zuhörern und diese Welt eure Welt sie ist mein Magnum Opus ihr seid besonders denn diese Welt ist jene in der ich die Geheimformel brach in dieser Welt nahmen meine Charaktere Leben an nicht ein Wort schienen die beiden Leiter des Kampfteams zu verstehen jede meiner Geschichten hat zwei wichtige Bestandteile eine Welt und Charaktere der Plot ist im Prinzip was ich aufs Papier bringe mein Verstand dieser Ort ewige Dunkelheit in verborgenem Frieden normalerweise sind Welten und Wesen statisch wenn ein Autor sie kreiert es alles gehorcht nur seinem Willen der Autor hat jede Macht doch in dieser Welt entstand eine Generation an Pokémon welche ohne meinen Einfluss lebten als normale Wesen die neue Generation eine Generation an Pokémon entsprungen aus jenen welche ich einst schrie und schon bald war dieser Ort belebt von vielen vielen Wesen die ihre eigenen Leben führten nur die Welt als solche unterlag all die Jahre immer noch meinem Verstand und mir als Autor was du also sagen willst ist dass das ja alles eine Geschichte ist die du kreiert hast ja auch gerade hören Leute was an diesem Ort geschieht die Zuschauer die Zuhörer nun lasst mich erzählen was anschließend geschah denn als die neue Generation entstand begann ich nachzudenken Großes könnte ich mit dieser Welt anstellen und doch ein Autor trägt riesige Verantwortung er ist der Gott seiner eigenen Welten und wenn in diesem noch wahres Leben existiert diese Welt muss als eigenes bestehen können doch ich wusste nicht ob die Pokémon wahrlich bereit sind um alle gemeinsam der Autor zu werden wieder schienen beide Pokémon meine Worte nicht zu verstehen ein bekanntes Gefühl für mich es geschieht oft wenn ich meine wahren Gedanken ausdrücken will Autor ist wer die Welt steuert mein Wille kann alles steuern außer die Handlung der meisten Wesen doch dadurch mit nur einem Satz kann ich all meine kontrollierende Kraft auch abgeben unter allen Pokémon teilen so dass jeder die Zukunft ändern kann doch jeder gleich stark jeder wäre gleich es wäre eine Welt wie diese nur dass Entscheidungen kann wahrlich etwas bewirken diese Welt kann frei werden redest du von dem Frieden den ich mir erträumt hatte eine Welt in der jeder seine eigene Zukunft bestimmt und kreiert genau dies doch was wäre wenn die Pokémon nicht bereit wären also stellte ich eine Prüfung Kel diese Prüfung warst du ich bin eine Prüfung sag doch was du meinst wieder dasselbe du warst nie ein Mensch du warst nie ein Pokémon oder auch schon Kel du erinnerst dich nicht aber jahrelang lebtest du an diesem Ort fern von allem Leben hier wuchst du auf oder eher gesagt in einem hellen Blitz veränderte sich die gesamte Umgebung die ewige Wiese schwand stattdessen befanden sich die Pokémon nun an einem schmutzigen Ort die Luft war durchtränkt von Rauch die Wände setzten bereits Schimmel an besser gesagt an diesem Ort das was du als die Menschenwelt kennst Kel du warst eine Prüfung ein eigenartiges Wesen eine Art halb neue Generation du Kel bist das vorletzte Pokémon welches ich selber kreierte nur gefolgt von Endynolos welchen ich sofort freisetzte um Epsilon zu helfen ich sandte ein gebrochenes Pokémon in diese Welt kreiert durch mich selber gepeinigt von allem damit ich weiß dass diese Welt eine Lebenswerte ist drei mögliche Ausgänge hätte die Prüfung haben können Kel hätte sterben können durch seine eigene Trauer oder äußere Einflüsse die Plottkriegerin und die Plottkaiserin hätten ihre Kräfte verloren genau wie die Schatten oder Plottelite wie ihr sie genannt habt das Leben wäre weitergegangen wie zuvor die Prüfung wäre nicht bestanden doch es hätte deutlich schlimmer werden können in Kelts Kern brodelte eine Art ungebändigter Plot eine tödliche Essenz die mit Hass an Macht gewinnt wäre all der Hass zu viel geworden dann wärst du Kel wie du immer befürchtetest zum Teufel geworden ich hätte diese Welt ihrem Schicksal überlassen denn wenn ein gebrochenes Pokémon noch weiter zerstört wird ist dieser Ort nicht lebenswert doch es gab noch eine Option der Krieg endete und Kel lebt die Plottamor ist geeint somit ist der Plott im Inneren gebändigt Epsilon ist gefallen diese Welt nahm Kel auf und stützte ihn vor allem du Aurora dich erwählte ich als Plottkriegerin du warst erwählt Epsilon entgegenzutreten und Kel zur Seite zu stehen denn ich glaubte an deine Aufrichtigkeit deinen Mut und deine Treue anders als Epsilon hoffte ich in deinem Fall auf einen Sieg denn unmoralisch wie dies sein mag in dieser Geschichte war Epsilon ein Werkzeug meinerseits sie war das Hindernis eine Wahnsinnige der ich Kraft gab ihren Wahn zu leben vieles ging nun in den Köpfen der beiden Wesen vor sich es war verständlich denn vieles hatte sich offenbart und vieles von allem wirkte wohl völlig unglaubwürdig Kel als eine Kreativität nicht als Mensch Kel war Plott nicht mehr nach einer Weile der Stille erhob das Akane jedoch seine Stimme aber wenn das alles deine Pläne waren warum hast du mich auf dem Vulkan gerettet hast du damit nicht das Ergebnis deiner eigenen Prüfung gewandelt diese Frage musste ich jedoch verneinen mein Eingreifen war nicht nötig denn Epsilon traf dich auf dem Berg auch wenn du dich nicht mehr erinnerst sie hatte dich gesucht wollte Rache wenn was am Eisbeck geschah selbst ein Wesen wie sie konnte es nicht ertragen doch als sie dich zur Rede stellte all der Hass all die Vorwürfe Qualen Hieb um Hieb jeder Einzelne es erweckte zum ersten Mal die Stimme des Wesens in dir du magst vorgehabt haben dein Leben zu beenden doch ich griff niemals ein Epsilon schaufelte sich damals ihr eigenes Grab da sie Rache wollte also mit allem was du sagst und was geschehen ist heißt es dass die Prüfung vorbei ist dass diese Welt frei werden kann die Umgebung um die beiden Pokémon und die Schwertfeder wandelte sich erneut eine Arena erschien ähnlich der von Crowning doch ein Unterschied machte diesen Ort viel besonderer alles schien aus Sternen kreiert ein wahrer Schauplatz eine Arena für die Kämpfer sterben würden um sich in ihr zu duellieren es war Zeit für die volle Wahrheit nein eine letzte Bedingung habe ich ich sagte es euch bereits alles was an diesem Ort geschieht Zuschauer werden es beobachten alles was geschieht es ist eine große Geschichte und hier stehe ich nun als Autor für meine Zuschauer Epsilon wurde in einer großen Schlacht bezwungen doch nun kam es zu dieser großen Begegnung das große Finale der Geschichte ihr seid die große Schau über viele viele Wochen und Monate hinweg verfolgten all diejenigen die meinen Worten nun zuhören eure Reisen sie hofften für euch fieberten mit alle von ihnen hofften auf euren Sieg und doch nach großen Liga kämpfen schlachten gegen mächtige Feinde es bleibt eine wichtige Frage offen die Sterne der Arena begannen rot zu glühen welches Pokémon ist wahrlich das stärkste Kel oder Aurora diese Frage wollen sie beantwortet haben und die Zuschauer wollen Drama Tränen, Schmerz und Krieg bis zum bitteren Ende also kämpft kämpft und beweist wer die wahre Macht hat kämpft bis zum Tod und wenn nur einer von euch verbleibt dann werde ich diese Welt freisetzen offensichtlich nahm mein Verhalten eine drastische Wendung welche Aurora und Kel nicht vorhergesehen hatten ihnen schien nicht bewusst was ein Autor bereit ist zu opfern wir sollen kämpfen weshalb niemals würde ich Kell etwas antun Kells Antwort kam in weniger Worten doch mehr taten sofort sprang er das schwebende Schwert an welches aus der Luft stürzte und seine blitzende Auge verlor ein gewaltsamer Flammensturm verschmolz das Gold und brannte die Feder nieder ein vergeblicher Versuch Kel was soll denn das bezwecken das Akane schien nicht zu verstehen wie ich immer noch mit ihm sprach was du bist immer noch hier aber ich dachte das Schwert im Prinzip habe ich die Schwertfeder nur genutzt um euch eine Gestalt zu geben unter welcher ihr euch mich vorstellen könnt aber sagte ich es nicht bereits ich sitze hier in einer fernen Welt doch habe ich all die Macht über euch du hast keine Macht lieber kämpfe ich gegen dich als gegen Aurora schnell entschied ich dass ich nun auch ohne Worte antworten sollte stattdessen entsprang dem Boden ein riesiger Drache einer fernen Welt manchen bekannt als Omegon zudem schwebte nach wenigen Sekunden eine Rüstung hinter Kel und Aurora durchzogen von orangenem Licht die Rüstung Epsilons selbst ein Pokémon war in ihrem Inneren doch es war künstlich ähnlich wie Kel selber da all dies noch nicht ausreichen sollte entstiegen tausende Schattengestalten dem Boden alle in Form verschiedener legendärer Pokémon und um dem Spektakel die Krone aufzusetzen entflammte am Himmel eine riesige Sonne Hitze strömte durch die Arena Flammen umkreisten alles doch im nächsten Moment war all dies verschwunden also habe ich keine Macht all dies erschuf ich euch alleine durch Worte auf Papier es dauert für mich eine Minute um euch tausend Armeen endloser Stärke in den Weg zu stellen aber auch nur wenn ich Langeweile habe du weißt ich kontrolliere alles außer den neuen Generationen selbst diesen Ort wenn ich wollte könnte sofort die Höhle einstürzen oder ein Kilometer tiefes Loch erschienen unter euren Füßen ein Satz ist alles was ich bräuchte um euch den sicheren Tod zu bescheren und kein Schmerz freien zumindest nicht wenn ich das möchte immer noch wirkte es als würde meine eigene Kreation rebellieren wollen gegen das was ich für ihn bestimmt hatte jedoch war es Aurora die versuchte diesem Wahn mit Sinn beizukommen Kel ist es stimmt was er sagt wir sind nicht in der Position um uns irgendwie zu wehren und was wäre das Opfer eines Pokémon gegen die Freiheit dieser Welt meinst du nicht und woher wissen wir dass er seinen Teil der Abmachung überhaupt erfüllen würde nach allem was wir gesehen haben und gehört haben gibt es keinen Grund für uns auch nur ein Wort zu glauben und doch habt ihr sofort jedes Wort akzeptiert und die Prüfung ist bestanden ich schwor euch zu belohnen und werde dies auch tun wenn ihr die Geschichte beendet wieder schien Kel keine Einsicht zeigen zu wollen nein ich kann nicht gegen Aurora kämpfen allein schon weil es ein grundlegend unfairer Kampf ist Feuer gegen Eis wenn du tot brauchst für dein großes Finale dann sei es so mach mit mir was du willst ich bin doch ohnehin nur dein Abfallprodukt schenk Aurora den Frieden den sie sich immer gewünscht hat und lass sie aus deinen kranken Idealen raus ein derartiger Edelmut war nichts anderes als ich von einem Helden meiner Geschichte erwarten würde doch so einfach sollten die Dinge nicht werden zwar mag Aurora als Eis-Pokémon gegen Feuer stehen doch sie ist die Auserwählte was ich brauche ist nicht nur Blut es ist ein Kampf der höchsten Spitze nun endlich war der Punkt gekommen an dem selbst Kel seine Chancenlosigkeit einsah langsam und geschlagen stellte er sich an eine Seite des Rings Aurora es tut mir leid es muss dir nicht leid tun aber bitte versprich mir eins Eiszacken schossen aus dem Boden Kämpfe mit aller Kraft denn ich werde dasselbe tun Kapitel 64 der stärkste Willen wenn es schon so enden muss im Namen der Freiheit dieser Welt dann bieten wir ihnen ein Finale das man sich nicht besser wünschen kann ein silhouettenartiger Umriss erschien am Himmel über der Arena wie ein Wächter über den folgenden Kampf ihr trefft eine weise Entscheidung nun denn lasst das Finale stattfinden lasst die Spiele beginnen und die Wahrheit wird offenbart Hagel stürzte vom wolkenlosen Himmel Regenbogenfarbenes Licht umgab Aurora oft hatten sie und Keller einander duelliert im Training für die Liga doch immer waren es Ringkämpfe gewesen und nie stand so viel auf dem Spiel wie hier und gleichzeitig obwohl der Verlierer an diesem Ort sterben musste würden beide Parteien eine Niederlage vollends akzeptieren sie wollten sich selber nichts beweisen sie wollten niemandem etwas beweisen alles was die beiden wollten war eine Schau zu liefern um ihrer Welt die Freiheit zu schenken und diese Show begann schnell mit dem Aurora Schleier bereits schützend um dem Volnona schwebend begab sie sich auf eine ihrer Eissäulen und begann einen defensiven Kampf was dieses Duell ausmachte wie kein anderes war dass die beiden Kontrahenten den Kampfstil des jeweils anderen auswendig kannten beinahe so gut wie der Kämpfer selbst so wusste Aurora natürlich dass die Distanz ihre Waffe wäre in einem Kampf wie diesem und Kel wusste dass er um den Fernkampf herumspielen müsste unzählige Spitzen umgaben schnell das Schlachtfeld zur Hälfte aus Fels zur Hälfte aus Eis während Aurora sich elegant über die Spitzen bewegte schlängelte Kel sich blitzschnell durch die Lücken um so Deckung zu bekommen und schwerer zu verfolgen zu sein jedoch störte Aurora sich sehr an den Stein zwar lernte ihre Spezies keinen Angriff der derartige Hindernisse gut beseitigen könnte doch zumindest in dieser Form konnte ihr sonst gegen Kel wirkungsloser Stahlstrahl helfen allerdings gab dieser sie auch für Angriffe frei wenn nur für Bruchteile von Sekunden im Kampf der Giganten musste man jeden Moment zu nutzen wissen und schnell musste Aurora feststellen dass sie es nicht geschafft hatte sie hatte Kel im Getümmel des Feldes aus den Augen verloren und entschied sich so unsanft auf einer Steinsäule zu landen auf welcher sie schwerer ihr Gleichgewicht halten konnte als auf Eis und mit einem Schlag all ihre eigens kreierten Plattformen zu zerbersten erst als das Kampffeld so wieder deutlich freier wurde bemerkte das Aurora wahrlich ihre Lage denn immer noch konnte sie Kel nicht erspähen trotz eines Blickes durch nahezu die gesamte Arena es gab nur eine Möglichkeit was dies heißen könnte sofort drehte sie sich um und blockte ohne zu zögern wissend dass ein Hieb Kelz hinter ihrem Rücken wartete und zwar hatte sie Recht und schaffte es auch den Schaden zu mindern doch Eisenschädel versucht verursachte immer noch große Schäden und stieß die Plottkriegerin von ihrem Stein an den Thron wenn auch unsicher fing diese sich ab und entschied sich ein weiteres Risiko einzugehen es gab genau einen Angriff welchen sie beherrschte der Kel stark traf und das war Schaufler jedoch war der Angriff nicht umsonst sehr sehr unbeliebt in der Liga da Erdbeben die wohl häufigst vertretene Attacke war und auch Kel beherrschte dieses weshalb der Versuch dem wohl Nona selbst das Genick brechen könnte allerdings wusste sie selber nicht einmal mehr hatte sie diesen Angriff jemals in Kels Umgebung genutzt? wenn er nicht damit rechnete könnte sie vielleicht ihren Hieb landen bevor er reagieren könnte blitzschnell verschwand Aurora also im Boden und auch wenn sie es nicht sah wurde ihr großes Glück zuteil denn tatsächlich war Kel völlig durch den Wind nicht wissend was genau seine Partnerin gerade trat und als er realisierte und gerade Erdbeben nutzen wollte kam das Fuchspokémon bereits aus der Erde emporgeschossen Kel wurde gegen die Wand der Arena geschleudert richtete sich aber sofort wieder auf so etwas wie ein Aus gab es hier nicht der Kampf lief bis zum bitteren Ende und kein Pokémon wollte nachgeben schneller als Aurora wieder bereit war zu reagieren stürzte sich Kel bereits mit einem Abschluss von der Wand wieder auf das das Volnona brennende Krallen über den Boden zieht die eine Spur der Asche im Sternenstaub hinterließen wieder einmal war Aurora gezwungen den Angriff physisch zu blocken auch wenn dieses Mal der Aurora Schleier mehr Wirkung zeigte jedoch war nun genau eingetreten was sie von Anfang an hatte verhindern wollen eine Nahkampfsituation Aurora dachte zurück an die Schlacht gegen Epsilon denn diese Kampfphase in welcher Kel um Welten überlegen war war er es wirklich sie hatte es im Kampf gegen Epsilon bereits mit Kel hier aufnehmen müssen da Epsilon die Kontrolle ergriffen hatte und genau dort war es gewesen wo sie lernte dass Kells größte Schwäche war in seinem eigenen Element herausgefordert zu werden ein schlanker agiler Fuchs gegen einen zwar ebenfalls recht schnellen doch auch massiven Löwen ein defensiver Nahkampf war was sie brauchte schnell kreierte Aurora einen frostigen Kreis auf dem Boden um Kells Beweglichkeit weiter einzuschränken Fortbewegung fand nun auf seine Gefahr statt weshalb er sich möglichst einschränken wollen würde Aurora hingegen konnte sich noch agiler bewegen und wenn es nur auf wenigen Quadratmetern war das Arcani versuchte schnell und kräftig seine Hiebe zu landen doch Aurora entging wenn oft nur knapp und schnell bemerkte sie Kells Frustration denn er sah dass er in seinem eigenen Element scheiterte und diese Frustration führte schlechte Entscheidungen mit sich und vor allem einen aggressiven Kampfstil so nahm Kel sich trotz der Lage Zeit einen Feuerball aufzuladen auf diesen Moment hatte Aurora gewartet sie wartete bis zu dem Moment in welchem Kel seinen Angriff entlud genau dann nahm sie Schwung und warf sich auf den Boden sodass sie unter dem Arcani hindurch rutschte dabei konnte sie der ungeschützten Unterseite mehrere Krallenhiebe verpassen und als sie wieder aufstand wankte Kel wenige Sekunden tat er nichts dann fiel er zu Boden der Kampf war zu Ende leise erhob sich Auroras Stimme Kel bitte vergib mir warte von meinem Eingriff überrascht stoppte Aurora was sie tat ein Licht umgab Kel und er wurde wieder auf die Füße gehoben so wenig er es zu wollen schien Kel du kommst der Vereinbarung nicht nach glaubst du wirklich dass ich deine Intrigen nicht erkenne du sollst kämpfen so mächtig du kannst bis zum letzten Atemzug ein zorniger Blick glitt vom Arcani in den Himmel wo meine Silhouette immer noch schwebte warum sollte ich auf dich hören die andere Kämpferin wirkte nicht wirklich verstehend was aber Kel ich dachte der Lügner ist nicht einmal nah an seinen Limits es ist deine Bestimmung diesen Kampf zu gewinnen du bist das stärkste Pokémon Kel und du solltest dies beweisen stattdessen wählst du jedoch Sturheit über Verstand gut machen wir es so auch Aurora wurde von Licht umfasst das bekannte Orangene des Plots und vor Kel erschien ein Gegenstand ein Schwert mit goldenem Griff umgeben von Blitzen die Schwertfeder und wenige Meter hinter dem Schwert erschien ein weiterer Schatten die Umrisse eines menschlichen Körpers meines Körpers ein neues Mittel der Vermittlung meiner Präsenz du bist stark stärker als Aurora und wenn du einen wahren Kampf kämpfen würdest dann wärst du der Sieger also los erfülle deinen Teil der Abmachung nimm die Klinge und setze den Hieb nach welchem Epsilon sich sehnte dann soll die Welt frei werden ein Hieb für eine Welt Kel selber verstummte den Blick allein auf die Waffe vor ihm gerichtet Aurora hingegen aus ihrem Zustand der Unbeweglichkeit sprach ihre Gedanken aus ihre Stimme sanft wie selten Kel es ist in Ordnung ich habe mein ganzes Leben für die Freiheit dieser Welt gekämpft und wenn mein Tod das letzte ist was dafür geschehen muss dann bin ich stolz so ein Ende zu finden ein Blick voller Emotionen tauschte sich zwischen beiden aus mehr als jedes Wort vermittelte sich in ihm und anschließend nahm das Akani langsam aber unsicher das Schwert auf und wieder warf er einen Blick zu Aurora bevor er die Silhouette meines selbst ansprang und das Schwert gegen mich erhob sein Hieb glitt einfach durch den körperlosen Schatten doch er setzte ein Zeichen so so das ist es was du möchtest wieder entsprang tausende Schatten aus dem Boden alle versammelt hinter meinem eigenen richtest du dich wahrlich gegen mich Kel überlege dir gut was du wahrlich erreichen möchtest ich gebe dir noch eine Chance tue was du tun musst jetzt ich spürte endlose Angst im Pokémon mir gegenüber der Anblick meiner Macht war beeindruckend und doch entschied er sich nicht nachzugeben nein niemals du wagst es immer noch zu rebellieren weißt du denn nicht was du mir alles verdankst als die Antwort auf diese Frage folgte stabilisierte sich die Stimme des Akani doch Schmerz Leid Zweifel Hass der einzige Grund aus dem ich irgendwie noch ein Pokémon bin ist Aurora niemals werde ich dir auch nur einen Ansatz dessen verdanken was ich ihr alles schuldig bin denn weißt du was sie ist ein besseres Wesen als du selbst ich bin das Epsilon war es du bist selber nichts als ein einzelnes Lebewesen und doch stehst du hier und handelst wie ein Gott du bist nicht bedeutender nicht größer als wir auch wenn du es sein willst lieber sterbe ich im Kampf als auf Knien zu leben die Arena verdunkelte sich die Schatten schienen zu wachsen Aurora versuchte zu reden doch dieses Mal hielt ihr Gefängnis sie ab dies war nicht mehr ihr Gespräch so willst du dieses Spiel spielen Kel ich gebe dir 10 Sekunden du kennst deine Aufgabe niemals eine Art Schwert erschien in der Hand meines Schattens ähnlich wie die Schwertfeder doch pechschwarz muss ich noch mehr Druck ausüben tu was du sollst oder ich werde diese gesamte Welt dem Erdboden gleich machen dies schien derart irrational dass Kel wahrlich nicht mehr verstand weshalb deine Taten ergeben keinen Sinn scheinbar lehrte dich diese Welt Rebellion gegen meine Macht und nicht was ich mir erhoffte und weshalb muss diese Welt dir gehorchen dein Plan war es doch sie zu befreien unabhängig von deiner Kontrolle also sagt mir weshalb ist dieser Gehorsam dir so wichtig auf diese Frage fehlte mir die Antwort ich hatte doch etwas übertrieben und war an einen Punkt gekommen an dem ich selber das Schauspiel nicht fortsetzen konnte es war wohl doch etwas zu viel des Guten Schluss mit dem Schwachsinn die Arena verschwamm wieder um uns herum Auroras Gefängnis mit ihr all die Schatten und mein Schwert entflohen ebenfalls der Realität völlig verständnislos blickte das Akani mich an wessen Waffe sich ebenfalls auflöste ich habe genug gesehen die Prüfung ist vorbei die Prüfung aber war sie das nicht schon sag mir Aurora was wäre der Sinn der Dinge welche ich sagte wenn ich diese Welt befreie alleine dadurch dass Kel bis hier hin lebte was würde es nützen ich kreierte ihn als ein Wesen welches andere als Werkzeuge seines eigenen Fortschrittes nutzte was gerade geschehen war es war doch irgendwo auch wie damals auf dem Eisberg Kel du wurdest getestet und du hast mich begeistert du bist nicht wen ich erschaffen habe aus der gebrochenen Seele wurde der stärkste Wille immer noch schien die Bedeutung der zigsten Wendung noch nicht ganz den Verstand der Pokémon zu erreichen also sollte ich so reagieren du wolltest dass ich mich wieder setze was soll das jetzt eine Prüfung in der Prüfung eine Prüfung für die Prüfung das wahre Ende der Prüfung nach all den Reisen und auch damit ihr meine Intention nicht fehlinterpretiert zu keinem Zeitpunkt dieses Kampfes befand sich Aurora in Lebensgefahr hättest du dich überzeugen lassen Kel so hätte ich eingegriffen doch nun kurz musste ich pausieren Schmerz ist etwas unumgängliches der Preis für Frieden ist riesig und manchmal sind selbst Wesen die einer Welt ein Gott sind machtlos nicht alles war geschehen wie ich es gehofft hatte ich kannte den Bund welchen Kel und Aurora entwickelt hatten ich hoffte dass sie Freunde werden würden doch nie hatte ich erwartet dass sie einander so nahe stehen könnten es tut mir leid doch die Zeit des Abschieds ist gekommen Kel du kannst nicht bleiben Kapitel 65 der Preis für Frieden was was meinst du Auroras Verwirrung und Zorn spiegelten sich in ihren Worten deutlich wieder der Betroffene selber reagierte mit Misstrauen nach allem was geschehen war verständlicherweise soll das noch eine Schicht der Prüfung sein warum sollte ich nicht bleiben können es ist eine Wahrheit welche ich nicht möchte aber doch nicht abwenden kann es hat mit den Grundlagen des Plots und der Kreation zu tun Kel du bist geschaffen aus dem reinen Plot die stärkste Kraft des Schicksals es ist deine Seele dein ganzes Wesen und nun soll diese Welt frei werden bitte vergebt mir ihr beiden als ich dich kreierte Kel ich erhoffte mir dass du diese heutige Prüfung bestehst als ein Freund Auroras und wegen einem Sinn der Gerechtigkeit aber ich unterschätzte euch niemals hatte ich erwartet dass ihr einander je so nahe stehen könntet denn ich wusste von Anfang an dass du gehen müsstest Kel aber warum ich verstehe es nicht warum muss er gehen langsam schwand der Zorn in der Stimme des Wulnona stattdessen begann sie zu realisieren dass sie ihre Liebe nur gefunden hatte damit das Schicksal ihr einen derartigen Hieb versetzte und Trauer und Frust begannen ihren Platz einzunehmen lasst mich euch die Welt und den Plot erklären seht diese Welt als eine Art Körper und ich als Autor bin das Herz der Welt der Plot ist das Herz der Welt was diese Welt nun erfahren soll ist eine Freiheit der Autor wird schwinden die Lebensenergie des Herzens wird auf jeden Fleck des Körpers verteilt wenn so der gesamte Körper die Aufgabe des Herzens übernimmt könnte ein Wesen leben aber es wäre eine schwere Umgewöhnung eine Zeit des Schmerzes und nun stellt euch vor all die Energie die beinah droht den Körper noch zu zerreißen ist verteilt doch der Kopf des Wesens alleine hat die Hälfte dieser Macht es wäre ein Lebewesen in welchem nichts genug Kraft zum Leben hat außer einem kleinen Teil welcher jedoch nicht ohne den Rest leben kann diese Energie bist du Kel dieser Überschuss bist du wenn der Plot über die ganze Welt verteilt wird dann wird der Planet leiden aber leben bleibt jedoch der reine Plot entsteht ein Ungleichgewicht ein Ungleichgewicht welches die Welt aus dem Inneren heraus zerreißt wenn es Frieden geben soll dann musst du gehen Kel denn ansonsten wird der Frieden Stunden wehren bevor die Endzeit eintrifft Aurora wollte einen Weg finden irgendwie um den Verlust herum zu kommen irgendeinen Weg um Kel zu retten aber kannst du nicht einfach seine Plot Energie nehmen und verteilen und Kel ohne diese Kraft leben lassen hast du gehört was ich vorhin sagte Aurora dies ist das Problem Kel ist reiner Plot seine Seele besteht aus nichts anderem ich könnte tun was du verlangst es würde aber nichts von Kel verbleiben während Aurora weiter versuchte an fehlender Hoffnung festzuhalten schien Kel relativ ruhig trotz dem Wissen über sein baldiges Ende wenn es keinen anderen Weg gibt dann soll es so sein ich mag es nicht aber es gibt keinen anderen Weg sicher gibt es denn keine Option Kel irgendwie leben zu lassen es muss doch irgendetwas gehen so irrational ihre Hoffnung auch waren ich wünschte mir selber dass ich sie hätte erfüllen können doch keine wahre Lösung fiel mir ein alles was ich tun könnte wäre eine Art Kopie Kel zu kreieren bevor ich meine Macht abgebe geschaffen aus normalem Plot es wäre ein sehr leichtes Ungleichgewicht doch ein erträgliches eine Kopie ich nein auf keinen Fall ich brauche Kel nicht einen Nachahmer als er diese Worte hörte entsprang den Lippen des Akani ein sanftes Lächeln Aurora du bist stark du kannst auch ohne mich weitermachen nein ich hab meinen Vater verloren ich hab Machado verloren ich kann dich mich auch noch verlieren eine Mischung aus Mitleid und Trauer ging vom Akani aus doch auf seinem Gesicht setzte sich trotzdem ein Lächeln ab ich weiß dass nach allem was geschehen ist es wird ungewohnt für dich sein aber wenn irgendjemand weitermachen kann dann bist du das und du hast es vorhin selber gesagt nicht was ist schon ein Pokémon im Tausch für den völligen Frieden so falsch es sich auch anfühlte die Debatte zu unterbrechen musste ich die beiden stoppen die Gegend begann langsam zu verschwimmen denn meine Macht begann zu schwinden 5 Minuten so lange habt ihr noch bis es soweit ist dann ein einziger Satz und es werde Frieden in diesen letzten Momenten solange ich noch Kraft habe ihr beiden habt so viel durchgemacht kann ich euch noch irgendeinen Wunsch erfüllen für einen Moment schien es als würde Aurora weiter darauf beharren dass sie ihren Partner irgendwie retten sollte doch sie entschied sich um im Bewusstsein dass auch die zwanzigste Frage nichts ändern würde kannst du Tote zurückbringen kann Machado wiederkehren noch nie musste ich eine Frage so bedauernd bejahen ich kann Tote zurück ins Leben bringen aber Machado lebt du weißt selber er und die Schatten sind in einer fremden Dimension weit ab dieser Welt und dorthin reicht mein Einfluss nicht auch für ihn gilt was für Kel galt eine Kopie ist alles was ich dir bieten kann der Frust spiegelte sich in Blicken und Worten wieder ich dachte du wärst ein mächtig ein Gott aber gerade wenn es um die Pokémon geht die mir am wichtigsten sind scheitert es soll es irgendeine Art Scherz sein ich verstehe deinen Unmut und es tut mir wirklich leid doch weder es ist ein Scherz noch eine Prüfung es sind die Wege des Schicksals und in dieser Welt kann ich sein wer ich will das Schicksal wird immer über uns allen stehen auch über mir und das ist gut so während Aurora so in ihrer Trauer versank hatte Kel eine Idee welche ich auch bereits gedacht jedoch nicht ausgesprochen hatte aber Aurora was ist mit deinem Vater er könnte doch ihn zurückholen dann musst du nicht alleine sein für einen Moment blickte das Voluna auf jedoch schwand die Hoffnung schnell wieder es wäre möglich aber würde er es wollen er hatte bestimmt Gründe dass er sein Leben beendet hat was wenn er gar nicht wiederkehren will und noch dazu was würde er sagen wenn er erfährt was Epsilon alles angerichtet hat auch hier war für mich nun wieder die Zeit gekommen eine große Wendung zu offenbaren nun ich bin mir sehr sicher dass auch er wiederkehren wollen würde denn Polar Epsilon du ihr alle irtet eines morgens fandet ihr ihn tot auf am Rande einer Klippe nahe eures Heims ja es mag deutliche Anzeichen gegeben haben doch wer verriet euch dass er sich wirklich selbst das Leben nahm was willst du mir erzählen es war ein Unfall nicht mehr nicht weniger von diesem Ort aus beobachtete ich die Welt und sah auch die Nacht in welcher Hagel durch ein Geräusch aufschreckte er witterte Gefahr für seine Familie und er verließ die Höhle des Berges Nachts im Stockdunklen sah er nicht ob seine Furcht gerechtfertigt war doch sie hätte etwas anderem gelten sollen er suchte nach der Quelle seltsamer Schritte welche er sich eingebildet hatte darum finsteren auf rutschigstem Eis selbst als Eispokémon Unfälle geschehen wieder einmal verriet Auroras Blick mehr als tausend Worte noch ein weiterer Glauben ihres Lebens war eine Lüge gewesen nichts weiter und doch gab es ihr eine Grundlage und du meinst wirklich dass er zurückkehren kann das könntest du tun ich verstand die versteckte Frage hinter der offenen und beantwortete diese sobald die Welt nur noch durch euch alle regiert wird wird er wieder auf dem Planeten wandeln welcher er einst verlassen musste nun endlich gab es für Aurora auch einen Schimmer der Hoffnung klein wie er auch war auch Kel wandte sich erneut an mich er blickte mich an neutral und ruhig darf ich auch noch einen Wunsch äußern ein Nicken sollte als Antwort genügen nach allem was geschah Verzweiflung Verlust Verrat Epsilon ist nicht mehr gefährlich bitte sorge dafür dass sie noch eine Chance bekommt aber auch wenn ich scheinbar nie ein Mensch war fühlt es sich immer so an als hätte ich eine zweite Chance bekommen Jedes Wesen verdient so eine selbst Epsilon gerade wenn Hagel zurückkehrt Dinge können sich ändern zwar verstand ich den Wunsch des Prüfungspokémon jedoch wirkte der Ausdruck von Epsilons eigener Tochter weniger entschlossen Aurora möchtest du einen Einspruch gegen diesen Wunsch einlegen für wenige Sekunden dachte sie nach doch die Entscheidung folgte sogleich also ich stimme nicht zu wenn es nach mir ginge könnte sie im hinterletzten Kerker schmoren aber was ich nicht kann ist Kel seinen letzten Wunsch abschlagen wieder folgte ein sanfter Blick des Arkani gefühlt mit all den Gefühlen die sich im Verlaufe einer riesigen Reise gebildet hatten mein letzter Wunsch ist aber etwas anderes kein Wunsch an den Autoren ein Wunsch an dich langsam trat er an Aurora heran sie wusste mit Kel selber näherte sich auch sein Ableben sanft legte er seine Stirn an die ihre wenn ich wirklich Plot bin dann werde ich immer über diese Welt wachen weiter und weiter und immer an deiner Seite sein also bitte ich dich ich weiß dass du stark genug bist um weiter zu machen also lebe nicht ewig in Trauer um mich sondern schreite voran ich werde niemals wirklich weg sein auch wenn du mich nicht mehr siehst während Tränen Auroras Gesicht herunter liefen schien ihr alle Worte zu fehlen es gab so viel was sie sagen könnte drei Worte die sie sagen musste und keines welches sie sagen konnte und somit war der Moment gekommen grelles Licht durchfloss den Raum Aurora und Kel verschwanden beide Aurora würde sich bald am Polarsee wiederfinden und Kel er wird nie vergessen werden eine Kreation eine Welt die ich kreierte ein Meisterwerk eine Geschichte mehr als nur eine Geschichte all die Wesen welche ihr auf dieser Reise begleiten durftet auch ich begleitete sie nicht weniger als ihr auch ich erzähle ihre Geschichte nur weiter und alle von uns jeder einzelne sollte dankbar dafür sein dafür dass es auch in unserer Welt noch Menschen gibt die sind wie Aurora oder wie Kel wie Marshadow wie Monagoras wie Seraora niemand von ihnen ist perfekt und niemand von ihnen würde einen Anspruch darauf stellen sie können nicht alles sind nicht allwissend doch sie stehen dazu dafür sind sie loyal hilfsbereit es wird immer Menschen geben die da sind wenn ihr es am dringendsten braucht wir alle sind nur Menschen wir alle sind Menschen mit Schmerzen und Sorgen doch wir leben in einer Welt die uns lehrt diese Sorgen für uns zu bewahren sie sind unsere Sache nicht die anderer doch seht was Kel alles erlebte was wäre geschehen wenn er sich an dieses Ideal gehalten hätte Großes ist vergangen die epischste aller Reisen weit über ein halbes Jahr folgten wir alle ihr nun gemeinsam und nun als Lohn für all die Arbeit all den Schmerz all den Leid ist die Zeit gekommen einst kreierte ich eine Welt geschaffen für eine Geschichte doch dann geschah es ihre Bewohner erwachten zum Leben und schnell wurde es wer eine lebendige Welt und heute ist endlich der Tag gekommen aus ihr eine freie Welt zu machen denn ein Satz vermag die Dinge zu ändern mein Schatten wird verbleiben in dieser Welt des Plots leben in den Resten des Tales der Tiefen er wird ein Beobachter doch auch ein Lebewesen auch ich selbst verbleibe doch nur als Beobachter und nun ist es Zeit die Macht des Autoren durch meine Worte Hage kehrt zurück auf die Welt welche er verließ Epsilon wird ihrer Schuld entlassen um ein neues Leben zu beginnen ein Souvenir hinterlasse ich der gesamten Liga nahe der Küste und nun der Satz der es alles beenden wird und so gab ich gab der Autor all die Kraft des Plots ab sie verteilte sich über die ganze Welt wurde Teil jedes Pokémon aus einer Kreation entstand eine Welt gleichbedeutend wenn auch schöner wie die unsrige und was auch immer die Zukunft ihr bringen mag es liegt nun nicht mehr in meiner Hand jedes Pokémon darf seine Zukunft verändern der größte Wunsch der Plotkriegerin und dir Aurora ich wünsche dir alles Gute du bist stark und du wirst nie vergessen und wer weiß nun wo du deine Zukunft wahrlich selber in den Händen hältst vielleicht vermagst du Größeres als ich es jemals gekonnt hätte Es ist vorbei nun noch nicht ganz aber dazu später mehr nach 65 ganzen Kapiteln mehr als 16 Stunden Hörspielmaterial mehr als 7 Monaten sind wir nun also am Ende der Haupthandlung dieser Geschichte und wie so oft möchte ich die Credits nutzen um mit euch zu reden es ist niemand mein Geheimnis Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg war das längste Hörspiel welches ich je geschrieben habe wird es für immer das längste bleiben vermutlich doch ich sagte einst schon dasselbe über Pokémon Mystery Dungeon Vyros Edition 4 Another Life welches heute mit seinen 38 Kapiteln beinahe mickrig wirkt Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg war mir wirklich ein Herzensprojekt aber das ist nichts Neues da auf keines meiner Hörspiele anderes zutrifft mit dem Hörspiel über mehr als 7 Monate hinaus gestreckt hat mich dieses Projekt weit über ein Jahr begleitet seit ich im September 2021 begann zu schreiben Ursprünglich war es Plus geplant wie ein kleines Zwischenprojekt ähnlich wie es die Wesen unseres Planeten war mit welchem ich mir die Möglichkeit geben wollte noch einmal losgelöst von der Valros Edition eine Welt der Pokémon zu kreieren und es funktionierte gut wie am Anfang der Geschichte angedeutet vor allem durch die Rede Epsilons die Regel des 25. Kapitels hoffte ich ungefähr 25 Kapitel zu erreichen doch die Ideen kamen und kamen und kamen somit hat mich dieses Hörspiel auch durch viele Dinge im Leben begleitet begonnen habe ich in der Q3 kurz nach den Ferien das vorletzte Halbjahr meiner Schulzeit doch Ideen sammelte ich sogar schon in den Sommerferien davor seitdem geschah so vieles privat und auf YouTube Günther aus der Dönerbude vervollständigte die große Sage des ersten Menschen nach über 3 Jahren und wurde zu Günthers Hörspielstube das gesamte Hörspiel der Wesen unseres Planeten welches zum ersten Mal bereits 2019 in Planung war jedoch mehrfach Cancelled wurde kam auf den Kanal mein zweiter Kanal Alcanary 34 explodierte für meine Verhältnisse und bildete eine Community weit größer als die Hörspielstube und doch müsste ich mich entscheiden würde ich diesen Kanal immer vor meinem Smash Content vorziehen das Schuljahr kam und ging während meinem Abitur erfuhr ich dass wir umziehen müssten ich schrieb mein Abitur schloss die Schule ab bewahrt mich fürs Studium begann mit der Fahrschule wurde in der Uni angenommen wir zogen um und während all diesen Ereignissen begleitete mich eine Geschichte Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg auch wenn ich weiß dass du dieses Video nie sehen wirst möchte ich an allererster Stelle Ambison danken Ersteller oder Erstellerin der Fanfiction Pokémon Mystery Dungeon Guiding Light letztes Jahr über Sommer und Herbst las ich die über eine Millionen Wörter lange Fanfiction zum Vergleich Plotkrieg hat bis hierhin etwa 150.000 etwas weniger und sie inspirierte mich dazu diesem Projekt den Anstoß zu geben letztlich fand sich Guiding Light auch selbst in dieser Handlung geehrt wieder als Team Radiance Königsliga Team und Final Gegner des Team Polar Navatra ohne diese Fanfiction wäre Plotkrieg nie Wahrheit geworden was Plotkrieg für mich selber jedoch wirklich besonders macht es ist bei weitem nicht mein erstes Hörspiel aber angefühlt hat es sich einfach wie etwas völlig Neues vielleicht ist dieser Eindruck alleine meiner doch um ehrlich zu sein begann ich spätestens beim Hörspiel der Wesen mich selber zu langweilen es kam mir vor als wären viele meiner Hörspiele das gleiche in anderem Kostüm eine gleiche Grundhandlung ähnliche Charaktere eine gleiche Struktur eine große Reise auf der die Helden etwas sammeln müssen in der Regel neue Teampartner um am Ende einen Gott zu besiegen wobei jedoch meist irgendein Opfer gebracht wird fügen wir noch eine oft identisch verpackte Liebesgeschichte ein und schon haben wir ein klassisches Hörspiel meinerseits und ja Plotkrieg hat auch einige dieser Aspekte und doch fühlt sich einfach die Verpackung so anders an gerade da ich Teile auch absichtlich nutzte um Erwartungen zu umgehen die Plotarmor wurde über die Reise gesammelt heißt nicht dass sie vor dem Finale vervollständigt wurde das gesammelte Team waren glaube ich nicht gerade diejenigen welche man wohl anfangs erwartete Epsilon's wahres Gesicht ich behaupte dass für die längste Zeit die wenigsten Bescheid wussten es gibt so vieles was ich noch sagen könnte doch damit würden die Credits wirklich überfüllt werden vielleicht werde ich irgendwann ein extra Video machen in denen ich zum Beispiel über kurzfristige Handlungsänderungen rede Monagoras extrem verdächtiges Auftreten zum Beispiel fußte darauf dass noch bis zum Schreiben von Kells Rückkehr am Vulkan eigentlich geplant war dass tatsächlich er anstatt Amagaga zur Plot Elite gehört nur eine Sache muss ich wahrlich noch hier herein quetschen was meinte ich ganz am Anfang dieser Credits nun tatsächlich ist trotz allem Plotkrieg nach seinen 65 Kapiteln noch nicht am Ende angelangt es folgt noch eine kleine Afterstory die Haupthandlung endet aber hier und heute was euch noch erwartet nun sagen wir es so vielleicht waren die Pokémon Birelos ein wenig optimistisch über den Sieg gegen einen der eigenartigsten Feinde danke dass ihr bis hierhin dabei wart ich hoffe wir sehen uns in Kapitel 66 noch einmal wieder Kapitel 66 die Zeit vergegen in der freien Welt gingen die Monate ins Land das Leben ging weiter irgendwie gleich wie zuvor und gleichzeitig doch ganz anders Aurora war bereits am Tage ihres Verlustes wieder in Kiratown gewesen aufgrund meiner Hilfe in den letzten Momenten und so sehr es alles auch schmerzte trotz allem war sich Aurora ihrer Pflicht bewusst als sie sich so am See wiederfand kehrte sie sofort zurück zum Ligaturm wo sie Elementara finden musste sie müsste erfahren was alles vorgefallen war immerhin hatte sich nicht nur Machado für diesen Sieg geopfert nicht nur Kel sondern auch ihr treuer Begleiter Darkrai zudem so sehr der Hass auch immer noch in ihr Walte sie wollte Epsilon sehen weniger aus Mitleid als aus schlichter Neugier und auch das verbleibende Team Polana Vatra müsste Bescheid wissen das Team hatte Freunde und Kämpfer verloren doch bereits in der Stern-Arena hatte sich die Plotkriegerin geschworen sie würde die Gruppe nicht aufgeben für Kel irgendwo war Aurora natürlich auch daran interessiert ob sie Hagel wahrlich vorfinden könnte aber sie fühlte sich einfach nicht als gäbe es wahrlich eine Chance nach ihrer Wiederankunft wurde sie am Ligaturm freudig begrüßt doch Elementara bemerkte schnell wie niedergeschlagen das Velona wirkte und nur kurz darauf stimmte sie selber in die Trauer ein nur mit dem Wissen ihres eigenen Verlustes Drei Monate waren seit diesem Tag vergangen nun bei diesem Sonnenuntergang saß Aurora am Kliff an welchem Amal Gaga sie einst verraten hatte Team Polana Vatra bestand noch doch ohne Kel und Machado hatte es seine Höhen der ersten Königsliga Saison nie wiederholen können Rang 14 in der ersten Saison seitdem Rang 22 in der zweiten und gerade wenige Tage zuvor endete die mit Abstand schwächste Saison des Teams auf Rang 47 immer noch hatte Aurora ihre Teampartner und einige Freunde und doch fühlte sie sich einsam seit jenem Tag hatte sie sich vorgenommen ihr Leben zu leben sie wollte tun was Kel sich von ihr gewünscht hatte und sie war vorangeschritten die Geschichte der Erlösung hatte sich inzwischen verbreitet und hatte ihren Ruhm noch weiter vermehrt der durch den Sturz Epsilons bereits angewachsen war Schritte ertönten hinter Aurora Schritte eines Teampartners ihr Verhältnis zu Monagoras und Seraora hatte sich seit dem Verlust ihrer Nächsten nicht wirklich verändert sie waren Teampartner und Freunde aber nicht wirklich eng trotzdem war es Seraora der sich nun zu ihr gesellte ohne überhaupt nachzufragen setzt er sich neben die Plotkriegerin den Blick in den Sonnenuntergang gerichtet du denkst wieder an ihn nicht? auch wenn sie eigentlich nie darüber redeten wusste doch jeder in Auroras Umfeld was wirklich mit ihr los war warum fragst du mich überhaupt du kennst die Antwort doch früher habe ich so viele Träume gehabt ich wollte in der Königsliga kämpfen ich wollte eine Heldin werden bekannt überall auf der Welt Epsilon wollte ich bezwingen den wahren Frieden bringen und so irrsinnig all diese Träume waren ich habe sie erfüllen können und jetzt sehe ich warum Leute sagen pass auf was du dir wünschst weil man auf der Reise zu solchen riesigen Zielen erst lernt was wirklich wichtig ist und jetzt habe ich meine ganzen damaligen Träume erfüllt und der einzige Traum der mir am Ende blieb verloren für einen Moment überlegte Seraora ob er das Thema überhaupt weiter bereden sollte da er wusste dass Aurora durchaus empfindlich war wenn es darum ging meistens entschied er sich dagegen doch an diesem Tag hatte er auch davon genug Aurora wir wissen inzwischen wirklich wie du dich fühlst und ich sage definitiv nicht dass du nicht traurig sein darfst aber letztlich war es Schicksal du hättest doch ohnehin nichts daran ändern können und wenn du mich fragst dann sollte das nochmal zeigen dass du keine Fehler gemacht hast die dich herunterziehen könnten so wie dieser Frust vielleicht hättest du recht wenn ich nicht auch noch selber schuld daran wäre irrational wie die Aussage ihm auch schien zügelte sich Seraora um ruhig zu bleiben ich war nicht dabei aber wir kennen die Geschichte aus dem Verstand der Welt Aurora und du hättest nichts an seinem Verschwinden ändern können egal was du getan hättest die Plotkriegerin wirkte von diesen Worten nur genervt das würde ich auch nie behaupten aber ich hätte so viel mehr tun sollen wenn ich ihm nur gesagt hätte was ich wirklich dachte dann erst nun verstand Seraora wirklich woher all diese Trauer kam nicht daher dass Kel diese Welt verlassen musste sondern daher dass er es tat ohne je Auroras Gefühle von ihr erfahren zu haben doch trotzdem versucht er ihre Schuldgefühle zu schwichtigen ja ja das ist schlimm aber andererseits ist es auch verständlich dass du es nicht konntest es ist schwer jemandem seine Gefühle zu sagen wenn man nicht weiß ob sie erwidert werden würden und wieder einmal hatte sich der Kämpfer einen völligen Fehltritt geleistet aber ich wusste es er hat es mir doch gesagt am Tag bevor du uns beigetreten bist oh aber wenn du damals noch nicht dasselbe gefühlt hast dann kannst du dir dafür doch nicht die Schuld geben Seraora war immer noch derselbe wie vor vielen Monaten und auch hatte sich nicht geändert dass er nicht wusste wann es besser wäre nicht weiter zu reden du hast keine Ahnung was passiert ist verdammt es war nicht so ich hab mich einfach nicht getraut weil ich dachte wenn ihm oder mir was passiert dann wäre es einfacher für uns es hat super funktioniert ich weiß an diesem Punkt hatte selbst der sonst so rätselige Seraora nicht mehr wirklich etwas zu sagen das ist natürlich kacke gerätst blaffte Aurora ihn an ach was du nicht sagst bist du da eigentlich fertig oder willst du mir noch weiter helfen er kann auch nichts dafür ein weiteres Pokémon Schritt zur Klippe den Kopf erhoben und den Blick abwerten nach unten gerichtet zwar hatten die letzten Monate zumindest bewirken können dass die Plotkirin keinen innigsten Hass mehr gegenüber ihrer Mutter verspürte aber von Neutralität war es trotzdem noch sehr weit entfernt und Seraora wusste das geh lieber ich bin mir recht sicher dass Aurora dich grad hier nicht wirklich braucht auch das Band zwischen den ehemaligen Teampartnern Team Slash war offensichtlich stark geschädigt von allem was geschehen war vielleicht brauchst du die genauen Worte von einem Pokémon wie mir weil sie weiß dass ich nicht aus Mitleid sondern mit Verstand rede erst wollte Seraora widersprechen doch als er noch einmal bedachte wie nutzlos seine Versuche gewesen waren wenn nicht sogar kontraproduktiv entschied er sich dass er wohl nicht das Recht hatte weiter zu urteilen und überließ Epsilon seinen Platz wovon Aurora nicht begeistert wirkte geh ich will dich nicht sehen dann guck woanders hin und hör mir zu genervt wandte sich Aurora ab nicht um der Ansage zu folgen sondern schlicht für emotionale Distanz Seraora beobachtete die Ereignisse immer noch aus der Distanz als Epsilon weiter sprach und ihre Stimme einen sanften Ton annahm den er seit ihrer Offenbarung nicht mehr gehört hatte bitte Aurora ich will nur dass du mir eine Frage beantwortest keine Reaktion folgte glaubst du eigentlich dass Kel völlig dämlich war? ruhig wech Epsilon zurück einem Krallenhieb entging sie damit knapp beeindruckt wirkte sie jedoch nicht willst du mich jetzt noch verarschen? geh! jetzt! ich gehe nicht ohne eine Antwort die Plottkriegerin schwankte zwischen den Möglichkeiten jedoch entschied sie sich dass es kein Kampf wert wäre natürlich nicht was denkst du denn? zufrieden mit dieser Antwort erhob sich Epsilon wieder siehst du wo ist denn dann das Problem? verwirrt blickte das Verona ihre Mutter an frag jeden den du willst Monagoras Seraora Elementara Latias meinetwegen Olanga vielleicht hast du deine Gedanken ihm gegenüber nie ausgesprochen aber bemerkt hat es jeder ihr wart meine Feinde aber selbst unter der Maske habe ich mehr als genug sehen können und glaub mir mit dem Ding sieht man nicht sonderlich viel was willst du mir damit sagen? es ist simpel Kay wusste ohnehin Bescheid nur weil du ihm deine Liebe nie gestehen konntest hat er die Welt nicht verlassen ohne Bescheid zu wissen so sehr Aurora auch daran zweifeln wollte sie entdeckte Wahrheit in diesen Worten und das daraus folgende Bewusstsein schaffte es ihre rasenden Gedanken zumindest etwas zu beruhigen außerdem hat er jedoch gerade versprochen niemals wirklich fort zu sein bestimmt ist er gerade auch hier und hört uns zu eine neue Stimme ertönte eine Stimme die auch Epsilon erkannte ohne sich umwenden zu müssen ach du möchtest auch noch zu uns stoßen Hagel dann komm rüber vielleicht kannst du Aurora ja noch ein bisschen beruhigen oder nicht was weiß ich ein zweites Eis wohl Nona ein wenig größer als Aurora und noch mit voller Mähne anders als Aurora nach dem letzten Duell gegen Epsilon näherte sich den beiden Sprechenden nach der Befreiung der Welt hatte die Plotkriegerin ehrlich gesagt nicht erwartet dass ihr verstorbener Vater wahrlich wiederkehren würde und die Hoffnung nach einigen Tagen auch aufgegeben bis zum Ende der ersten Saison seit der Begegnung mit mir denn wahrlich war Hagel zurückgekehrt nur halt dort wo er einst gestorben war so musste er erst einmal seinen Weg finden über Meer und Land bis er seine Familie finden könnte zwar war die damalige Wiedervereinigung eine wundervolle Überraschung für Aurora doch auch war es eine eigenartige Lage die Familie konnte zueinander nicht mehr stehen wie eine wirkliche Familie Hagel hatte verpasst wie seine Tochter von einem jungen Wulpix zu einer erwachsenen Kriegerin wurde er hatte die gesamte Reise verpasst ein Abenteuer das alles veränderte und auch als Aurora ihren Vater so wiedertraf sie wusste nicht was genau Epsilon vorhatte im Angesicht ihres ehemaligen Partners doch sie wusste dass sie nicht zulassen würde dass Hagel die Wahrheit nicht erfuhr so sehr sie auch schmerzen würde und genau das tat sie auch für Wochen war die Lage in der nun bei einer vollständigen Familie sehr angespannt auch da sich zeigte wie sehr sich Epsilon im Verlaufe des Krieges verändert hatte sie selber hatte zu ihrem früheren Partner gesagt nach all den Jahren der Schmerzen und allem was ich getan habe denkst du wirklich ich wäre immer noch dasselbe Pokémon das du einst liebtest und genau dies war auch was die weitergehende Beziehung der beiden prägen sollte bereits in diesen rund zwei Monaten zeigte sich dass die Dinge für beide von Auroras Eltern nie wieder sein würden wie früher doch trotz all der negativen Gedanken die blieben irgendwo freute es die Plotkriegerin doch dass die Tendenz zeigte dass die beiden zumindest wieder Freunde werden könnten zumindest ein kleines bisschen so wenig es auch nur war hatte sie so das Gefühl tatsächlich wieder eine Familie zu haben und trotzdem auch mit den beiden nun hier der Verlust blieb spürbar Kel und Marshadow waren beide weg und die beiden waren es nun einmal nach dem großen Abenteuer die Aurora am nächsten gestanden hatten all die Gedanken und Zweifel wurden jedoch wieder einmal unterbrochen als ein weiteres Pokémon auf die Lichtung trat wieder einmal ein bekanntes Pokémon offensichtlich gezielt auf der Suche Latias Aurora, Seraora könnt ihr bitte kommen Elementara hat mich geschickt sie braucht euch für irgendetwas wieder etwas fokussierter wandte sich Team Polana Watras Leiterin an die Überbringerin der Nachricht trotz allem war sie entschlossen ihr Team als Leiterin gebührend zu vertreten rum geht es und ist Monagoras auch beteiligt wenn ich wüsste warum Elementara euch braucht dann würde ich es euch sagen sie sagte mir aber bloß ich solle euch rufen Monagoras habe ich direkt in seinen Räumen gefunden erwartet bereits schnell warf Aurora einen Blick auf ihren Teampartner welcher sich nach seinen gescheiterten Versuchen der Aufmunterung nun wieder genähert hatte bevor sie nickte Na gut dann komm Seraora wir hören uns an was sie möchte Epsilon Hagel wenn ihr noch reden wollt wir treffen uns später und so brachen die Reste eines einst glorreichen Teams auf zu einem Treffen von größter Bedeutung Kapitel 67 Besessene Schatten Als Aurora und Seraora in Elementaras Büro ankamen wurden sie dort bereits von der Liga Leiterin und ihrem Teampartner erwartet Ihr seid auch angekommen Gut Latias du kannst dann gehen Das Äon Pokemon schien recht unzufrieden Da sie selber auch die Neugier darüber gepackt hatte was Elementara nun mitteilen wollte Aber sie erkannte dass es keinen Zweck hätte zu widersprechen Dementsprechend ließ sie die Tür hinter sich ins Schloss fallen und Elementara begann zu reden Also Team Polana Vatra Ich habe Neuigkeiten aus den südlichen Küsten Regionen des Kontinents erhalten Eigentlich wollte ich mich selber darum kümmern Allerdings scheint die Angelegenheit relativ dringend und wie ihr wisst findet übermorgen das Champion Duell statt Deswegen bin ich derzeit nicht entbehrlich genau wie der Rest meines Teams Deswegen würde ich euch bitten diese Mission zu übernehmen Eine große Frage stellte sich Aurora auf diese Anfrage hin Und worum genau geht es? Kannst du uns das erstmal erklären? Unter ihrem Tisch zog Elementara eine große Karte hervor und breitete sie auf der Platte aus Das große Papier zeigte einen Umriss des gesamten Kontinents von Berelo Eingezeichnet waren einige kleinere Orte Zudem die Arena von Crowning und natürlich Kiratown Elementara zeichnete einen roten Kreis in eine südliche Region Nur ein paar Stunden entfernt zwischen zwei Kleinstädten An diesem Ort wurde bereits mit der Befreiung der Welt die Erscheinung einer eigenartigen Struktur berichtet Allerdings scheint es als würden sie seit Tagen ein seltsames Pokémon dort Unheil anrichten Oder mehrere Zeugen sind sich unheil einig Manche sagen es wäre ein Pokémon Andere sagen es sind drei wieder andere sprechen von mehr als zehn Und wer auch immer dahinter steckt scheint einiges an Zerstörung anzurichten Vor allem in den Städten und der Umgebung um die Struktur Deswegen hätte ich gerne ein vertrautes und erfahrenes Team das sich der Sache annimmt Ja Zwar war die Aufgabe nun klarer Doch immer noch fehlte Aurora eine wichtige Information Und wenn wir dann dem begegnen der alles dort anrichtet Was genau sollen wir dann tun? Ihn oder sie zur Rede stellen Und wenn nötig eine Lektion erteilen Simpel genug oder? Simpel war es durchaus Jedoch schwankte Aurora ein wenig Sie hatten nahezu keine Informationen über die Pokémon oder das Pokémon was all diese Zerstörung anrichtete Weshalb würde jemand so handeln? Waren nicht endlich Zeiten des Friedens angebrochen? Und obwohl sie immer noch Teil der Königsliga waren Team Polana Batra hatte ihre ursprüngliche Stärke verloren Was wenn die geheimnisvollen Feinde zu stark wären? Doch andererseits wie wüsste irgendjemand ob sie dies waren wenn Aurora die Mission nicht annahm Gut wir machen uns auf und ab servieren Aber wenn ich das Gefühl habe dass diese Aufgabe dort unsere Fähigkeiten übersteigt Dann werden wir wiederkehren und Verstärkung holen Das klingt fair Ja also gut ich verlasse mich auf euch Viel Glück So brach Team Polana Batra also auf Eine neue Mission nach dem Weltfrieden Das Ziel war nicht fern und lag auf einer weiten Wiese Bereits aus der Ferne konnte Aurora erkennen worum es sich bei diesem seltsamen Gebilde handelte Und es fiel ihr schwer wirklich zu glauben was sie dort erblickte Das aber das ist die Sternen Arena Monagoras blickte sie fragend an doch Seraora schien zu verstehen worauf sie anspielte Meinst du die Arena in der der Autor dich gegen Kellert kämpfen lassen? Aber wie zuhörig kann dieses Gebilde hier sein? Ich dachte immer das wäre eine Art Einbildung oder So irgendwie wie auch der Verstand der Welt halt funktioniert Ja das dachte ich auch aber Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit Diesmal war es Monagoras der sofort verstand Hat der Autor sie irgendwie hinterlassen bevor er seine Kontrolle abgegeben hat Als eine Art letztes Geschenk Oder eine letzte Strafe Nun Ersteres war korrekt Aber mir blieb kein Weg dies dem Team mitzuteilen Also blieb es ihnen offen Jedoch war es ihnen in diesem Moment auch recht gleichgültig Egal warum die Arena hier ist Wir müssen gucken wer oder was sich dort befindet Also kommt ihr Der Eingang zur Arena war ähnlich wie jener den das Team bereits aus Crowning gut kannte Jedoch schien es als wäre dieses Stadium noch einmal größer als jenes In welchem die größten Liga Kämpfe stattfanden Und leer Leerer als es in Crowning je sein könnte Das Team trat auf die Zuschauerbühne Hoffend von dort aus mehr erblicken zu können Schier endlose Weiten erstreckten sich Das wohl größte aller Stadien Wenn dieser Ort irgendwann sicher war wäre es vielleicht eine Option für die Liga Doch noch war es nicht sicher In der Ferne am Ende des Kampffeldes schien sich ein Pokémon zu befinden Aus der Ferne war es nicht erkennbar Doch es strahlte etwas Eigenartiges aus Still näherte sich Team Polanavatra an In der Hoffnung dass sie nicht bemerkt werden würden Sollte dieses Pokémon sich als ein Feind herausstellen Was doch sehr naheliegend schien Das Team bewegte sich zwar langsam doch stetig So dass die Umrisse des mysteriösen Pokémon immer deutlicher wurden Bis sie auf einmal mitten im Nichts zu verschwinden schienen Gerade als das Team die Mitte des Kampffeldes erreicht hatte Der Boden begann von Schatten erfüllt zu werden Eine Stimme ertönte Eine Stimme, wie Aurora sie bereits einmal gehört hatte Doch auch wäre es ihr Recht gewesen diese Stimme nie wieder zu hören M-A-X-02-D-A-X-03-A-M-X-04-Seelenvirus-P Deaktiviere Emotion, deaktiviere Moral, aktiviere Kampfkraft, scanne Umgebung Der Seelenvirus? Wie konnte das sein? Der Seelenvirus war doch zerstört worden als er Besitz von Epsilon ergriffen hatte oder nicht? Doch es war eindeutig dieselbe korrupte Macht Erkenne Plot, erkenne Feinde Gefahr, Gefahr Plotkriege in Aurora Verzehre, verzehre Der finstere Fleck am Boden spaltete sich auf Zwölf kleine Kreise verblieben, welche Team Polana Vatra umzingelten Zwei größere Zehn kleinere Und aus ihnen allen stiegen Pokemon empor Schatten Schatten, die die Sonne verdecken in den Zeiten, in denen das Licht der Finsternis den Weg weist M-A-X-D-A-X-A-M-X Machado Darkrai Amagaga Und in typischer Machado Manier gab es von ihm bereits Zehn Umgeben von alten Feinden und Freunden realisierte Aurora die Schwere der Lage erst wahrlich Der Seelenvirus war irgendwie noch am Leben Und Monagora Seraora Wir müssen diesen Kampf gewinnen Wenn es funktioniert wie bei Epsilon dann Dann können wir die drei zurückbekommen, wenn wir gewinnen Das ist es Also wie beim letzten Mal nicht Gerne würde Aurora eine sichere Antwort geben Doch auch sie konnte in dieser Lage nicht mehr tun, als zu raten und zu hoffen Wenn wir es schaffen, dann ja Ohne weitere Zeit verschwenden zu wollen, entfachte die Plotkriegerin einen Blizzard, welcher den Kampf wahrlich einläutete Und bereits die falschen Machado beseitigen sollte Allerdings war dieses Projekt nur halb von Erfolg gekrönt Da all die Besessenen sofort verschwanden, dabei jedoch ihre lila Schwaden hinterließen Ein gefundenes Fressen für einen starken Kampfbeginn Denn es schien, als wäre die grundsätzliche Menge des Seelenvirus identisch Nun jedoch auf drei Pokémon verteilt Das bedeutete auch, dass sie nun bereits die dreifache Menge des Virus ausschalten konnten Oder schalteten sie ihn so aus, denn Immerhin war er nun bereits wiedergekehrt Diese kleinen, seltsamen Strudel Waren sie vielleicht eine Art Fluchtweg für die Viren Aber wenn ja, wie zerstörte man den Seelenvirus endgültig Ehrlich gesagt war dies aber keine Frage, mit welcher sich Team Polana Batra in diesem Kampf beschäftigen wollte Sie wussten, wie sie den Kampf für sich entscheiden und die ehemalige Plot-Elite zurückbringen könnten Um den Rest konnten sie sich auch ein anderes Mal kümmern Der Virus selber hatte auch in diesem Kampf wieder ein deutliches defensives Muster zu Beginn Alle Marshadow rasten durch die Schatten und tauchten manchmal auf, um so Treffer zu landen Die grundlegende Anzahl der Feinde war nicht genügend gewesen, weshalb Darkrai ebenfalls Doppelteam nutzte Diese Fähigkeit von zwei der drei Besessenen erklärte auch, wie die Zeugenaussagen von derart unterschiedlichen Mengen sprechen konnten Allerdings, ob nun mit oder ohne Kopien Es änderte wenig an der Kraft flächendeckender Angriffe Auch wenn viele Marshadow sich immer außer Reichweite aufhielten Sämtliche falschen Darkrai, der echte, Armagaga und in der Regel auch manche Marshadow Mussten ihre Teleportation als Flucht gegen Blizzard oder Erdbeben nutzen Was gleich wieder viel Angriffsspielraum bot Zum zweiten Mal wurde eine große Menge des Virus vertrieben So dass die Stimme bereits erneut erklang Kapazität sinkend Kontrolle schwindend Risiko Risiko Deaktiviere Passive Aktiviere Offensive Genau wie auch gegen Epsilon folgte auf eine Phase des defensiven Duells ein Alles oder Nichts Allerdings war dieses gegen Epsilon vor allem dadurch gut ausgegangen, dass Team Polana Vatra in enormer Überzahl war Diese Bedingung war dieses Mal nicht gegeben Im Gegenteil Es war ein 3 gegen 3 in welchem eine Seite Klontechniken beherrschte Kombiniert mit der unsagbaren Geschwindigkeit des Seelenvirus in seiner Offensivform Ergab sich so dieses Mal eine deutlich kompliziertere Phase 2 als 1 Doch wieder war die Menge der Elite auch ihre Schwäche Denn somit würden ein oder zwei gute Treffer reichen, damit der Virus seine Kontrolle über eines seiner Opfer verlieren würde Allerdings musste Aurora schnell feststellen Diese wenigen Treffer zu landen wäre Herausforderung genug Ihr gegenüber stand der korrupte Darkrei nun alleine ohne Kopien, aber auch ohne Rückhalt Die Hiebe schlugen nieder wie Regen in einem mächtigen Schauer und ließen keine Zeit für Offensive zwischen der Verteidigung Auch ihre beiden Teamkollegen schienen nur in einer ähnlichen Klemme zu stecken Es war wirklich genau wie gegen Epsilon Nur, dass gegen sie immer jemand anderes bereit stand, um die Offensive zu übernehmen, während jemand sich verteidigte Anders wäre ein Gegenschlag nicht möglich Kurz zögerte die Plottkriegerin, als sie zu Monagoras blickte, welcher sich derzeit mit ihrem besessenen Bruder anlegte Auch er würde nie zum Zug kommen, so wie dieser Feind kämpfte Aber was wäre, wenn sie nun versuchte, ihrem eigenen Gegner kurz zu entgehen und Marschadow zu überraschen Wird es funktionieren oder sie nur Kraft kosten? Aber einen anderen Weg schien es nicht zu geben So wartete sie Bis sie sich in einer Position befand, von welcher aus sie Marschadow erreichen könnte, ohne Darkrai umgehen zu müssen Und genau wie gegen Epsilon Fokussiert auf einen Feind schaffte der Schatten es nicht, Aurora kommt zu sehen Die ihm einen mächtigen Heat mitgeben konnte Welcher die Färbung von Marschadows Kopf änderte Noch schien der Virus jedoch nicht geschlagen Darkrai wandte sich sofort auf Monagoras zu Während Marschadow nun gegen Aurora stand Es war die größte Schwäche des Seelenvirus Er kämpfte immer noch wie ein Programm Nicht wie ein Lebewesen Er lernte nicht Auch ihre Teammitglieder hatten erkannt, wie effektiv Auroras Überraschungsangriff gewesen war Die Taktik zum Sieg lag offen, deutlich wie nie Wenn nur jedes Mitglied Team Polarnavatras zwei oder drei dieser Überraschungsangriffe erzielen konnte Dann wären die Schatten frei Und bevor sich Aurora versah, erhielt Marschadow einen zweiten Heap Dieses Mal von Seraora, welcher noch mehr das Virus löste und in den seltsamen Strudeln verschwinden ließ Und dieser Heap setzte auch die grüne Färbung von Marschadows Haaren wieder frei So wie seine normalen Augen Der erste Teil der Plot-Elite war zurück Kurz blickte der Schatten sich verwirrt um Doch er kannte die Lage und entschied sich Vor langen Gesprächen erst einmal diesen Kampf zu beenden Als er sich auf Amagaga stürzte Gerade nun in der Überzahl war es nur noch eine Frage der Zeit Bis auch Amagaga und Darkrai wieder frei vom Einfluss des korrupten Virus waren Also war Marschadow doch nicht verloren Und auch Elementare erwarteten gute Nachrichten über die Rückkehr ihres Partners Doch gleichzeitig gab es zwei Probleme die Zerstörung verhießen Der Seelenvirus lebte ebenfalls Und schien nicht durch die Bemühungen des Teams zerstört zu werden Doch was Aurora noch deutlich mehr sorgte Darkrai, Machado und Amagaga waren zurück Dabei wurden sie versiegelt Als sie sich opferten um ihren wahnsinnig gewordenen Mitschatten Endynalos Oder später Zeta in einer unentfliehbaren Dimension zu versiegeln Aber nun, wo sie offensichtlich doch einen Rückweg gefunden hatten Könnte dies auch Zetas Rückkehr bedeuten Wird auf das Ende Epsilons so schnell die wahre Auferstehung eines noch mächtigeren Plot-Kaisers folgen Es gab nur drei Pokémon, die auf diese Fragen wohl antworten könnten Und mit diesen würde Team Polana Watran nun wohl ins Gespräch kommen Kapitel 68 Ein Riss in den Dimensionen Für einen Moment entstand eine sehr unkomfortable Stille Als sich die beiden Trios nach dem Gemetzel gegenüberstanden Jeder, abzüglich vielleicht Amagaga, wollte etwas sagen, aber niemand wusste was genau Und trotz dieser Einstellung war es letztlich das Mastermind, das zuerst etwas verlauten ließ Also, ich hab getan was ich musste Ich gehe Dem Gedanken nicht abgeneigt sagte Aurora gar nichts Jedoch fand sich schnell Widerspruch in den Reihen der Plot-Elite Jetzt auf einmal willst du dich verpissen Ist das dein Ernst? Wir haben ja noch was zu tun Ruckartig wandte sich das Fossil an Darkrai Wobei Aurora tatsächlich eine Art Furcht erblickte Ähnlich wie damals, als er Ken heraus gefordert hatte Seid froh, dass ich bereit war, so viel zu tun und Setter zu versiegeln Aber mich kriegt ihr dort nie wieder hin Ich mag Ehre sein, aber das ist selbst mir zu viel Bevor noch jemand die Gelegenheit hatte, etwas zu erwidern War er bereits verschwunden Vermutlich wäre es Auroras letzte Begegnung mit ihrem früheren Freund Und vermutlich war es auch gut so Nun wandte sie sich selber an Darkrai Du solltest nach Kiratown zurückkehren Es sind von hier aus etwa 2 Stunden zu Fuß und ich bin mir sicher Elementara würde sich sehr freuen dich zu sehen Zwar bemerkte die Plotkriegerin Dass der Name seiner Teamleiterin Darkrai überzeugte Doch trotzdem zögerte er Ich kann nicht auch gehen wie Amal Gaga Außerdem Wie lange waren wir denn weg? Etwa 3 Monate? Wieder schreckte der Schwarzmagier auf Scheiße, wirklich? Dann muss ich dringend zurück, aber Machado blickte in den Sternenhimmel Darkrai Geh nach Kiratown, komm aber wieder sobald du kannst Die 3 werden eine Pause brauchen In der Zeit erkläre ich ihnen alles gut Ein kurzes Nicken folgte bevor auch Darkrai sich aufmachte Wieder kehrte Stille ein Als sich Machado an seine Schwester wandte Diese zögerte einen Moment bevor sie die richtigen Worte fand Ich... Es ist toll dich wieder zu sehen Ich dachte du weißt fort Wir müssen Epsilon Tage Bescheid sagen Nach diesen Worten fand auch Machado Worte Die seine Gedanken ausdrücken konnten Bitte was? Es waren keine eleganten Worte, aber sie taten ihren Job Ihr müsst mir wirklich erklären was ich alles verpasst habe Und warum seid ihr nur zu dritt, wo ist... Offensichtlich sprach Auroras Blick bereits genug Oh es... Es tut mir leid Schnell fing sich Aurora wieder Zwar vermisste sie ihren Partner immer noch und... Wird es wohl auch immer tun Aber dass nun ihre Familie wieder vollständig war Brachte ihr auch wieder Freude Es ist in Ordnung Ich werde es dir später erklären Aber jetzt sag uns erst einmal was genau passiert ist Weshalb war Amagaga so panisch Wieso hatte der Seelenvirus euch ergriffen? Kurz schien Machado nachzudenken Setzt euch, das könnte jetzt etwas dauern Es begann alles an dem Tag an dem du wohl noch den Autor trafst Darkrai, Amagaga und ich hatten unsere Plottkraft gebündelt um so den unbeweglichen Zetter in das Portal mit uns zu schließen in eine verschlossene Dimension Der Eingang verschloss sich und wir vier fanden uns wieder in einer ewigen Weite aus Sternen ein eigenartiger Ort und ein abgeschotteter Wut entbrannt über unsere Taten weigerte sich Zetter den Kampf aufzugeben Aber gleichzeitig sah er auch kein wahren Sinn mehr Wir waren Feinde, aber keine Hindernisse So kam es, dass wir alle eine Weile einfach in dieser Welt existierten Sollte unser Trio Zetter über den Weg laufen käme es immer zu einem Handgemenge doch nie etwas Großes Bis zu einem Tag Wieder einmal waren wir alle in einem Kampf gegeneinander wie so oft nach einer Weile beinahe er als Sport da es dort sonst nichts zu tun gab als seltsame Geräusche begannen die Weiten zu durchdringen aus der Ewigkeit in welcher wir glaubten alleine zu sein entsprang ein Wesen wir waren nicht alleine so sehr wir es auch sein wollten denn was auch immer das war eine Anomalie, eine Bestie Worte können diese Fehlgestalt des Terrors nicht beschreiben was auch immer es war es schien zu einem Teil aus dem Seelenvirus zu bestehen es setzte ihn frei um uns alle zu kontrollieren jedoch schien es damals noch keinen Nutzen für uns zu haben also verschwand es wieder in der Ewigkeit und Tinta ließ uns wir mit dem Seelenvirus in unserem Inneren aber noch mit voller Kontrolle bis es nach einer Zeit in dieser Welt unmessbar wie lange wiederkehrte und mit ihm brachte es eine seltsame Form eine Art Riss in der Luft eine Art Fehler in der Realität wie ein fleischgewordenes Plothole und das war der Moment in dem der Virus die Kontrolle übernahm es zwang uns drei den Riss zu durchschreiten und er führte uns in eine Höhle in dieser Gegend der Virus wollte Zerstörung und wir waren seine Waffe aber der Riss war noch zu klein dieses Wesen im Riss wollte das wem Kraft bringen Kraft um die Barriere der fernen Dimension schneller zu brechen als sie es bereits tut damit auch Zeta bald diese Welt betreten könnte und vor allem es selber Erzählung von einem fernen Ort leer und doch voller Gefahr der Riss ist immer noch offen und wächst deswegen wir müssen zurück wir müssen wieder in die fernen Dimension und die Bestie stoppen Aurora müsste dumm sein um den Ernst und die Gefahr der Lage nicht zu verstehen und natürlich würde sie Darker und Marcello nicht alleine dieser Gefahr überlassen weißt du irgendetwas über dieses Monster irgendwelche Informationen die dabei helfen können das zu stürzen wieder dachte ihr Bruder kurz nach es hat sich selber als Plot Unbound bezeichnet glaube ich wirklich geredet hat es nicht und wenn wirklich nicht deutlich und wie gesagt der Seelenvirus ist ein Teil von ihm wenn ich raten müsste vom Namen her dann ist dieses Monster eine Art Mischwesen aus Plot und Seelenvirus eine Fusion zweier gegensätzlicher Kräfte zwei der wohl mächtigsten Kräfte wenn Marcello tatsächlich recht mit seiner Schätzung hatte dann würde in der fernen Dimension mehr entbrechen als nur ein Kampf um Leben und Tod ihr könnt auf jeden Fall auf mich zählen ich komme mit euch so viel habe ich erwartet Seraora, Monagoras, wie ihr seht ist mit euch aus niemand würde es euch verübeln wer nicht mit uns in die Höhle des Löwen springt kein Mitglied Team Polanavatras würde je auf der Grundlage der Meinung anderer handeln ihre eigene Moral stand an erster Stelle was bringt es uns zu flüchten wenn das Problem dann zu uns stößt natürlich sind wir dabei ich mag zwar nicht dass Monagoras hier für mich mit entscheidet aber recht hat er zufrieden nickte Marcello auch wenn Kel nicht mehr hier ist Team Polanavatra ist immer noch so stark wie zuvor sehr schön dann haben wir nur noch einiges an Zeit erklärt mir bitte was in dieser Welt vorgefallen ist so erzählte Aurora die Geschichte vom Frieden der Welt bis einige Stunden später Darkrai wieder eintraf doch nicht alleine Elementara was tust du hier musst du dich nicht um das Turnier kümmern um das Turnier kann sich mein restliches Team kümmern und das Championial habe ich verschoben nach allem was Darkrai mir erzählt hat hat das hier eindeutig Priorität aus dem lasse ich ihn nicht noch einmal allein in so eine Gefahr hin zwar hinterfragte Aurora den plötzlichen Meinungswechsel über die Begleitung doch beschweren würde sie sich nicht gerade in einem Kampf um Leben und Tod wird die Begleitung einer der stärksten Kämpferinnen definitiv hilfreich werden und letztlich hatte sie auch recht das Champion Duell müsste warten die Rettung der Welt war deutlich wichtiger also dann Darkrai Marcello führt uns zum Riss in der fernen Dimension kurz blickte Darkrai zum zweiten Schatten in der Gruppe bevor er nickte gut folgt mir einige Minuten war die Gruppe unterwegs Elementara nutzte die Zeit noch einmal um die genauen Umstände zu hinterfragen dieser Ort wo wir da gerade waren war das eine Arena aus Sternen wie die in der du den Autor getroffen hast Aurora nicht nur wie es ist dieselbe der Autor muss sie uns hinterlassen haben noch einmal drehte sich die Evoli Entwicklung um und betrachtete die inzwischen etwas entfernte Arena wenn der Autor sie uns wirklich als eine Art Geschenk gegeben hat dann können wir sie doch bestimmt irgendwie für die Liga nutzen wenn das hier rum ist nicht? die Überlegungen machte durchaus Sinn und Aurora hatte sie auch bereits gehabt sie entschied sich aber sehr neutral zu bleiben nun nutzen wir sie wohl niemand sonst wenn dir etwas einfällt wozu du sie gebrauchen könntest dann steht es dir wohl frei zu handeln etwas rau wandte sich Darkrai um als er vor einem großen Baum zum Stehen kam erst einmal haben wir aber ganz andere Probleme das hier geht weit über die Liga hinaus vielleicht über Epsilon also bitte den Fokus hier rauf er wandte sich wieder zum Baum und verschob eine riesige Wurzel welche von außen aus gesehen hatte als wäre sie fest im Boden verwachsen das große Stück Holz gab nun den Blick auf einen Abgang frei dort unten ist es langsam Darkrai an der Spitze Machado am Ende begab sich die Gruppe als eine Reihe durch den engen Gang es war nicht lang ging nicht tief schnell erreichten sie einen kleinen etwas breiteren Raum und ein unglaublicher Anblick bot sich es war genau wie Machado es beschrieben hatte wie ein Riss in der Realität schwebte der eigenartige Riss welcher den Weg in eine fremde Dimension darstellte eine eigenartige Aura ging von ihm aus etwas Fremdes doch gleichzeitig löste es bekannteste Gefühle in Aurora aus welche sie nicht einmal zuordnen konnte irgendetwas war da also hier ist es das ist der Grund weshalb wir in diese Welt zurückkehren konnten und jetzt geht es wieder zurück rein für einen Moment verstummte der Schatten und nahm einen tiefen Atemzug ihr alle wisst dass hier vielleicht ein Weg ohne Rückkehr geht, richtig? offensichtlich war die Frage rhetorisch niemand der Teil dieses Elite Trupps war wäre naiv genug um nicht zu wissen worauf sie sich einließen wir dürfen auch nicht vergessen wenn wir Pech haben wird Plotanbound nicht unsere einzige Hürde sein es könnte Zetter auf uns scheuchen und dieses Mal können wir ihn nicht versiegeln ein Kampf gegen eine Übermacht reichte wohl nicht mindestens zwei müssten es sein was sollte denn noch kommen noch ein Treffen mit mir die Hürden in der nahen Zukunft waren groß und gleichermaßen unsicher aber zumindest das waren sie ja alle gewohnt unvorhersehbare Gefahr und dementsprechend bereit war auch Team Polana Vatra Elementara und auch Darkrai also worauf warten wir noch? los geht's alle nacheinander stiegen sie durch den Realitätsriss Aurora war die vorletzte lediglich gefolgt von ihrem Bruder und als sie die ferne Dimension erreichte erwarteten sie dort bereits die anderen und ein unsagbarer Anblick als Marshadow ihr erzählt hatte von einer ewigen Weite wie der Sternenhimmel hatte sie bereits ein deutliches Bild vor Augen gehabt ewiges Blau weiße Punkte die es alles übersehten jedoch war dieser Ort anders wahrlich waren es Sterne wie man sie selten erlebte geschwungene Flammen glitten über den Boden schienen jedoch keine Hitze auszustrahlen riesige Feuerkugeln schwebten überall in dem ewigen Schwarz dieses Ortes Sterne so nah man es sich nur vorstellen könnte und doch so fern und so wurde aus diesem Ort statt den Weiten der Einheit und Entspannung ein nahezu höllisches Schauspiel im Tanz von Flammen und Finsternis wo sich Plot Unbound aufhält wissen wir leider nicht und ihr seht es gibt wenige Orientierungspunkte also müssen wir einfach drauf loslaufen und hoffen dass wir etwas finden und wenn nicht wie kommen wir dann zurück die Frage hatte durchaus einen logischen Ansatz doch Seraora antwortete was Aurora auch dachte ist das wichtig unsere höchste Priorität muss die Rettung der Welt sein vermutlich wird sich sowieso ein Weg zeigen wenn wir siegreich sind sicher? und was wenn sich dieser Riss einfach schließt und uns alle hier einsperrt? das große Problem an dieser Frage war sie war berechtigt laut allem was die Gruppe erfahren hatte war das Monster wohl der Ursprung des Durchgangs wenn es fiel könnte der einzige Weg schwinden wenn das passiert dann ist das so wenn du noch gehen möchtest dann tu es aber ich werde kämpfen und wenn das hier mein Opfer ist Kapitel 69 Einheit aus Hass und Hunger mit diesen Worten begann die Gruppe nun ihre Reise durch die fremden Sterne zu sechst machten sie sich also auf im Prinzip in eine zufällige Richtung in der Hoffnung auf das Monsterplot an Bound zu stoßen keine Hinweise keine Geräusche nichts füllte diese Welt außer den kalten Flammen ferner Sonnen dies und ein Gefühl eine Ausstrahlung dieses Ortes eine Ausstrahlung von Druck als würde einem im dichten Rauch die Luft weg bleiben und auch das innere Bewusstsein sie waren nicht alleine an diesem Ort und dies sollte sich schon bald bestätigen doch auf die schlimmste Weise wie aus dem Nichts schlug eine Art riesiger Energieball direkt vor Aurora die inzwischen die Gruppe anführte auf dem Boden ein und sandte sie mit seiner Druckwelle ein Stück zurück der Energieball war ein Orb ein riesiger aber doch bekannter Orb und der riesige Strudel am Boden bestätigte dieses Bewusstsein Zeta war hier und die gesamte Gruppe realisierte sofort dies würde ein unfassbar schwieriger Kampf werden doch zumindest hatte der Seelenvirus seine Schwäche der Vorhersehbarkeit der Drache welcher nun aus dem Boden schoss sah deutlich weniger besessen aus als all die anderen Pokémon stattdessen hatte er seine Regenbogenfarben behalten alleinig seine Augen leuchteten im bekannten Virus Lila und auch die gewohnte Stimme ertönte an diesem Ort ZEX04 Seelenvirus P Reaktiviere Emotion Reaktiviere Verstand An dieser Stelle endete jedoch das altbekannte Vorgehen Reaktiviere hat der Virus gerade Re anstatt D gesagt nicht Aurora war es die Antwortete auch nicht Machado Elementara, Seraora, Monagoras es war der neue Plotkaiser oder wer sich selber zu ihm gekrönt hatte selbstverständlich es kann ja nicht jedes Pokémon sein wie ihr glücklicherweise Machado sah den Nutzen der Lage zwar war Zeta bei ihrer letzten Begegnung mit Aurora der Todfeind gewesen doch hier hatten sie einen gemeinsamen Feind wenn du deine Kontrolle noch hast dann umso besser Zeta wir müssen Plot Unbound aufhalten entweder gehst du deine Wege oder begleitest uns Einen einzigen Fehler machte immer Shadow doch Jena war groß erwartete dass Zeta aus einer gemeinnützigen Sicht dachte nicht aus jener für die er geschaffen wurde Wieso sollte ich der Virus und ich wir sind ein Dream Team er ist der Teampartner den ich mir immer wünschte er macht mich stark aber folgt meinem Willen sobald der Riss groß genug ist kann ich dank Plot Unbound diesem Ort entfliehen und Epsilons Mission fortsetzen Du bist immer noch so sehr darauf versessen Epsilons hat sich selber diesem Wahn lange abgewandt Aßerdem was willst du in einer Welt anstellen die durch Plot Unbound vernichtet wird Eine Art Feuer begann zu brennen über Zetas ganzen Körper verteilt Plot Unbound mag mich ausnutzen wollen aber es unterschätzt mich sobald der Riss groß genug ist wird es uns beide befreien Danach kann ich es zerstören und deinen Worten glaube ich sowieso nicht Aurora Epsilon war weise eine Prophetin und Meisterin sie würde für die Wahrheit kämpfen bis zum allerletzten Atemzug also verleumde sie nicht Aurora fiel es schwer ihre Gedanken nicht auszusprechen besorgt dass diese die Situation nur verschlimmern würden Allerdings dachte Elementara dasselbe wie sie war jedoch deutlich weniger zögerlich mit ihren Worten du bist komplett wahnsinnig der Virus könnte jederzeit die Kontrolle über dich übernehmen du bist nur ein Werkzeug außer du wehrst dich und wenn du dich gegen uns stellst machst du genau was es will du gehst ein Deal mit dem Teufel ein indem du nicht einmal etwas bekommst Ihr liegt falsch ich habe mich lediglich geändert statt dem Anti-Visionär bin ich nun ein Visionär ich treffe meine Entscheidungen sehe meine eigene Macht eine Zukunft in meinen Händen in mir fließt Kraft ich spüre Dinge welche ihr euch nie nur vorstellen könntet ich stehe an der Spitze und kann doch noch höher fliegen alleine ich kann die Wahrheit bringen alleine ich doch dafür brauche ich noch Plot an Bound und seine Virenkraft eigentlich würde ich euch noch eine Wahl lassen kehrt um oder kämpft aber gerade du Aurora wir haben eine Rechnung offen also los zeig mir was dir deine Naivitäten nun nützt hier könnt ihr mich nicht mehr versiegeln und bald werde ich frei sein nicht der Plot wird es ich werde es und die Welt wird endlich Gerechtigkeit erfahren Z hatte es klar und deutlich gesagt es gab nichts mehr zu tun nichts außer den Kampf ein Kampf welchen die Gruppe letztes Mal bereits nicht gewinnen konnte und nun war der Drache stärker als je zuvor doch trotzdem gab es Hoffnung Aurora war sich nicht sicher sie wusste nicht warum die Grundlagen für ihren Sieg war nicht gegeben und doch wusste sie es gab eine Chance ihr Wille würde nicht gegen den Wahn des Drachen fallen also gut wenn du dich gegen alles stellst Opferstand Pokémon sogar dich selber dann müssen wir dich eben wieder auf den richtigen Weg bringen Zeta wirkte sehr zufrieden mit dieser Antwort jedoch zeigte er gleichermaßen weshalb so ein Kampfgeist habe ich mir erhofft immerhin sollst du als Kriegerin sterben dürfen nicht als Feigling doch sterben wirst du Licht durchfloss den Plot Drachen kaum hatte er ausgesprochen sein so bekannter Körper schien sich aufzulösen als sich am Himmel ein Portal bildete ähnlich jenem welches die Plot Elite zuerst an diesen Ort gebracht hatte für wenige Augenblicke geschah nichts es war nur die Gruppe Auroras gegenüber dem Portal bis massige kantige Finger auf einmal einen Rand des Portals zu greifen schienen eine gesamte Hand folgte auch ein langer dünner Arm welcher begann sich um das Portal zu wickeln nach Sekunden wie Stunden endete dieser Vorgang und die Hand streckte sich in Richtung Auroras an jedem der fünf Sternen förmig angeordneten Finger ein riesiger Orb eine Stimme haltet durch den Raum offensichtlich ausgehend von der Hand selber seht und staunet im Angesicht meiner wahren Form Maxima Zetter die wahre Macht von Plot und Tränke nicht mehr Machado war es der nun auch genug haben zu schienen von all diesem Gerede weshalb hältst du dich immer noch für den Plot Drachen in Dynalos du und wir haben den größten Teil unseres Plot verloren du bestehst nah als du nur noch aus Amagagas Gemischen und Seelenvirus realisierst du nicht dass du nicht der Allmächtige bist für den du dich hältst Zetter hatte Plot verloren es machte wohl Sinn immerhin war der gesamte existierende Plot verteilt worden doch trotzdem bestätigte dies noch einmal den Wahn der Hand Plot ist keine Eigenschaft mehr es ist eine Einstellung ich glaube ich fühle ich lebe Plot und deswegen werde ich ihn nie verlieren Nein und jetzt hört endlich auf zu sprechen und fallt unter der Kraft die mir gegeben ist all die Orbs an seinen Fingern explodierten augenblicklich jeder von ihnen setzte hunderte kleine frei und diese alle schossen sofort als ein Hagel der Elemente auf die Krieger zu noch verfehlten die meisten Kugeln jene die trafen waren nicht zu stark weshalb niemand bereits kampfunfähig wurde doch niemand war bereit gewesen zu reagieren und so hatte jeder im Team um Elementarer bereits Schaden einstecken müssen und nun gab es zwei große Fragen wie verwundete man eine riesige fliegende Hand in einem Portal und weshalb hatte Zetter überhaupt so etwas als Gestalt erstere Frage schien derzeit deutlich wichtiger deshalb versuchte Aurora sich schnell an einer Attacke einem Eisstrahl welcher auch auf Distanz treffen konnte und ja es schien als würde der Angriff wahrlich etwas ausrichten und nicht wirkungslos sein nur nahezu wirkungslos für den Bruchteil einer Sekunde zuckte Maxima Zetter als er getroffen wurde machte jedoch sofort weiter wo er aufgehört hatte die riesige Hand schnipste offensichtlich bedacht irgendetwas anzurichten aber nichts geschah verdammt das kann ich wohl nicht mehr ohne Plotkraft aber egal ihr seid so oder so keine Hygiene Risse entstanden im scheinbar ohnehin nicht existierenden Boden Lava strömte aus ihnen aus Monagoras kam die Technik mehr als bekannt vor er beherrschte sie immerhin selber doch ihm zeigte alleine diese Möglichkeit des Entdienerlos dass er sich nicht ablenken lassen durfte wenn das Wesen Terrorkontrolle beherrschte dann wäre auch Kernschmelze der nächste Schritt in einem Ringkampf war dieser Angriff ein sicherer Sieg in einem Kampf außerhalb würde er sofort jedes Pokémon ausknocken welches sich in seinem Umkreis befand und ganz offensichtlich während all die anderen Pokémon mit der Lava aus dem Boden beschäftigt waren plante Maxima Zeta etwas etwas was durch Monagoras Aufmerksamkeit gestoppt werden konnte Spielverderber nur weil ich mir das von dir abgeguckt habe Na gut dann klassisch wieder entstanden die Orbs an Zetas Fingerspitzen dieses Mal erwiderte Aurora bei ihrem Zerspringen sofort mit einem Blizzard in der Hoffnung dass dieser den Angriff zerstören könnte zwar platzten ein paar der Orbs doch genau hier lag das Problem es waren nur ein paar von unzähligen und der Rest von ihnen wurde wieder zu einem unumgänglichen Angriff Zwar hatte die Gruppenanführerin inzwischen Aurora Schleier nutzen können um so Schäden zu begrenzen doch immer noch wurde jeder verwundet und immer noch ging Zeta die Ideen nicht aus nun nutzte er nämlich eine weitere neue Technik bei welcher aus allen fünf seiner Finger Energiestrahlen geschossen kam diese Technik hatte das große Problem ihrer Unberechenbarkeit da Maxima Zeta seine Finger geradezu frei bewegen konnte als wären sie nicht einmal wahrlich an der Hand befestigt Zwar war es auch bei diesem Angriff wieder gut möglich ihm zu entgehen doch es bot sich einfach keine Gelegenheit für einen Gegenangriff und selbst wenn was würde er bringen inzwischen war Zeta nicht mehr nur unbeweglich sondern auch unverwundbar geworden auf Dauer gesehen konnte er nicht bezwungen werden und genau dies gab Aurora zu denken was wenn Zeta tatsächlich stärker als Plot an Bound war doch wenn nicht ein für ihre Gruppe unsterbliches Wesen während noch einer Bestie unterlegen Gute Voraussetzung für einen Kampf aber zu diesem würde es ohnehin nicht kommen nicht wenn dieser Kampf keine drastische Wendung nahm die einzige Wendung die sich allerdings nun zeigte war eine erneut neue Technik des Endynalos nun nutzte er Aororas eigene Waffen der gesamte Boden fror auf der Stelle ein Eiswände erhoben sich aus dem Grund und behinderten so die Fortbewegung aller Pokémon über die Wände hinweg bemerkte das Volona allerdings das Schlimmste an der Lage die Wände versperrten den Weg zu einem Zeta für jeden welcher bereit war erneut Kernschmelze zu nutzen nun dass er das gesamte Team mit seinem Labyrinth abgekapselt hatte und niemand ihn stoppen könnte niemand außer das Pokémon welches nun in den Kampf dazu kam Flink sprang ein Schatten über die Wände aus Eis hoch in die Luft ein massiver Hieb traf den langen Armen Maxima Zetas und schien zumindest mehr anzurichten als alle vorigen Angriffe vor allem stoppte es Kernschmelzer und ließ das Eis brechen und mit ihm auch den Kriegerwillen des selbsternannten Plotkaisers Epsilon du warum greifst du mich an wenn ich doch der letzte bin der für dein Erbe einsteht das Sorak begab sich zur Gruppe ihrer Tochter welche zum ersten Mal in ihrem Leben tatsächlich froh war die ehemalige Kaiserin zu sehen mein Erbe mein Erbe wir haben einen Krieg der Ideale gekämpft im Wissen dass der Sieger sein Recht beweist Aurora hat gesiegt und bewiesen dass sie im Recht war von Anfang an Darkrai Amagaga ich wir haben es alle verstanden du aber anscheinend nicht allein durch diese Worte schien eine gesamte Welt für Zeta einzustürzen du stellst dich nun auf ihre Seite und ich dachte ich würde der Held werden der für die verlorene Gerechtigkeit kämpft der Autor hat dich kreiert um mir zu folgen du dachtest also dass ich selber noch an diesen Idealen festhalte oder was zwar hatte Zeta auf diese Frage eine Antwort aber es schien nicht als würde er sie aussprechen wollen Stattdessen verwandelte sich die riesige Hand wieder in den Regenbogendrachen welcher er zuvor war dann geht halt weiter bevor ich es mir anders überlege Aurora hatte nicht vor zu zögern weshalb sie sofort loszog etwas langsamer folgte der Rest der Gruppe doch bereits nach wenigen Metern erschütterte ein gewaltiges Rumpel die Umgebung Zunächst befürchtete die Lordkriegerin das Schlimmste doch als sie sich umdrehte sah sie Zeta welcher über einem Riss im Grund schwebte eine geballte Faust im Boden als sie jedoch bemerkte dass die Gruppe sich wieder umgedreht hatte verschwand er auf der Stelle es fällt ihm wohl schwer zu verkraften dass er keine Bestimmung mehr hat Kapitel 70 des Virus Letzte Elite Zeta war verschwunden erzielt über seine eigene Falschheit und ließ die nun erweiterte Gruppe so zurück Epsilon war nun die siebte die Teil dieser großen Mission wurde und weshalb genau bist du uns gefolgt Simpel ich war im Ligaturm weil ich wissen wollte wo euch Elementara hingeschickt hat da wurde mir dann gesagt dass sie mit Darkrai zusammen abgehauen ist und wenn mir da nicht klar gewesen wäre dass irgendetwas seltsames vor sich geht dann wäre die Plotkaiserin nach spätestens vier Kapiteln erledigt gewesen wie oft bei Epsilon war es sehr grob ausgedrückt aber die Wahrheit war deutlich erkennbar trotzdem blieb für die Plotkaiserin eine wichtige Frage offen was mit Vater er wird wohl kaum in Kiratown geblieben sein nicht ein kurzes Kopfschütteln bestätigte die Vermutung bereits was wäre denn anderes zu erwarten aber als wir den Riss gefunden haben konnte ich ihn zumindest davon überzeugen vor dem Eingang zu warten und zu wachen also war auch er nur Meter von dieser Dimension entfernt aber Aurora hoffte inständig dass er sich fernhalten würde was hier geschehen würde war nur für die Kampfelite und trotz allem Hagel war kein großer Kämpfer zumindest wüsste Aurora nichts davon deswegen hoffte sie einfach dass er auf seinem Posten blieb während an diesem Ort das große Finale stattfand es könnten Stunden gewesen sein vielleicht waren es Tage vielleicht bewegte sich die Gruppe aber auch nur für Minuten als in der Ferne ein eigenartiges Tor in ihr Sichtfeld kam es sah beinahe aus wie eine Art Portal ein Kreis vier Stäbe ging von ihm aus und je zwei von ihnen spießten je nach Einbogen auf so dass ein zweiter Kreis entstand welcher oben und unten geöffnet war was der Hölle ist das Marcello Darkrai wisst ihr ob da irgendein Zusammenhang mit Plot Unbound besteht nervös schüttelte Darkrai den Kopf so etwas habe ich noch nie gesehen aber ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei nicht nur Darkrai vernahm die seltsame Ausstrahlung dies bemerkte die Leiterin der großen Gruppe sie waren nicht alleine irgendetwas war hier los sehen wir es uns an unsicher und gleichzeitig doch entschlossen trat Aurora voran der Rest der Gruppe direkt hinter ihr alleine der Anblick dieses scheinbar göttlichen Tores verliere eine Gänsehaut doch nun durfte die Plottkriegerin keine Angst haben nicht wieder nicht nachdem Angst ihr so viel genommen hatte mit jedem Schritt wurde das Tor größer beeindruckender doch noch bevor das Team ankam ertönte ein lauter Knall ähnlich wie vor dem verschwinden Zetas welcher den gesamten Raum erschütterte und wieder wieder ertönte das Geräusch hinter dem Rücken der Gruppe schnell schwang Aurora herum vermuten dass Zeta zur Vernunft gekommen war und ihn im letzten Kampf Gesellschaft leisten würde allerdings war es nicht Zeta was vor ihr stand was auch immer dieses Monster war konnte nicht durch Worte beschrieben werden es sah aus wie eine Art Löwe doch ganz anders eine Art blass goldenes Fell umgab seinen Körper die Augen des Wesens waren durchdringend auf die seltsamste Weise durch ihre Abwesenheit nicht einmal leere Augenhöhlen verblieben zwei große Löcher starrten aus dem Kopf des Monstrums herab und doch spürte Aurora wie die Blicke der Gestalt sich in ihr Fell brannten seltsame Antennen standen oben aus seinem Körper ab teilweise waren an Orten im Körper des Wesens metallene Rüstungsteile oder das goldene Fell floss gar herab wie eine Flüssigkeit nichts war hier normal dieser Löwe wirkte wie ein Experiment welchem man den Tod wünschte nicht aus Hass sondern aus Mitleid eine krächzende, verzerrte und undeutliche Stimme erklang scheinbar aus dem Nichts doch die gesamte Gruppe wusste dass dies die Stimme Plot an Bounce war Plot muss verzehren Macht Anneut spürte Aurora brennende Blicke auf sich gesammelt und das nächste Wort des Plot an Bounce simpel wie es war ließ sie zusammenschrecken AU RO RA das ist es, das ist Plot an Bounce zwar sprach mal Shadow aus was bereits jedem klar gewesen war doch trotzdem spürte Aurora bei dieser Bestätigung anneut einen Stich mehr als viermal so groß wie sie selber ragte das Ungetüm über ihr und der Gruppe während langsam mehr und mehr der bekannten Viren begann um seinen Körper zu schweben der Ursprung des Seelenvirus oder war es das? Darker hat es beschrieben als eine Mischung aus Plot und Seelenvirus was wenn der Sieg über die besessene Epsilon den Seelenvirus hierher verbannt hatte und der Autor einen Teil des Plots hierher verschoben hatte als die Welt reformiert wurde und wenn so beides fusioniert worden wäre wäre die Existenz von Plot Unbound nicht irgendwie auch Auroras Schuld doch bevor sie Zeit hatte weiter über diese Furcht zu zweifeln wehte eine Art Sturm der Viren über die gesamte Gruppe hinweg schnell legte er sich jedoch wieder Aurora selber war unversehrt genau wie Epsilon, Marshadow und Darkrai Monagoras und Elementara wirkten hingegen befallen genau wie Seraora so düster dies die Lage auch machte Darkrai zog eine Schlussfolgerung welche dem Team nur ein Vorteil sein konnte wir drei sind unversehrt der Virus kann ein Pokémon anscheinend nur einmal infizieren somit waren nun drei Teammitglieder sicher und Aurora war irgendwie einfach immun Marshadow erkannte auch diesen Logikfehler hatte jedoch eine Erklärung parat du bist die Plot-Creatorin hattest Kontakt mit Reimplot und standest dem Autor gegenüber vermutlich bist du nicht immun Aurora aber der Virus ist an diesem Ort in dieser Menge zu schwach für dich zu schwach war eine passende Beschreibung dafür dass ein einziges Pokémon nicht beeinflusst werden konnte während immer noch drei besessene Freunde und der Herrscher oder Körper des Virus selber ihnen gegenüber stand muss verzehren ein außerweltlicher Schrei sollte den ersten Teil des Kampfes einläuten nämlich jenen in welchen Plot an Bound sich zurückzog die drei Besessenen sollten die Arbeit erledigen verglichen mit allem was möglich gewesen wäre war dies noch eine vergleichsweise gute Lage für die Gruppe oft genug hatten sie bereits vom Virus Besessene befreit weshalb es Aurora schon beinahe wunderte dass Plot an Bound überhaupt zuließ dass dieser Kampf zustande kam doch es machte Hoffnung bereits die Sprache des Monsters hatte gezeigt dass es wohl ähnlich wie der Virus nur Zerstörung sah und nicht effektiv dachte ein weiteres Argument welches dafür sprach dass der Virus nicht von Plot an Bound geschaffen wurde aber all diese großen Fragen standen nun im Hintergrund Elementara, Seraora und Monagoras mussten befreit werden sofort begann die Schlacht 3 gegen 4 dieses Mal im leichten Vorteil für Auroras Team was diesen Kampf beinahe zu einfach machen würde wenn wieder dieselbe Taktik funktionieren könnte wie gegen die besetzene Plot Elite dann würde Epsilon als neue Kämpferin einen riesigen Vorteil bringen all die Besessenen wären abgelenkt und sie könnte sicher nach und nach Treffer landen immer mehr und mehr für einen sicheren Sieg doch ein Hindernis stellte sich dieser Taktik die Stärke eines Pokémon beeinflusste anscheinend auch die Stärke des Virus und Elementara war eine Feindin eine Gegnerin mächtig genug Aurora und Epsilon beide in Schach zu halten währenddessen beschäftigte sich Seraora mit Macheda und Darkrai stand Monagoras gegenüber Versucht eure Gegner loszuwerden wir brauchen schnelle Treffer auf Elementara wenn sie frei ist dann haben wir gewonnen natürlich verstand das gesamte Team den Plan und hatte auch vor diesen sofort umzusetzen jedoch mussten sie erst eine Gelegenheit finden an diesem Ort und direkt von Plot an Bound abgegeben schien der Seelenvirus noch aggressiver und aktiver als würde er glauben die Antwort auf seine Schwächen wäre schlicht mehr offensiver Macheda hatte keine großen Probleme den Heben auszuweichen allerdings egal wie sehr er auch suchte er fand keinen freien Moment zum Überspringen und dies brachte ihn zum Nachdenken die Idee des Virus war dumm nichts anderes aber trotzdem funktionierte sie im Prinzip müsste er seinen eigenen Gegner besiegen um den nötigen Freiraum zu gewinnen und entgegen jedes Verstandes würde er auch genau dies versuchen nach einem der weiteren Hiebe sprang Macheda urplötzlich selber nach vorne und traf seine eigene Hiebe überrumpelt von dem Umschwung taumelte Seraora nach dem ersten Treffer was dem Schatten erlaubte noch weiter anzugreifen allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde bis Seraora wieder blockierte und seine eigenen Hiebe wieder versuchten ihr Ziel zu finden der Virus war ein unglaublicher Nahkämpfer doch genau dies war Macheda's siegreiche Realisierung die Besessenen waren mächtig aber auch im direkten Duell besiegbar es war wie Kell in der Liga der Nahkampf die Stärke doch im Nahkampf zu scheitern die Schwäche greift sie an kämpft durch den Ruf aus der Bahn geworfen abfuhr Aurora einen weiteren Eisenschädel Elementara zeigte bereits im Ring Unglaubliches doch der Virus vermehrte diese Macht erneut wie sollte sie bitte gegen so etwas kämpfen selbst wenn Epsilon sie unterstützte allerdings zeigte sich auch die Wahrheit in Machedos Worten als er selber auf Elementara losging sie jedoch blitzschnell auswich Plot an Bond schien ihr besonders viel des Virus eingefügt zu haben eine Tat welche wieder gegen die Theorie sprach dass es nicht effizient denken konnte Elementara sprang zurück entging so zwar Machedos Treffer doch sie sahen nicht Seraora kommen welcher wieder vom Virus befreit war da Machedos seinen Kampf gewonnen hatte ein Teil des Virus schwand im Nichts als Elementara zurückschreckte doch alleine um erneut anzugreifen nun wo sie alle 4 Feinde erfasst hatte schien eine Überzahl deutlich weniger zu bringen als Aurora erhofft hatte nicht einmal 4 Gegner schienen wirklich eine Hürde zu sein würden 6 es werden? auch diese Frage sollte schnell beantwortet werden als wieder ein überraschender Angriff auftraf dieses Mal von Monagoras welcher von Darkrai fortgeführt wurde Elementara war als einzige noch besessen und trotzdem sollte sich dieses 1 gegen 6 vielleicht als schwierigstes Duell gegen ein besessenes Pokémon herausstellen eine unrealistische Übermacht ging von der Liga Leiterin aus als sie alleine alle Pokémon umging Treffer landete wo sie es wollte und kämpfte als habe sie nichts zu verlieren es schien als wäre der Virus selbst überzeugt dass für ihn in diesem Kampf nichts mehr blieb außer das und gleichzeitig musste es die Kraft nicht sorgen denn Plot anbauend verblieb immer noch in der Ferne beobachtete das riesige Monstrum die Schlacht ein Ausdruck ohne Emotionen auf seinem Gesicht und immer noch spürte Aurora wie der Blick der Abomination vor allem auf ihr brannte Plot und Virus erkannten die Plotkriegerin das Pokémon welches dem Plan der Selbsterrettung am ehesten gefährlich werden könnte zusammen mit ihrer Konzentration litt auch die Kampfkunst des Wulnonas was die inzwischen bei einer blinde Prügelei nur noch schwieriger machte zwar wirkte ein Sieg immer sicherer als der Virus begann zu schwächeln und an Tempo zu verlieren zwar wäre das Team gleich wieder versammelt doch sie alle waren bereits geschwächt hatte dieser Kampf überhaupt mehr ausrichten sollen hatte Plot an Bound gewusst dass seine Kämpfer verlieren würden es waren so viele Fragen und keine von ihnen konnte Aurora sich beantworten gerade rechtzeitig schnellten ihre Gedanken wieder in die Realität zurück um einem weiteren Eisenschädel einem Zentimeter zu entgehen offensichtlich hatte die besessene Elementara jedoch nicht erwartet dass Aurora noch reagieren würde so dass sie ins Taumeln geriet als der Angriff verfehlte eine perfekte Vorlage für entscheidende Treffer aus Elementaras Mähne schwanden auch das letzte bisschen lila Farbe als sie wieder zur Gruppe zurückkehrte Geht es allen gut? Ist jemand verletzt? Etwas durch den Wind schüttelte sich Elementara Nur verwirrt! Geht es sonst allen gut? Zustimmung folgte von jedem anwesenden Pokémon Jedoch wurde er kurze Freudenmoment unterbrochen durch ein verzerrtes, lautes Knurren Erneut bebte die Erde als Plot an Bound wieder auf dem Grund landete nur Meter neben der Gruppe Viren schlechter Ein Schrei folgte auf dieses Wort laut schrill und ohrenbetäubend Allein der Ton brachte Epsilon's Kopf zum Dröhnen und sie versuchte verzweifelt sich die Ohren zuzuhalten bis der Heil verklungen war Goldenes Licht erfüllte den Raum Leuchtende Partikel schwebten in einer Art Sturm umher Ein Tornado des Plots umgab nun die Gruppe und das löwenartige Wesen Sie alle verstanden was dies bedeuten würde Die Zeit war gekommen Erst mit dem Ende des Plots an Bound könnte wahrlich Frieden herrschen All die Reisen von Auroras ersten Treffen mit ihrer verlorenen Liebe bis zu diesem Punkt würden hier enden im Kampf gegen die zwiegespaltene Einheit Plot an Bound Kapitel 71 Die Einheit des Plots Die Einheit des Zwiespalt Plot an Bound Der goldene Sturm umgab alles was an diesem Ort war Zwei Parteien standen sich gegenüber in einer Schlacht um eine Welt fern von der ihrigen Monatelang hatte Team Polar Navatra für den absoluten Frieden gekämpft Nach dem Sieg über Epsilon schien es alles zum Greifen nah Nach dem Treffen mit dem Autor wirkte der Frieden vollendet Doch vieles hatte Aurora opfern müssen Ihre Träume hatte sie erfüllt um zu realisieren dass es sie nicht erfüllte Das einzige was wahrlich noch eine Bedeutung hatte war geschwunden Und doch stand sie nun hier entschlossen wie selten zuvor Nicht da sie eine Welt retten wollte in welcher sie Glück und Frieden finden konnte Dafür war es wohl zu spät Doch immer noch fühlte sich Aurora als würde sie Kellis schulden Alleine zur Prüfung dieser Welt Für den ewigen Frieden wurde er kreiert Litt er, kämpfte er und starb er Diese Welt, für welche er alles gegeben hatte Für sie kämpfte Aurora nun Entgegen stand ihrem Team ein Wesen ohne Geschichte Willen oder Verständlichkeit Plot Unbound Ein Wesen aus der Zwiespalt zweier Mächte Ein innerer Krieg ohne Sieger Doch mit zehntausenden Verlierern findet er weiter statt Tief im Innersten wusste selbst das Monstrum Dass es einen Krieg bestritt in welchem es nicht siegen konnte Selbst wenn es siegte Verzerrte, wuchs und kämpfte Irgendwann wäre all der Plot verzerrt Und an diesem Tag würde es zurückbleiben Alleine in einer düsteren Ewigkeit Ohne die Essenz die es kräftigt Und doch bleibt der Hunger Die unbändige Gier Wenn Hass und Reinheit sich begegnen Entsteht eine Einigkeit des Zwiespalts Eine Gottheit ohne Willen Eine ungebändigte Macht Und diese Kontrahenten Traten im großen Finale gegeneinander an Flammen begannen um Plot Unbound zu lodern Als eine Art riesiges Schild und kleiner Sturm Die Gruppe um Aurora griff sofort an In der Hoffnung, dass normale Hiebeschaden anrichten konnten Und... Nun, das konnten sie Doch zuerst einmal mussten sie ihr Ziel finden Das Feuer breitete sich in einer Art Schockwelle aus Und hinterließ Brandspuren auf einem nicht existenten Grund Während die meisten dem Ring der Hitze entgehen konnten Trafen ihre Angriffe jedoch nicht das Ziel Unbound Zwar schlugen die Angriffe auf dem seltsamen, halbflüssigen Körper ein Doch sie schossen einfach hindurch, wie durch eine Flüssigkeit Das dadurch entstehende Loch füllte sich sofort wieder auf Keine Wunde verblieb Plot Unbound konnte durch Angriffe verletzt werden Doch sein Körper stellte sich sofort wieder her Sofort schoss das Monster durch das Kampffeld Ecke um Ecke, Meter und Meter Krallenhiebe an jedem Punkt Hierbei folgte ihm erneut ein Zug aus Flammen Welcher auch die Meter hinter der Bestie zum Hindernis machten War es möglich diesem Angriff zu entgehen? Als Marcello definitiv Der Rest der Gruppe fand jedoch keine Möglichkeit So, dass sie versuchen mussten den Schaden möglichst gering zu halten Vor allem Aurora durch ihren Aurora Schleier Als Plot Unbound stoppte Aus vollem Tempo ohne Bremsweg Hielt es kurz inne Wieder schlugen Angriffe auf es ein Jedoch ohne Wirkung Stattdessen ertönte wieder die verzerrte Stimme Und doch Sprach sie dieses Mal ein Wort Mit welchem Aurora nicht gerechnet hatte Liebe Liebe Was konnte der höchste Schlechter Über Liebe wissen Der Blick seiner nicht vorhandenen Augen brannte erneut auf Auroras Fell Als kalte Luft sich im Maul des Plot Unbound sammelte Nur Sekundenbruchteile später erfüllte ein Blizzard den gesamten Raum Und nicht Aurora war die Auslöserin Gleichzeitig schien die Wände des Plot Tornados Um das Kampffeld herum näher zu rücken Mit jedem Moment der Fall ging Der Feind schien ihr auch nicht beeinflusst oder beeindruckt Als er schlicht zum nächsten Angriff überging Dieses Mal sammelte sich in seinen leeren Augen Rosafarbene Kraft eines Psychostrahles Direkt auf Aurora gerichtet wurde er neutralisiert Als er auf einen mächtigen Eisstrahl traf Und erneut Blieb Plot Unbound einfach stehen Im selben Moment In welchem die Wände sich plötzlich näherten Bis Sie die Pokémon erreichten Als Aurora ihre Augen wieder öffnete Fand sie ein unerwartetes Bild vor sich Ein weiter Sternenhimmel Erstreckte sich vor ihren Augen Das ewige Meer unter ihr Sie saß auf einer Klippe Der Klippe nahe Kira Towns Mitten in der Nacht Sie spürte wie ihr Herz laut klopfte Fragte sich was vorgefallen war Doch erst als sie ohne ihren eigenen Einfluss Ohne jedes Wollen Ihren Kopf auf einmal zur Seite drehte Verstand sie wahrlich nichts mehr Denn dort Direkt neben ihr Sah sie sich selbst Eine Stimme ertönte Sie selber schien die Quelle zu sein Und doch war es nicht ihre Stimme Eine Sache noch Aurora Ich Möchte dass du weißt Egal was passiert Auch wenn ich letztlich sterben sollte Es Wäre nicht deine Schuld Gerade als Aurora glaubte zu verstehen Verschwamm die Welt um sie herum Sie fand sich nun wieder Auf der Spitze des Vulkanes Ihr Kopf dröhnte Ihr Blick wirkte eingeschränkt War sie kleiner geworden? Vor ihr war nichts als der Abgrund Ein mächtiger Drang Der sie zwingen wollte Auch nur einen Schritt nach vorne zu treten Doch ein lautes Geräusch ließ sie aufschrecken Und auch kehrte sie so in die Realität zurück Wieder stand Aurora in den Weiten der brennenden Sterne Umgeben von ihrem Team und gegenüber dem Plot anbauend Sie sah ein schwaches Leuchten Welches von ihr selber ausging Es war der Plotsturm gewesen Sie hatte die Fähigkeit des Autors noch Die Wände waren fort Ihre Macht Hatte sich in der Auserwählten gesammelt Aurora Plot an Bond ist schwächer und du hast seine Kraft Lass uns gehen schnell Mit diesem Plot können wir diesen Ort für immer verschließen und Plot an Bond mit ihm Elementara hatte Recht Der Kampf War gewonnen Team Polana Vatra hatten was sie benötigten Doch die Gedanken kreisten Diese Erinnerungen Das Verhalten des Plot an Bound Die Kraft welche sie nun durchfloss War kein Plot Es fühlte sich vertraut an Und doch so unnahbar Und dies war der Moment In welchem sie verstand All die Kraft verließ ihren Körper Stattdessen ging sie auf Elementara über Die wie alle Pokémon Plot aufnehmen konnte Jedoch nicht wenn er als Angriff genutzt wurde Sie blickte die Plotkriegerin verwirrt an Wenn ihr gehen wollt dann geht Verschließt diese Welt aber ich kann nicht wieder fliehen Ich kann nicht wieder Angst haben Nicht noch einmal Was redest du da Es hat nichts mit Feigheit zu tun vor Plot an Bond zu fliehen Um es zu versiegeln Entschlossen blickte Aurora den Schatten an Elementaras Seite an Nicht in eurer Lage aber Für mich schon Endlich verstehe ich alles Plot an Bond ist mehr als nur Plot und Seelenvirus Es ist mehr als Plot Es ist reiner Plot Sie wusste All ihre Begleiter verstanden was Aurora dachte Was sie wollte Wie sie fühlte Plot an Bound war mehr als ein Monster Im Herzen war es ein normales Ein gutes Pokémon Geplagt von einem äußeren Zorn und Kräften Welche es nicht kontrollieren konnte Im Inneren schlummerte Was fähig war die Liebe zu spüren Von welcher die Bestie gesprochen hatte Im Kern des Löwen Lebte immer noch die Liebe welche Aurora verloren geglaubt hatte Ihre Angst hatte dafür gesorgt Dass sie niemals die Worte hatte sagen können die sie so dringend loswerden wollte Und nun hatte sie eine Chance Wenn sie nur ihre Angst überwand Und diesmal Tat sie es Als sie direkt auf den Körper des Plot an Bound zusprang Inmitten in die Weiten des Plot Ewiges Blau erstreckte sich um Aurora Kleine weiße Punkte erfüllten es Und den gesamten Raum um sie herum In einer ewigen Einöde befand sie sich nun An dem Ort von welchem sie dachte dass die fernen Dimension so wäre Überall an diesem Ort flogen Partikel in höchster Geschwindigkeit umher Seelenviren und Plot Während der Plot schlicht strömte Aurora ignorierend Verfingen sich einzelne Viren in ihrem Fell Eine schwache Stimme erweckte die Aufmerksamkeit der Plotkrierin Aurora Die Quelle der Stimme war nur Meter entfernt Kel Feste lila Ketten erstreckten sich aus dem Nichts Und setzten das Arcani fest Angekettet an dem Punkt an dem er war Sein Blick wirkte trüb Kraftlos Aber doch voller Freude als er Aurora erblickte Diese stockte kurz Überwältigt von der Kraft des Moments Du bist wirklich gekommen Ich wusste doch dass ich mich auf dich verlassen könnte Kel Ein sanfter Blick beider Seiten folgte Bevor Kel weiter fortfuhre Du bist endlich hier Du kannst den Krieg hier beenden Nach all der Zeit kann ich endlich frei werden Dann sag mir wie kann ich die Ketten brechen Wieder folgte ein kurzer Moment der Stille Und ein Blick voller Trauer Plot an Bound muss sterben Ich bin das Herz des Monsters Aurora Wenn du mich tötest dann wird der Frieden wahr werden Und ich kann frei sein Nicht mehr gefangen in dieser Bestie Die ich nicht sein möchte Beinahe hatte Aurora bereits vermutet Dass diese Forderung folgen würde Und doch hatte sie ihre Entscheidung bereits getroffen Nein Er bleib ich für immer mit dir an diesem Ort Kel zeigte weder Unverständnis noch Zorn Das kannst du nicht Du siehst den Virus Wenn du noch länger bleibst dann wirst auch Du eine Gefangene von ihm werden Eine Gefangene von Plot an Bound Es stimmte Mehr und mehr der Viren sammelten sich auf Aurora's Fell Langsam begann es ein lila Schimmer anzunehmen Lieber geschieht das als dass ich dich wieder zurück lasse Nein Aurora du kannst nicht Vertraust du mir Überrascht blickte das Arcani auf Natürlich aber Dann solltest du nicht erwarten Dass die Plotkirin sich an diesen Ort stürzt Ohne einen Plan zu haben Eher bleibe ich hier als dich zurück zu lassen Aber wenn es eine Chance gibt uns beide zu retten Dann folge ich ihr Der Sturm der Partikel wurde wilder als Aurora begann zu sprechen Reiner Plot und Seelenvirus Das ist Plot an Bound Und ohne eines von ihnen kann es nicht bestehen Kel Wir sehen uns auf der anderen Seite Der Sturm wurde stärker All der Plot sammelte sich in einem Punkt Die Kraft der Plotkriegerin war nicht geschwunden Auch nach der Reformation der Welt Immer noch beherrschte sie den eingenommenen Plot Konnte ihn aufnehmen Für sich nutzen Und mit unsagbarer Kraft und goldenglühenden Fell Fand sie sich so wieder bei ihrer Gruppe Anscheinend hatten sich Elementara, Epsilon, Darkrämer, Shadow, Seraora und Monagoras entschieden Nicht zu gehen Auch wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten Und Aurora gegenüber Plot an Bound War fort Alles was blieb War ein gelbes Arcani Die Augen leer wie jeder Besessene Es ist wirklich Hast etwa an mir gezweifelt Polar? Lasst uns den Krieg wahrlich beenden Befreien wir das letzte Pokémon welches noch gefangen ist Unwillkürlich wandte und zuckte Kel Scheinbar von einem seltsamen Anfall überkommen Seine Krallen gruben sich in den Boden In seinen Augen Schimmerte Licht Nein Du hast keine Macht mehr über mich Du hast keine Macht mehr über mich Zusammen mit einem lauten Scheinbrach ein wahres Inferno los Doch nach nur Sekunden War es vorbei Schwer atmend Stand nun Kel wieder dort Jener Kel welchen Aurora einst verloren hatte Mit seinem gelben Fell Und den schwarzen Augen Und auch sie wusste es Ihr Partner War zurück Glücklich wandte sie sich an die Gruppe Die ihre Freude zu teilen schien Dann lasst uns von hier verschwinden Und diesen Ort für immer versiegeln Langsam schritt die Gruppe vor Aurora voran Sie selber jedoch Blieb noch stehen Kel blickte zu Boden und rührte sich kein Stück Kommst du? Schwach blickte das Akani auf Immer noch einen leichten lila Schimmer in den Augen Ich Ich kann nicht Aurora du hast mich vom Reihenplot befreit Ich kann leben wie ich bin aber Ich bin nichts anderes mehr als Seelenvirus Kann ich wirklich verantworten diesen Ort zu verlassen Ich Ich bin nicht mehr Kel ich bin nur noch ein Parasit Im Enthusiasmus ihres Sieges zeigte das Will nur nach wahre Selbstsicherheit Wir sind mehr als stark genug um den Virus in Schach zu halten Und der wahre Kel wäre der einzige der jetzt noch an sich zweifeln würde Komm mit Nach Hause Immer noch zögerte das Akani Jedoch blickte er zu Aurora Ein Blick voller Emotionen Trauer und Freude mischten sich in den blasslilanden Augen Meinst du wirklich? Ja! Und nun komm! Langsam Offensichtlich etwas geschwächt Schritt Kel voran An der Seite seiner Partnerin Monate der Trauer Lagen hinter ihr Doch nun In einer seltsamen Wendung des Schicksals Ihre gesamte Familie war wieder vereint Und auch Kel war wieder an ihrer Seite Konnte es ein besseres Ende geben? Nur drei Worte waren es Die immer noch auf ihrer Zunge lagen Doch wieder Auch in diesen Momenten zögerte sie Aber heute wusste sie Sie hatte die Zeit Um noch zu warten Destiny 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 Kapitel 72 Der letzte Traum Ein einzelner Sonnenstrahl Fiel in die Höhle im Untergrund Als Aurora wieder durch den Riss zurückkehrte Die Befürchtungen über den Schluss des Zugangs Waren nicht eingetreten Die Gruppe Kam größer wieder aus der Ferndimension heraus Als sie hineingegangen war Wie Epsilon bereits angekündigt hatte Wartete Hagel bereits hier am Ausgang Ihr seid zurück Nicht dass ich etwas anderes erwartet hatte Als letzter kam Kel aus dem Riss herausgesprungen Sekunden bevor Aurora und Elementara Den reinen Plot nutzten Welcher nicht in dieser Welt verbleiben durfte Um den Riss zu verschließen Eine Sache hatten sie hierbei jedoch nicht bedacht Epsilon war in Gedanken allerdings voll dabei Hagel ist irgendwann jemand anderes hier lang gekommen? Kurz schien der ehemalige Gefährte des Zora keine Antwort zu finden Also wenn das ein jemand war dann ja Irgendein riesiges Drachenwesen Erst durch diese Aussage fiel Aurora auf Dass sie tatsächlich Zetas Anwesenheit in der Fremde Schon ganz vergessen hatte Die Frage war nur ob seine Flucht nun gut oder schlecht war Aber letztlich würde er nicht mehr seine zerstörerischen Ideale verfolgen Also es konnte nicht so schlimm werden Und sagt mal seid ihr da nicht zu zippt reingegangen? Wo kommt denn die Nummer 8 her? Etwas kraftlos aber doch selbstsicher Übernahm der Rückkehrer seine Vorstellung selbst Ja ich Ich war einige Monate da drinnen gefangen Mein Name ist Kel Du musst Hagel sein oder? Ein kurzer amüsierter Blick des Volnona Fiel auf seine Tochter Ja bin ich Ich habe schon viel über dich gehört Rot strahlend Schwand die Sonne bereits am Horizont Der Abend war hereingebrochen Die Welt Schien trotzdem so wie immer Nur nicht für Aurora Die letzten Stunden hatten vieles verändert Kämpfe Rückkehr Familie Am Abend zuvor noch schien ihr die Sonne grau zu scheinen Doch nun erfüllte sie dieser Anblick mit Wärme Ihr letztes Abenteuer war zu Ende Die Gruppe war gemeinsam auf dem Weg zurück nach Kiratown Eigentlich gab es so vieles Über das Aurora hätte reden können Drum verlaufe der 2 Stunden des Weges sagte sie nicht Ein Wort Es war Sie fühlte sich irgendwo überfordert Aber auf eine gute Weise So viele positive Gedanken sammelten sich Dass sie einfach nicht in der Lage war Diese irgendwie auszusprechen Die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden Als die Sieger des Krieges die Heimat wieder erreichten Recht unerwartet Aber irgendwo für Aurora verständlich Wollte Kel sich schnell wieder erst einmal abseilen Aurora Kann ich erst einmal wieder bei dir unterkommen Etwas perplex dass dies überhaupt eine Frage war Bejahte Aurora Danke Dann komm ich später nach Ich geh noch eine Weile zum See Ohne auf eine Antwort zu warten Zog das Akani davon Kurz überlegte die Plottkriegerin Sollte sie folgen Allerdings entschied sie sich dagegen Jedoch war auch offensichtlich Dass sie nicht als einzige bereits nachgedacht hatte Während die restliche Gruppe sich trennte Verblieben die Eltern des Volnona mit ihr Und blickten sie interessiert an Dass also der Kel dir in den letzten Monaten so viele Sorgen bereitet hat Ich hatte nicht erwartet ihn noch kennenzulernen Was aber viel wichtiger ist Hast du mit ihm geredet? Über deine Gefühle? Weshalb schien Epsilon es eiliger mit Auroras Beziehung zu haben Als sie selber Nein also Er soll sich erst wieder einfinden Ich meine er war so lange weg Und ich habe jetzt hier alle Zeit der Welt Kurz kehrte Stille ein Bevor sich Auroras Mutter niederkniete Um auf Augenhöhe mit ihrer Tochter zu sein Du hast uns hier alles erzählt Ich weiß Deine Angst war es Die dich vor seinem Verschwinden abgehalten hat Aber dachtest du damals nicht auch Dass du mir irgendwas Wann anders seine Liebe gestehen könntest? Es stimmte Auch wenn Aurora das nicht direkt zugeben wollte Epsilon hatte sie bereits völlig durchschaut Du hast immer noch Angst Ich weiß Die Sorgen was geschehen könnte Wenn es doch nicht klappt Aber wie ich dir schon vorhin sagte Ich denke er weiß ohnehin Bescheid Wenn du noch weiter wartest Könnte er dich sogar anfangen zu glauben Dass er sich irren würde Und selber das Interesse verlieren Nein also Ich meine ja aber Ich werde ja mit ihm reden nur nicht heute Es hat doch alles seine Zeit oder? Sollte ich ihm nicht erst noch eine Woche oder zwei Zeit lassen? Vielleicht etwas länger? Verständnisvoll packte Epsilon die Schulter ihrer ehemaligen Erzfeinden Früher hätte sich Aurora dessen erwehrt Inzwischen vertraute sie Epsilon jedoch wieder genug Gut ich glaube ich habe mich ungut ausgedrückt Also lass es mich anders sagen Leichter Schmerz durchfuhr die Plotkriegerin Als der Griff um ihre Schulter deutlich fester wurde Innerhalb der nächsten Stunde bist du am See und redest mit Kel Ob du nun freiwillig hingehst Oder ich dich schlecken muss Gut gut ich machs ja Natürlich sagte Aurora dies hauptsächlich um sich aus dem eisernen Griff Epsilons zu befreien doch Irgendwie hatte ihre Mutter sie schon auch überzeugt Gut ich gehe Gerade wollte Aurora aufbrechen Als sie noch einmal kurz gestoppt wurde Ach wenn ihr dann über die wichtigsten Dinge geredet habt Besprich dich mal mit Kel Ob temporär Platz noch für wen weiteren im Team Polar Navatra ist Der Mond stand inzwischen am Himmel Sterne überall im dunklen Blau verteilt Zum ersten Mal seit Monaten Erblickte Aurora den Anblick Welcher dem Polarsee seinen Namen gab Polarlichter Grün und Blau schlängelten sie sich über das Wasser Als würden auch sie die neue Freie Welt Feiern wollen Am Ufer saß ein einzelnes Pokémon Welches gebannt auf die Lichter starrte Kel Ein kurzer Blick des Arcani über seine Schulter folgte Aurora Ich hatte schon beinahe erwartet dass du noch auftauchst Etwas nervös setzte sie sich neben dem Arcani nieder Welches nun für Monate aus ihrem Leben verschwunden war Das hier sind also die Polarlichter des Sees Sie sind wunderschön Dass ich sie tatsächlich noch erleben darf Dass ich Heute hier sein darf Für einen Moment dachte Aurora darüber nach Einfach einen Dialog an diesem Punkt fortzuführen Aber sie entschied sich dass sie nicht mehr zögern würde Kelch Ich muss mit dir reden Kurz atmete sie durch Dann begannen sie Wir haben viel durchgemacht Wirklich, wirklich viel Als wir es zum ersten Mal getroffen haben Hier haben sie Du warst mir Suspekt und ich wollte dich eigentlich nur loswerden Aber irgendwann haben wir dann ein Team gegründet Und als du dann als Arcani zurückgekehrt bist Ich habe wirklich begonnen eine andere Seite von dir kennenzulernen Und ich habe wirklich gesehen, was du alles durchmachen musstest Ich meine, deine Vergangenheit war zwar erfunden Aber deine Seele musste den Schmerz erfahren, als wäre es alles wirklich geschehen Mit dir an meiner Seite Weißt du Ich habe gelernt, warum Pokémon immer sagen, man solle aufpassen, was man sich wünscht Denn der Weg zu großen Träumen ist mehr, als die meisten tragen können Und die Chancen, so etwas wirklich zu erreichen Und trotz all dieser Wahrscheinlichkeiten Ich träumte davon, eines Tages in der Königsliga zu kämpfen Dank dir gehöre ich nun zu der Elite, die es tatsächlich geschafft hat Ich wollte eine Heldin werden, wollte Epsilon stürzen Und tatsächlich, selbst diesen unglaublichen Traum konnte ich mir erfüllen Deinetwegen Aber als ich dann da saß und nachdachte in den Monaten, seit du fort warst Letztlich haben mir diese Träume auch nicht das Glück gebracht, das ich gesucht habe Stattdessen habe ich mich selber gefunden Meine wahren Wünsche Und nun, gegen jede Wahrscheinlichkeit Kann ich mir selber vielleicht den letzten Traum noch erfüllen Danke für alles Dafür, dass du mir immer zur Seite stehst Dafür, dass du Kel bist Ich liebe dich Amüsiert rückte der Wiedergekehrte näher an seine Partnerin Das weiß ich doch, Aurora Das weiß ich Etwas beschämt blickte die Angesprochene zu Boden Epsilon hatte also Recht Es war wohl doch sehr offensichtlich, nicht? Kurz blickte Kel über die Weiten des Sees In die schimmernden Lichter Ja Nein Es ist nicht irgendwo irrelevant Es waren drei Worte, die dich monatelang geplagt haben, nicht? Ertappt errötete Aurora Woher weißt du das? Dein Bruder war weniger stumm als die anderen Kurz wandte sich Team Polana Watras Leiterin ab Ja Dann sag mir Weshalb denn? Was ändern denn drei Worte? Hätten wir uns gegen übereinander anders verhalten, nur weil du deine Gefühle ausgesprochen hättest? Diese Frage war wirklich nicht, womit Aurora gerechnet hatte Doch als sie versucht hatte, eine Antwort zu finden Drei Worte sind nicht viel, doch sie können viel ausrichten Aber selbst tausend Worte können nicht so stark sein wie eine Tat Müssen wir uns denn wirklich sagen, dass wir uns lieben, um so zu handeln, als würden wir es? Nein, du hast recht Ich schätze, ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht Ich hatte nur irgendwie Angst, das offiziell zu machen, schätze ich Du hast Angst, dass unser Band reißen könnte, wenn unsere Beziehung doch nicht funktioniert, oder? Erst dieser Tag zeigte dem Polona wirklich, wie durchschaubar sie wohl sein konnte Daran ist nichts seltsam oder falsch Ehrlich gesagt, das geht mir ja nicht anders Aber, wenn wir uns deswegen voneinander distanzieren, hilft uns das weiter Wir haben inzwischen zu viel erlebt Als dass eine gescheiterte Romanze uns auseinander brechen könnte Das Akani wandte seinen Blick von den Himmelslichtern ab Und wandte sich an seine Partnerin Also, was denkst du jetzt? Bist du bereit, das Risiko einzugehen und zu probieren, eine Beziehung zu führen? Wenn die Dinge nicht so zwischen uns laufen, dann ist es eben so Wir können einen Schritt nach dem anderen machen Schließlich gibt es nichts, was die Zukunft verdüstert Ja, ich habe zu lange Angst vor dem gehabt, was sein könnte Was auch immer die Zukunft in den Weg stellt, gemeinsam können wir es überwinden Auch wenn sich die Dinge geändert haben Und ich immer noch nicht wirklich weiß, wer ich bin Auch wenn ich nichts mehr als eine Hülle eines Virus bin Ich habe zu viel gelitten, um mich noch aufhalten zu lassen Kurz kehrte Stille ein Bevor Kel eine Frage stellte Welcher Aurora bereits einmal an diesem See gehört hatte Sag mir Aurora Wenn du diese Walden siehst Was erkennst du dann? Siehst du Wasser? Ein See? Zwar verwirrte es, dass Volona etwas Wie gleich der Wortlaut doch zu Epsilon war Kurz bevor ihre Maske damals fiel Doch heute hatte sie eine andere Antwort als damals Ich sehe lange vergessene Zeiten voller Freude, aber auch Leid Ich sehe Schmerz, Verlust, Verständnis, Zusammenhalt Aber ich sehe auch eine Zukunft voller Licht Das Leben kann sein wie ein einziger Tag Aber dieses hat mit der Nacht begonnen Die Finsternis schwindet, wenn die Sonne sich erhebt Und was der Tag bringt, das entscheiden wir Und für dieses Recht haben wir gekämpft Wenn nun trotzdem Trauer den Tag erfüllt Hast, Zorn oder Leid Dann mag es so sein Doch wir haben die Kraft unser Schicksal zu verändern Zu zweit nochmal mehr als alleine Ich bin bereit für die Zukunft Kurz zögerte Kel Er schien zu schwanken Nach allem was ihm geschehen war Oder er glaubte es wäre ihm geschehen Doch letztlich fasste er sich ein Herz Um zum ersten Mal Worte auszusprechen Die wie Licht in einer ewigen Finsternis schien Erste Funken eines großen Feuers Weißt du was? Ich auch Zu lange habe ich keine Zukunft gesehen Nur gehofft, dass es bald enden würde Aber das ist wohl letztlich der Lohn für meinen Lieben Ein Leben, das es wert ist Freude, doch auch Mitleid Teilten sich im Blick der Plotkriegerin Das Leben war schon immer lebenswert Auch wenn du es nicht gesehen haben magst Aber, Kel Du vertraust mir, oder? Natürlich Dann lass mich dir zeigen, warum das Leben wertvoll ist Komm mit! Langsam stand das wohl Nona auf Kel folgend Also, wo wollen wir hin? Etwas verwirrt brauchte das Akani einen Moment, um nachzudenken Allerdings wurde er unterbrochen Von einem Hieb auf den Hinterkopf Au, wofür war denn das jetzt auf einmal? Ups, mach der Gewohnheit Warte nur ab Das bekommst du noch zurück After Story Ende Bis Mittwoch Wenn der Epilog beginnt Epilog Champions der Herzen Teil 1 Rund 2 Monate waren vergangen Seitdem Aurora wieder mit ihrem Partner vereint war Dinge hatten sich verändert seitdem Jedoch nur im Positiven Es schien als wäre wahrlich Frieden eingekehrt Zeta hatte sein Gesicht erneut gezeigt Doch nicht als Feind, sondern als normaler Bewohner der Welt Kelts Beziehung könnte kaum besser verlaufen Auch war Team Polar Navatra wieder zurückgekehrt zu alter Stärke Epsilon war ihnen beigetreten Auch wenn sie bereits betont hatte, dass sie nur Teil Team Polar Navatras bleiben würde Bis sie Champions werden würden Das war sie dem Team schuldig, so sagte sie Team Nordica Team Nordica stand immer noch an der Ligaspitze Unverändert und nun noch schwerer zu stürzen Da Elementare aus der Situation mit Endynalos im Duell gegen Team Polar Navatra gelernt hatte Und nun eine Klausel für unbewegliche Pokémon eingeführt hatte Welche ihnen nach 3 Minuten automatisch die Niederlage brachte Sollte der Kampf immer noch nicht zu Ende sein Die Saison, welche nur wenige Tage nach der Wiedervereinigung begann Hatte das Team großteils ausgesetzt Sie alle waren sich einig, ein Monat der Ruhe wäre sinnvoll und nötig Sie hatten lediglich die ersten beiden Kämpfe gekämpft und gewonnen So dass sie sich sicher sein konnten, dass sie nicht auf Platz 50 abschließen würden Stattdessen hatte in der Saison ein bekanntes Team einen extremen Aufschwung gehabt Team Radiance hatte sich als Tabellenplatz 1 bis ins Champion Duell gekämpft Ohne auch nur einen Kampf in der gesamten Saison zu verlieren Allerdings zeigte Team Nordica keine Sorge und siegte recht eindeutig Und auch diese Saison wieder hatte sich Team Radiance auf Platz 1 der Tabelle gekämpft Jedoch nicht ganz ohne Niederlage dieses Mal Denn Platz 2 der Tabelle war Team Polana Vatra Welche auch dem Team um Shane eine Niederlage verpassen konnten Allerdings verloren sie gegen Nummer 3 im Dreieck der Favoriten Team Iron Fist Platz 3 der Tabelle An diesem Tag war nun das Turnier gekommen Team Polana Vatra war bereits in Crowning versammelt Wartend auf die Bekanntgabe der Turnierklammer Aber auch auf das Erscheinen Marshadows Wo bleibt er denn so lange? Wenn das so weiter geht verpasst er die Anmeldung für die erste Runde Er ist immerhin deinetwegen losgegangen Außerdem sind wir auch so noch zu fünft Auroras Aussage stimmte Auch wenn es nicht war als hätte Kel den Schatten extra noch einmal danach gefragt loszugehen Machinello sagte dass er schnell genug eingekauft hätte Auch wenn er seit dem Verlust seiner stärksten Plotkraft nicht mehr so schnell Schatten reisen kann Er ist er doch eigentlich immer noch der schnellste Wenn du rechtzeitig Bescheid gesagt hättest dann hätte ich dir gestern schon Schlafsamen mitbringen können Wozu brauchst du die Dinger überhaupt noch? Die Stimme in deinem Kopf ist doch weg oder? Oder stört jetzt der Virus? Monagoras Sorge war irgendwo berechtigt Aber doch waren die eigentlichen Gründe simpler Der Virus ist kein Problem Ich glaube er hat den Krieger aufgegeben Und versucht nun einfach nicht aus zu sterben indem er stumm vegetiert Aber ehrlich gesagt Epsilon formulierte was Kel dachte Rauch wie eh und je Der Haushalt ist abhängig von dem Zeug Ich musste monatelang diese Samen nehmen um eine Chance auf Schlaf zu haben Denkst du ich könnte mir jetzt noch abgewöhnen ohne ein Auge Denkst du ich könnte jetzt noch ohne sie ein Auge zu bekommen Dafür bin ich es zu gewohnt Etwas besorgt blickte Aurora Kel über ihre Schulter hinweg an Trotzdem denke ich dass du etwas machen solltest Ist doch bestimmt nicht gesund so zu leben Kel lachte kurz auf Bestimmt nicht Aber ich mag nie wirklich ein Mensch gewesen sein Aber trotzdem fühlt es sich so an als hätte ich schon viel Schlimmeres in mich reingepumpt Aufs Stichwort Hier sind deine Schlafsamen Kel Im perfekten Zeitpunkt kam der Schatten an Als auch gerade die Lautsprecher des Stadions erschalten Der Turnierbaum des heutigen Turniers ist fertiggestellt In wenigen Momenten wird er auf dem Bildschirm der Arena zu sehen sein Und kurz darauf im Eingang ausgehängt Gebannt startete Team Polanavatra auf dem Bildschirm Als ein Team Name nach dem anderen Den Turnierbaum füllte Auf der linken Seite befand sich Team Radiance an erster Stelle Gefolgt von 3 Teams die Aurora wenig sagten Auch Team Aralsa, Olangas Gruppe Welche knapp mit Platz 14 ins Turnier eingezogen waren Befanden sich dort Team Polanavatra selber erschien an zweiter Stelle auf der rechten Seite Direkt über dem ihnen bekannten Team Inferno Sturm Ihre ersten Gegner Würden zunächst ein recht neues Team sein Ein Glücksfall für Polanavatra Team Dämonico waren als Platz 16 in dieses Turnier eingezogen Beinahe eher durch Glück als durch Talent Sie waren auch bereits Gegner von Polanavatra während der Saison gewesen Und... Der Kampf war... Nicht unbedingt spannend Spannend konnte es allerdings schnell werden So sah Aurora Denn im Halbfinale konnte Polanavatra recht wahrscheinlich Erneut auf Team Iron Fist im Duell zweier Favoriten treffen Runde 1 begann bald für Team Polanavatra Nachdem Team Radiance und Team Aralsa beide ihre Duelle gewonnen und neue Gegner gefunden hatten Team Dämonico bestand aus 3 Pokémon Intellion, Fenexis und Reshiram Keine schwache Aufstellung, das war klar Doch umsonst kam man schließlich auch nicht in dieses Turnier Zudem war mit 2 Feuer-Pokémon eine recht deutliche Schwäche zu sehen Auch wenn Team Polanavatra diese nur bedingt abdecken konnte Gleichzeitig war auch Reshiram kein allzu starker Kämpfer Anders als man es erwarten könnte Aurora hatte ihn letztes Mal bezwingen können Trotz eines deutlichen Typen-Nachteils Das Team, welches durch Epsilon in diesem Turnier zu 6 dastand Musste sich zunächst aussuchen welcher der Ian in diesem Duell nicht mitmachen würde Das Verfahren verlief simpel Monagoras war gut gegen 2 der 3 Er blieb auf jeden Fall Für Kel galt durch seine Steinangriffe Gleiches Und gegen Intellion hätte er Stromstoß Auch wenn Wasser gegen ihn stark war Epsilon war stark gegen Fenexis Seraora gegen Intellion Machado konnte insgesamt mehr ausrichten als Aurora Somit setzte die Teamleiterin Runde 1 aus Kel begann als erster Kämpfer Polanavatras Diese Taktik ergab durchaus Sinn Da er gegen 2 von 3 stark wäre Intellion eventuell durch Stromstoß und Donnerzahn schlagen könnte Und Monagoras zu wertvoll für den Start war Und so begann Team Polanavatras Erstes großes Duell des großen Turniers Kel gegen Reshiram Der große Drache begann die Schlacht damit sich in Feuer einzuhöhlen Und den Boden zum Glühen zu bringen Zwar mochte dies in manchen Fällen etwas bringen Gegen Kel kostete es aber im Prinzip nur Zeit Dieser hingegen füllte sich den Ring mit seinen Felsen Bevor er begann seine Agilität zu nutzen Reshiram fiel mit über 300 kg Unter die neueste Klausel Welche nach dem Finale zwischen Nordica und Polanavatras entstanden war Kel musste somit nur 3 Minuten durchhalten Was mit seiner höheren Agilität als jene des Gegners ein einfaches werden sollte Aber alleine zur Sicherheit hinterließ das Akani Reshiram eine Paralyse Bevor das Ausweichen begann Ein recht ereignisloser Einseitiger Kampf zu Beginn des Turniers Sehr sicher hätte Kel auch ohne die Klausel gewonnen Aber wozu mehr anstrengend als denn nötig Somit war die hauptsächliche Überlegung nun ob Monagoras oder Seraora die nächste Runde übernahm Einer von beiden wäre im Vorteil Recht schnell fiel die Wahl allerdings auf Seraora Im Prinzip aus alleinigem Schätzen Team Dämonico würde vermutlich nicht beide Feuer Pokémon direkt nutzen So zumindest die Schätzung Eine Schätzung welche auch aufging und den Grundstein legte für einen dominanten ersten Sieg Ohne jede Zweifel Doch ehrlich gesagt für die ersten zwei Runden war nichts anderes vorauszusehen gewesen als deutliche Siege Dieses Turnier Sollte ein Turnier des Favoriten Trios werden Vorher mussten sich nur noch die anderen Teams gegenseitig ausschalten und die Favoriten ihre Stellung beweisen Seraora gegen Intellion war definitiv ein unterhaltsamerer Kampf als jener zuvor Da sich hier zwei Mittelgewichte mit Höchstgeschwindigkeit begegneten Alleine unterschieden sich die Angriffsdistanzen welche bei Intellion deutlich höher waren Und dafür war dieser völlig am Ende sollte er in den Nahkampf geraten Blöderweise war Seraora sowohl für Nah als auch Fernkampf gewappnet Auch er hatte trainiert und Neues gelernt Ähnlich wie Monagoras mit seinem Feldspeer nutzte auch er nun eine Waffe Epsilon hatte den Zweibeinern des Teams den Umgang mit dem Schwert als Expertin beigebracht Und Seraoras Plasmaklinge wurde so zu einer gefährlichen Waffe seinerseits Doch vor allem konnte dieser Wenn der ehemalige Leiter Team Slash es wollte und eine Technik nutzte Projektile reflektieren und elektrisieren Wollte Intellion also aus der Distanz schießen Würde er sich nur selber Stromgeschossen aussetzen Rein theoretisch konnte er also nicht aus der Ferne angreifen Aber von Nahem auch nicht Dementsprechend war das Ergebnis nahezu vorherbestimmt Seraora hatte keine Probleme dabei sich einen recht schnellen Sieg zu garantieren Und damit den Weg zu einem nahezu sicheren Sieg zu ebnen Zwar war Fenexes vielleicht die stärkste Kämpferin des gegnerischen Teams Doch gegen Monagoras standen ihre Karten wirklich schlecht Der T-Rex war seit dem Ende der Reise ebenfalls an sich gewachsen Einerseits da Epsilons Waffentraining auch ihm half Andererseits da er an sich selbst gearbeitet hatte Sein Kampfstil war gnadenloser geworden Bestrafte jeden Fehler brutalst Meist direkt mit der Niederlage Seine Schwäche war immer noch jede Lage in welcher er selber im Nachteil war Und seine für ein Gesteins Pokémon hohe für andere Typen jedoch langsame Geschwindigkeit Gerade in Trainingskämpfen gegen Seraora hatte es sich gezeigt Monagoras konnte Probleme haben Treffer zu landen Doch der ehemalige Liga Leiter wusste wie er damit umgehen musste Er konnte nicht ändern wer er war Doch er konnte das Beste aus der Schwäche machen So trainierte er Damit jeder einzelne Treffer den er traf möglichst viel anrichtete Jedoch anders als vielleicht zu erwarten Stehlte er nicht seine Stärke Stattdessen kämpfte der Drache nun Bedachter Jeder Angriff welchen er nutzte solange er nicht im Vorteil war War schnell doch schwach Allen voran jedoch Konnten sie alle in unzählige Kombinationen führen Ein einzelner Treffer konnte nun inzwischen zu riesigen Kombos führen Was wahrlich ein Grund war Monagoras zu fürchten Gegen Fenexes zeigte er auch auf dass er sich den Ruf eines mächtigen Kämpfers verdiente Ganz wie er sich erhofft hatte als er dem Team beitrat Fand er sich im Duell wahrlich in seinem Element Ihn zu beobachten war intensiv auf die seltsamste Weise So wenig Bewegungen wie möglich versuchte Monagoras zu nutzen Um Angriffen zu entgehen nutzte er Felsen oder kleine Bewegungen In sehr knappen Lagen schnelle Rollen Hierbei behielt er immer den Gegner im Auge Jederzeit bereit bei nur einer falschen Bewegung zuzuschlagen Jedes Mal konnte man den Gegnern die Nervosität ansehen Da sie jederzeit bereit sein mussten um einen Angriff zu entgehen Doch die pure Ruhe Die schier endlose Geduld des Monagoras Machte es so viel schwerer auszuweichen als früher Als der Dreherzig Angriffe genutzt hatte Gerade Projektile waren durch diese Taktik beliebt gegen den ehemaligen Leiter Doch natürlich war ihm das klar und er entging den meisten von ihnen Auch in diesem Kampf wurde er hauptsächlich von psychischer Energie beschossen Da sie beide wussten Feuer machte dem Felsen nahezu nichts aus Und jedes Mal wenn Fenexes auch nur Anstalten machte anzugreifen Wirkte Monagoras für einen Gegenschlag bereit Auch wenn dieser nie kam Oder zumindest lange nicht Denn irgendwann rutschte er dann doch unter einem Projektil hindurch Und versuchte einen niedrigen Heap mit seiner Felswaffe zu erzielen Mit vollem Erfolg Und seine Teamkollegen wussten Der Kampf war gewonnen Fenexes stürzte zu Boden Nun völlig offen für Angriffe Monagoras warf seinen Felsspeer hoch in die Luft Sekundenbruchteile später schlug seine Faust auf den Boden ein Ein gewaltigeren Magma-Stoß Beförderte seine Gegnerin hoch in die Luft Mitten in den dahin geworfenen Felsen Welcher sie zurück in den Boden schickte Wo Monagoras bereits stand Um einen direkten Krallenhieb zu verpassen Dieser schleuderte Fenexes in einen großen Fels Welchen Polar-Avatras-Kämpfer in den Sekunden der Luftzeit kreiert hatte Welcher in kleine Steine zerbrach Welche in winzigen Explosionen Fenexes erneut in Richtung der Mitte sendeten Und dort stand Monagoras wieder bereit Seine Waffe nun erneut bereit Um mit massivem Schwung ein Volltreffer zu landen Sieg für Polar-Avatras Epilog Champions der Herzen Teil 2 Der nächste Schritt war somit erneut Zu warten Der erste Kampf war keine große Herausforderung gewesen Doch selbst dass es ein 3 zu 0 und kein 3 zu 1 war War sehr wichtig, damit das Team Momentum aufbaute Im nächsten Duell traten zwei Teams gegeneinander an Gegen die Polar-Avatras noch nie gekämpft hatte Von denen sich Team Engar-Kabangeli durchsetzte Eine recht starke Gruppe Bestehen aus ihrem Leiter Viskogon Einem Nachtara Einem Turtog Und einem Nikrosma Sie würden Polar-Avatras nächste Gegner werden In den anschließenden Duellen Setzte sich zu niemandes Überraschung Auch Team Iron Fist durch Die nun ebenfalls im Viertelfinale standen Bevor nun das nächste Duell Polar-Avatras anstand Konnten sie beobachten, wie ihre vermutlichen Final-Gegner Sollte die Gruppe um Aurora und Kel sich wieder gegen Iron Fist durchsetzen können Einen zweiten Kampf völlig dominierte und sich ins Halbfinale einreiten Und tatsächlich gab es dort dieselbe Aufstellung wie bereits in Polar-Avatras ersten großen Turnier Team Radiance gegen Team Aralza Standen im Halbfinale Nun waren die sechs Teamkollegen wieder dran Und sofort begann die Planung wieder Aurora wäre dieses Mal definitiv dabei Sowohl wegen Viskogon als auch wegen Nachtara Seraora wurde wegen Turtog wieder aufgestellt Epsilon war bereit für Nikrosma Machado war ein riskanter Zug gegen Nikrosma und stark gegen Nachtara Somit wurde auch er gesetzt In der zweiten Runde setzte somit Polar-Avatras zweiter Teamleiter aus Gewöhnlich stellten viele Teams gerne zunächst Kämpfer auf Welche gegen wenige Gegner stark waren Gleichzeitig nicht nötig um einen bestimmten Gegner zu schlagen Im Falle von Team Polar-Avatras diese Runde traf dies am ersten auf Monagoras zu Der keine wirklichen Nachteile gegen irgendjemanden hatte Jedoch auch keine Stärken Eine ähnliche Lage Nur dass dort sogar mehrere Schwächen vorlagen Ergab sich für Nikrosma im gegnerischen Team Somit waren diese beiden Monster Es die sich im ersten Duell gegenüber standen Beim Anblick des seltsamen kristallenden Prisma Pokémon Dachte Aurora zurück daran Als sie zum ersten Mal im Finale dieses Turniers standen Und Team Radiance getroffen hatten Dort hatte es gehiesen, dass Shane Nikrosma bekämpft hätte Irgendeine Bedrohung sei er gewesen Allerdings war es eindeutig nicht dieser Nikrosma gewesen Er wäre ja kein normaler Kämpfer in einem Liga Team Und doch erinnert es Aurora daran Dass sie noch mehr über die Geschichte hinter Team Radiance erfahren wollte Vielleicht ergebe sich nach dem Finale ja eine Möglichkeit Für nun stand jedoch der Kampf zwischen Fels und Kristall im Vordergrund Sich den Stärken seines Gegners bewusst sah der Kampf zwischen den beiden äußerlich Zwar dem, welcher der Drache gegen Phenexes geführt hatte, sehr ähnlich Doch das geschulte Auge eines Kämpfers erkannte Nikrosma war nicht ansatzweise so nervös wie das Feuer Pokémon zuvor Er wusste, dies war es, was Monagoras wollte Stattdessen nutzte er das passive Verhalten, um sich selbst mit Eisenabwehr standhafter zu machen Bevor Monagoras reagieren konnte Resistenz war eine mächtige Waffe gegen den Drachen Viele seiner Kombinationen zerbrachen alleine durch den Fakt, dass seine Angriffe nun weniger Rückstoß mit sich bringen würden Gleichzeitig schossen bereits Lichtstrahlen auf den Drachen zu, welcher er mit seinem Felsspeer abwehrte Nikrosma wollte passiv spielen, das erkannte er Und deswegen dürfte er dies nicht wirklich zulassen Sofort sprang er also nach vorne Sein Speer kollidierend mit den dünnen Armen des Prisma Pokémon, als der Angriff abgeblockt wurde Sofort darauf verfehlte eine Metallklaue Monagoras um Zentimeter Nikrosma war völlig bereit für diesen Kampf Ein mächtiger Krieger Felsspitzen schossen aus dem Boden, eine von ihnen direkt zwischen beiden Pokémon Nach einem kurzen Sprung rückwärts zerschlug Monagoras diese und Felsstücke flogen hoch hinaus Bevor sie jedoch überhaupt den Hochpunkt ihres Fluges erreichten Warf Nikrosma seinen Arm zu Boden Und die Splitter knallten zu Boden, als wäre die Anziehungskraft der Erde um ein Vielfaches gestiegen Diese Technik überraschte Monagoras ebenfalls So dass er nicht bereit war auszuweichen und der Fels auf seinem Schädel zerbröselte Es war nicht stark gegen den Dickschild des Dinosauriers, aber wirkungslos war es auch nicht gerade Als nächstes entschied sich Monagoras als Konter dazu, sein Speer in den Boden zu rammen Seltsame Linien durchzogen den Boden Es war die altbekannte Terraformung Doch mit neuen Tücken Die Risse öffneten sich, gaben Hitze frei Doch auch Felsschoss hervor glühenden wie Meteoroiden in der Nacht des Mondfalls Diese Technik schien Nikrosma eher zu überraschen, da dieser nur auf den passiven Hauptstil des Monagoras vorbereitet gewesen war Das allerdings nicht die einzige Option war, hatte er nahezu aus den Augen gelassen Erneut wollte er jedoch den Fels für seine eigenen Angriffe nutzen Erneut schnellte sein Arm nach unten Doch Monagoras erwartete dies und passte sich an Sofort sprintete er dieses Mal nach vorne Den Speer wieder in der Hand und griff an, während Nikrosma beschäftigt war Er versuchte es auch gar nicht erst mit einem schwachen Kombinationsstarter Eisenabwehr würde dies umgehen Ein einzelner mächtiger Schlag sollte es werden, welcher den Gegner ins Taumeln brachte Und genau dies bemerkte Monagoras Seine gewöhnlichen Kombinationen fielen weg, da der Rückstoß nicht genügte Doch seine stärksten Hiebe brachten nun genau diesen Effekt Es war eine simple, kurze Realisierung Doch eine, die den Kampf entscheiden sollte Hieb für Hieb brachte Monagoras seinen Feind nahe des Risikobereichs Die Kontrolle über das Geschehen völlig auf seiner Seite Bis der Ring fast endete Und Nikrosma auf einmal den Speer seines Gegners im Hieb griff Die Hiebe brachten ihn nicht mehr lange genug ins Taumeln Er hatte lediglich so getan Während er mit einer Hand den Speer hielt, zog er den anderen Arm zu sich Und wie aus dem Nichts schossen all die Felsen, welches das Kampffeld schmückten nun heran Und trafen Polanavatras Kämpfer direkt in den Rücken Und so nahe des Randes, bedeutete dies das Aus für Monagoras 0 zu 1 in einem Duell, welches eigentlich noch recht sicher laufen sollte Aurora war entschlossen, diesen Rückstand schnellstmöglich wettzumachen Von den drei verbleibenden Gegnern konnte sie zwei alleine vom Typen her leicht bezwingen Ihr Gegner wurde nach Tara Was ein Dueller gab, welches nicht lange kommentiert werden musste Team Polanavatras Leiterin begann den Kampf im Vorteil und behielt diesen auch bis zum Ende Die Favoriten waren wieder im Rennen Und nun stand eine 50-50 Entscheidung bevor Sollte Seraora in den Kampf gegen Turtok geraten, so wäre der zweite Sieg beinahe sicher Ob allerdings dieser oder Viscogon folgen würde Die Entscheidung fiel letztlich auf Epsilon, die in beiden Fällen eine recht gute Chance hätte Durch reine Stärke Denn immer noch war der größte Fehler eines Kämpfers Die ehemalige Plottkaiserin zu unterschätzen, bloß da sie ihre übernatürlichen Kräfte verloren hatte Und dies wollte sie im Duell gegen Viscogon sogleich beweisen Ihr Sieg in diesem Duell würde das Viertelfinale nahezu sicher beenden Dies wussten beide Teams Und trotzdem war es schwer für Team Enga Kabangeli eine Strategie für dieses Duell auf Lager zu haben Zwar war Epsilon schon viele, viele Jahre eine Liga-Kämpferin gewesen Selbst gegen die derzeitigen Gegner war sie vor vielen Jahren bereits als Zoroak angetreten Doch nun wusste jeder Dass auch ihr damaliger Kampfstil nicht viel mehr als eine Täuschung war Wie Epsilon wahrlich kämpfte, hatte in diesem Turnier noch niemand erfahren Denn sie war noch nicht in den Ring gerückt Aber dies würde sich nun ändern Viertelfinale 3 Runde 3 Los geht's Kaum hatte Elementara die wie immer über das Duell richtete Das Duell eingeleitet Bevor der Drache überhaupt über seinen ersten Schritten nachdenken konnte Lies der Einschlag von finsteren Krallen ihn bereits erstarren Je weniger Zeit zum Plan ihren Gegnern blieb, desto schlechter könnten sie sich anpassen So dachte die ehemalige Kaiserin Und es war eine durchaus nützliche Taktik Bereits nach Sekunden war der Druck, welcher auf Viskogon ausgeübt wurde, so groß Dass allein die Defensive all seine geistigen Kapazitäten aufbrauchte Und dies war auch wichtig für ein rein offensives Pokémon wie Epsilon Geriet sie in eine Nachteilsituation, würde der Kampf für sie deutlich schwieriger werden Gleichzeitig hatte sie aber alle Waffen, die sie gegen nahezu jeden Gegner brauchen könnte Ihr Angriffspool erstreckte sich weit über das, was für ihre Spezies möglich sein sollte Gegen Drachen war ihr bevorzugter Angriff Eisschlag Und mit diesem bedrängte sie Viskogon auch immens Immer mehr und mehr in Richtung des Risikobereiches Gleichzeitig wusste sie Monagoras Kampf war genauso verlaufen wie dieser Und sie wusste noch genau, wie das ausgegangen war Doch es schien nicht, als hätte der Anführer des Teams eine ähnliche Strategie Seine Stärke lag eindeutig im Durchhaltevermögen Welches jedoch nur Zeit schinden konnte, wenn er nie zum Angriff kam Letztlich war auch dies wieder ein offenes Geheimnis Genau wie das folgende Duell Team Polana war trotz ihn als drittes Team ins Halbfinale ein In wenigen Minuten wird das Duell darum beginnen, wie ihre Gegner sein werden Im Eingangsbereich versammelte sich das Team nun wieder eine Pause vor ihrem Halbfinale vonnöten Zwar hatten sie das Halbfinale recht deutlich gewonnen Doch der Siegnik Schossmas war für sie ein Warnschuss gewesen Nebenbei beobachteten sie das Duell ihrer nächsten Gegnerkandidaten Welches noch einmal deutlich dominanter wirkte als ihr eigenes Allerdings hatten sie sowieso alle gewusst, sie würden gegen Team Iron Fist antreten Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch einen einzigen dummen Fehler das gesamte Turnier verlieren Vor allem wegen dem neuen Mon Einer der Gründe für die Dominanz des Team Iron Fist war ihr neustes Fünftes Teammitglied Ein Despotar Vielleicht stärker als all ihre vorigen Kämpfer Despotar ist einfach Glückssache für uns Vielleicht könnt ihr ihn besiegen, auch wenn es schwer würde Oder wenn Machado gegen ihn kämpfen kann, dann gewinnen wir das fast sicher Sonst müssen wir ihm durch die restlichen Duelle ausgleichen Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann ist das so Ich meine, anders als letztes Mal haben wir nichts zu verlieren, oder? Machado hatte recht, auch wenn es irgendwie ein komisches Gefühl für Aurora war Letztes Mal hatte sie sich während diesem Turnier so gefühlt, als würde alles nur an diesen paar Duellen hängen Es passte zu den Vorstellungen ihrer Jugend Zu den alten Tagen, als sie noch auf den Zuschauerbänken der Arena saß Und doch hatte Machado recht Im Prinzip Hatte kein Team, welches in diesem Ring trat, etwas zu verlieren Nur zu gewinnen Denn dieser Sport War kein Krieg Auch wenn das etwas war, an das nicht nur sie sich noch gewöhnen müsste Die Zeiten hatten sich zum Besseren gewandelt Aber auch an ein besseres Leben Musste man sich oft erst einmal gewöhnen Das ist ja super Habt ihr gesehen, wie ich diesen fetten Drachen auseinandergenommen habe? Ich bin halt richtig in Form Wir gewinnen das Ding locker Und morgen darf dann Team Nordica dran glauben Die 6 hocken eh schon viel zu lange auf ihrem Thron Lasst ihr deinen Sieg nicht zu Kopf steigen Sonst wäre das der Grund für eure Niederlage Von den Zuschauerbienen gesellte sich auch Hagel zu dem Team Der natürlich für ein so großes Event anwesend war Aber es gab ohnehin keine Duelle des Team Polana Watra Denen er nicht beiwohnte Nebenbei hatte bereits das erste Halbfinale begonnen Und Amigento hatte gegen Olanga einen dominanten Sieg errungen Ja, ja, ich weiß Lass mich uns doch hochhypen Die 5 hier haben es anscheinend nötig Lasst euch doch nicht so runterziehen Weil Nikros mal einen dummen Trick hatte Ich meine, ja, du hast ja recht Wenn wir so pessimistisch sind, dann scheinen wir uns selbst damit Aber Arroganz hilft auch nicht Kel warf einen kurzen Blick auf den Monitor Welcher bereits einen Spielstand von 2 zu 0 für Team Radiance anzeigte Wir müssen wohl gleich wieder ran Also, wer ist gegen Team Iron Fist nicht dabei? Kurz begann das Gespräch, doch schnell wandte sich der Fokus Wenn auch nur für einen kleinen Moment Eines der Zoroark hatte das 3 zu 0 gegen Psiana tatsächlich abwenden können Aber so trat Tessa gegen Olanga an Ein Stahl-Typ gegen ein Feen-Pokémon Es würde nicht spannend werden Die Debatte dauerte tatsächlich einige Minuten, da jeder sich in diesem wichtigen Duell behaupten wollte Aber letztlich einigten sie sich auf Siraora Lauter Jubel von den Zuschauerbänken durchbrach das enttäuschte Nicken des Kämpfers Eine Durchsage ertönte Das erste Halbfinale endet In einer unglaublichen Wendung siegt Team Aralza mit 3 zu 2 über Team Radiance Und steht nun im Finale des Turniers Für einen Moment kehrte Stille ein Wieder einmal Hatte ein Duell zwischen Team Aralza und Team Radiance Im Halbfinale des Champion Turniers Ihre Pläne verhindert Doch Epsilon war entschlossen Ich setze aus Gegen diesen Bastard will ich bereit sein Epilog Champions der Herzen Teil 3 Einspruch war mehr als zwecklos Epsilon hatte sich fest in den Kopf gesetzt Den Kampf gegen Team Iron Fist auszusetzen Ihr Team gewinnen zu sehen Und letztlich Gegen den Ursprung allen Übels in bester Form zu sein Vermutlich war es strategisch nicht das klügste Doch wie Machado schon gesagt hatte Eine Niederlage kostete nichts Vor allem nicht gegen ein Team so mächtig wie Iron Fist Das zweite Halbfinale beginnt in wenigen Minuten Die Teams sammeln sich bitte in ihren Warteräumen und geben die Aufstellung bekannt Eine Frage von Minuten war es noch Bis das vermutliche Favoritenduell begann Nun, wo Team Radiance ein überraschendes Aus erlitten hatte Standen nun die zwei verbleibenden Favoriten im Halbfinale gegenüber Somit Zumindest in den Augen der Zuschauer Fand hier gerade schon so etwas wie ein Vorfinale statt Und das erste Duell war eines Welches nahezu jeder Zuschauer Nicht hatte sehen wollen Nicht nach dem letzten Treffen Dieser beiden Teams Kel Gegen Fuegro Jedoch ähnlich wie auch bei der Schwergewichtsklausel Hatte Elementare auch hier gelernt Runde 1 des zweiten Halbfinales Fuegro gegen Kel Iron Fist gegen Polana Vatra Und wir alle lernen aus Fehlern Kein Erdbeben für beide Verstanden? Von beiden Kämpfern folgten keine Beschwerden Von den Zuschauern sogar Erleichterungen In Gedanken an das letzte Duell der Favoriten War Kel bereits sehr sicher Erdbeben war Fuegroß einzige Waffe gegen seinen eigenen Typen Sofort erfüllten Felsspitzen erneut das Schlachtfeld Doch Anpassung war das Schlagwort oft in der Liga So auch dieses Mal Denn zwar stimmte es Der Wrestler hatte keine effektiven Angriffe Aber was genau hielt ihn denn davon ab Kel's Felsen selber zu nutzen? Schnell schlug er so die nächste Felsspitze aus dem Boden Um sich so ähnlich wie Monagoras zu bewaffnen Eine grundsätzlich gute Idee Doch sie hatte ein großes Problem Welches Kel sofort erkannte So willst du das Spiel also spielen? Dann komm doch her Auf Herausforderung Folgte der direkte Angriff mit dem Felsspeer Jedoch war Kel mehr als nur bereit Denn was Fuego ignoriert hatte Fels war schön und gut gegen einen Feuertypen Doch er beherrschte diese Waffe kaum Während Kel täglich mit dem Meister des Speers trainierte Wieder einmal waren es die Teamkollegen Die am besten wussten wie man den Rest des Teams bekämpfen müsste Und dieser Kampf wurde so für Kel beinah schlicht ein Duell Gegen einen schwächeren Monagoras 1 zu 0 für Polana Watra Eine direkte Führung war schön und gut Doch Fuego war insgesamt wohl auch die kleinste Hürde im Team Iron Fist Der Team eigene Felsspeer trat in Runde 2 gegen einen deutlich schwierigeren Gegner an Galagladi Schnell erfahren mit Waffen Und ein Kampftyp Trotzdem würde sich Monagoras nicht einschüchtern lassen Er behielt die typische Ruhe Versuchte seinem alltäglichen Kampfstil zu folgen Doch ähnlich wie in Necrozma zeigte dieser Gegner vollen Fokus Keine Angst Zwar schützte er sich nicht gegen Kombination Doch zunächst musste der erste Treffer sitzen Und beide Pokémon wollten gar nicht versuchen den ersten Hieb zu landen Denn dies war sehr bestrafbar Allerdings konnten sie auch nicht beide ewig nichts tun Wenn sie nicht von Elementara verwiesen werden wollten Letztlich war es Monagoras der seine Geduld zuerst verlor Ein schneller weitreichender Hieb aus dem Nichts sollte das Duell beenden Doch Galagladi war vollkommen bereit und blockte sofort ab Allerdings war auch Monagoras hierfür bereit Denn im selben Moment schoss eine Felsspitze aus dem Boden hervor Direkt dort wo Galagladi stand Wo Monagoras einen Schritt voraus gedacht hatte War Galagladi schon zwei weiter Nach dem Block des Speers folgte sofort ein Konter Eine Technik die einen unglaublich offen ließ wenn man ihn nicht traf Doch wenn man einen Nahkampfangriff abpasste Schlug man mächtig zurück Außerdem war es ein Kampfangriff Zwar war Monagoras Felsspitze im Prinzip kein Nahkampfangriff Doch trotzdem stand er nahe genug um die volle Wucht des Konterangriffs abzubekommen Ausgleich 1 zu 1 zwischen Polarnavatra und Ironfist Der gefährliche Teil des Kampfes hatte begonnen Knackrak und Despotar waren beide noch in der Schlacht Sollten beide ihre Duelle gewinnen War es das? Also entschied sich Polarnavatra für eine recht sichere Route Seraora war gegen niemanden sonderlich stark Doch wenn er nun gegen Flunky verantrat hatte er eine reelle Chance auf den Sieg Sollte er Knackrak begegnen wäre die Wahrscheinlichkeit hierauf gleich 0 Doch Marshadow hätte dann gegen beide verbleibenden Gegner eine gute Chance Traf Seraora nun auf Despotar Wäre es das Worst Case Szenario Da danach ein reines 50-50-Glücksspiel entscheiden würde sollte er verlieren Und wie das Schicksal es wollte Traf genau diese Lage auch ein Ironfists neuster Kämpfer Despotar Tratt Team Slashs ehemaligen Leiter gegenüber Elektrizität wäre hier nicht unbedingt die Lösung Das wusste Seraora Er beherrschte ein paar wenige Kampfangriffe Unglaublich mächtig gegen einen Gegner wie diesen Doch diese musste er erst einmal treffen Es gab genau eine reelle Chance auf den Sieg Das massige Pokémon Fiel unter die Schwergewichtsklausel Und Seraora war unfassbar agil Wenn er also 3 Minuten durchhalten könnte Würde er seinem Team die Führung zurückbringen können Der Plan stand Wurde jedoch von einem Faktschlag erschwert Erdbeben Die Lieblingsattacke aller Liga-Kämpfer Rennen konnte Seraora so viel er wollte Dieser Angriff überging das gesamte Feld Und somit gab es nirgends Sicherheit Und zwar konnte Erdbeben alleine nicht den K.O. erbringen Doch es schwächte und verlangsamte somit auf Dauer Trotzdem versuchte Seraora sein Bestes Und versuchte die neue Klausel Schamlos auszunutzen Despota erkannte dies allerdings schnell Und passte sich an diese doch eher langweilige Strategie an Durch seine eigene Langeweile Erdbeben alleine Nichts sonst Je mehr Liga-Kämpfer Aurora als Teamleiterin so betrachtete Desto weniger verstand sie wie sich Zuschauer so etwas freiwillig anschauten Denn oft bestand die Königsliga wirklich daraus Die Gegner auf die langweiligste und unfairste Art Um einen Punkt zu erleichtern Auch Seraora bemerkte, dass er seine Taktik nicht für 3 Minuten durchgehend durchhalten könnte Deswegen versuchte er durch einen abrupten Strategiewechsel plötzlichen Druck zu erzeugen Ohne Vorwarnung sprang er mit Hammerarm in den Nahkampf Und schaffte es einen mächtigen Hieb zu landen Trotz seines Gewichts Wurde Despota von dem Angriff viele Meter bis in den Risikobereich gedrängt Dort fing er sich jedoch ab und schien lange nicht bereit aufzugeben Stattdessen als würde Gravitation für ihn nicht mehr als ein Vorschlag sein Sprang die Bestie Meter hoch in die Luft und landete mit einem mächtigen Hieb in der Feldmitte Welcher einen Krater im Boden hinterließ Alleine die Druckwelle des Aufpralls war ein Angriff für sich Und ein Blick in die Augen des Monsters im Anschluss zeigte Seraora Dieser Kampf war eine zu hohe Liga für ihn Matchpoint! Team Iron Fist geht mit 2 zu 1 in Führung So kam es zum Ratespiel Polana Watras Machado für Flunkiefer Oder Aurora für Knackrak Insgesamt wäre Machado die sicherere Wahl Da er gegen beide Gegner irgendwo eine Chance hätte Während Aurora auf dem Papier chancenlos gegen Flunkiefer war Doch genau hier lag die Taktik bei der Wahl Auroras Team Iron Fist würde deutlich eher mit Machado rechnen Und auch wussten sie, dass Knackrak letztes Mal Einen dominanten Sieg gegen Aurora hingelegt hatte Selbst käme es zu diesem Duell Da alles andere in dieser Lage eine sichere Niederlage für Polana Watras bedeuten könnte Rechneten sie aber mit Machado Und das Pokern zahlte sich aus Aurora konnte erneut einen Kampf gegen Knackrak ausführen Genau wie im letzten Duell des Teams Damals lagen sie 2 zu 1 in Führung Doch Aurora scheiterte, da sie nicht mit Eisenschädel gerechnet hatte Dieses Mal lagen sie hinten Doch Aurora war bereit Dieses Mal würde sie einen besseren Kampf liefern Runde 4 begann Und sofort standen die Zeichen gut für Polana Watra Nicht nur war Aurora ohnehin im extremen Typenvorteil Knackrak war auch deutlich zu optimistisch Offensichtlich erwartend, dass Aurora sich nicht mehr an die letzte Niederlage erinnerte Sofort ging ein Eisenschädel in die Leere Und ein Eisstrahl Auroras richtete massiven Schaden an doch Wichtiger noch schindelte er Zeit Die sie für die Hagel-Aurora-Schleier-Kombination nutzte Auch der Landteil musste nun feststellen Dass er seine Gegnerin enorm unterschätzt hatte, da sie das letzte Mal so schnell verloren hatte Und dieses Mal würden sich die Karten wenden Über den Bildschirm konnte Kay beobachten Wie seine Partnerin eine der besten Performances ablieferte, die sie bisher jemals in der Liga gezeigt hatte Knackrak war ein Top-Kämpfer Teamchef langzeitiger Champions Doch Aurora ließ ihn aussehen Wie einen durchschnittlichen Oberliga-Kämpfer Der durch einfachste Tricks nicht den Durchblick behielt Ein Blizzard tobte im Ring Krallenliebe, Flammenwürfe und Eisenschädel Flogen wild und ziellos umher Während das Eis und Mondgewalt in jedes Ziel trafen Und Aurora nahezu eins mit ihrer Umgebung wurde Ein weiterer Ausgleich 2 zu 2 Ein letztes Duell wird den Ausgang dieser Top-Begegner entscheiden Schickt eure Kämpfer-Teams Als Aurora sich wieder in den Teamraum begab Wurde sie bereits erwartet und begrüßt Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst Das war eine perfekte Show Spielerisch drückte das Volona Keller ein Stück von sich weg Autogramme gibt's später Wir haben noch nicht gewonnen Und was denkst du sollten wir tun? Solche Situationen brachten gewöhnlich Unsicherheit Strategie Und eine Prise Glück mit sich Doch gerade von der Unsicherheit war dieses Mal keine Spur zu sehen Aurora Hatte einen Plan Machado, wir haben schon letztes Mal das 2 gegen 2 gewonnen Sie werden eher nicht damit rechnen, dass wir noch einmal dieselbe Aufstellung wählen Außerdem wird Knackrack sich diese Vorführung nicht gefallen lassen Deswegen wird er selber heraustreten und Despotals seinen stärksten Kämpfer mitnehmen Und wenn wir wirklich in dieses Duell kommen Dann fokussieren wir uns auf Knackrack Und wenn wir ihn los sind Werden wir mit deinen Kopien und Aurora Schleier die 3 Minuten herauszögern Klingt das nach nem Plan? Und wenn nicht gerade die beiden kämpfen? Was machen wir dann? Improvisieren! Also auf, wir schaffen das! Die beiden Geschwister traten also so auf das Schlachtfeld eines großen Duells Auf der anderen Seite sahen sie bereits wie recht Aurora doch gehabt hatte Die beiden größten Pokémon des Team Iron Fist Knackrack und Despotar Warteten auf ihre äußerlich unterlegen wirkenden Gegner Das Finale des zweiten Halbfinals Los geht's! Ohne zu zögern Kreierte Aurora Eissäulen über das Feld Sicher dessen das Knackkrack nicht erneut versuchen würde sie direkt anzugreifen Womit sie recht hatte Stattdessen schienen beide Gegner ihren Fokus direkt auf die Teamleiterin zu legen Sofort sprang sie auf die nächste Eissäule und begann Hagel zu kreieren welcher vom Himmel stürzte Währenddessen brach jedoch die Eissäule unter ihr und sie entging einem Eisenschädel nur knapp Genau wie geplant Denn Marshadow hatte dasselbe gesehen wie Aurora Als beide Gegner die Teamleiterin angriffen Freiheit für ihn seine Kopien zu kreieren Gerade als Despotar einen Angriff nachsetzen wollte traf eine Aurasphäre ihn kritisch in den Rücken Und Aurora erwiderte Knackracks gefallen mit einem Eisstrahl Marshadow hatte die Kontrolle völlig an sich gerissen Und gab Aurora nun die Zeit für einen Aurora Schleier Knackrack hingegen schien den Plan nun zu durchschauen Despotar stand nun an der Front Sein Teamleiter schützend welcher aus dem Hintergrund verschiedene Angriffe nutzte Um Aurora anzugreifen und die Kopien zu beseitigen Aurora selber nutzte ihre Eissäule zur Fortbewegung Und entging so den meisten Angriffen Während die Marshadow Kopien Despotar sehr beschäftigt hielten Der ursprüngliche Plan Könnte so nicht aufgehen Aber eine Alternative Denn das Duell wurde durch eine Durchsage unterbrochen Drei Minuten sind inzwischen vergangen Aufgrund der Schwergewichtsklausel wird Despotar nun dem Ring verwiesen Knackrack muss sich alleine beweisen Der Ausdruck im Gesicht des Drachen zeigte genau Dass seine derzeitige Planung Die Klausel viel zu sehr ignoriert hatte Deutlich zu defensiv gewesen war Gegen nun noch viermal Shadow Und eine Aurora als einzelnes Boden Drachen Pokémon Ein großartiges Halbfinale der Favoriten endet Team Polana Vatra siegt erneut mit 3 zu 2 und zieht ins Finale gegen Team Aralza ein Nur noch ein Sieg Dann würde es ins Rematch gegen Team Nordica gehen Und doch wussten sie es wäre nicht unmöglich dass sie das Finale verlieren würden Und doch würde niemand versuchen Epsilon vom Duell gegen ihren persönlichen Nemesis abzuhalten So wenig Olanga selbst von seiner Rolle wusste Dieses nächste Duell ging nicht nur um Sieg oder Niederlage Es ging um mehr Um ein zerbrochenes Pokémon Ideale Verstreut im Wind Es ging um Rache Für alles Epilog Champions der Herzen Teil 4 Und so kam der Moment Zum zweiten Mal seit der Entstehung des Teams Standen sie im Finale des Königsliga Turniers Dieses Mal gegen ein Team welches ihnen erst einmal begegnet war Welches jedoch trotzdem eine seltsame Verbindung zu Team Polana Vatra hatte Und Epsilon war bereit wie nie zuvor Lasst mich als erstes kämpfen Olanga wird anfangen Zu 100% Zwar hatte Aurora nichts dagegen ihrer Mutter diesen großen Kampf zu überlassen Jedoch überraschte sie die Sicherheit über die Kämpferwahl der Gegner Und wenn nicht, dann wirst du deine Rache nie bekommen können Für wen hältst du Olanga? Er ist egoistisch und will gewinnen Solltest du zu einer Runde 4 kommen So kämpft derselbe Kämpfer wie in Runde 1, da sie nur zu dritt sind Das heißt nur wenn er als erster kämpft, kann er 2 mal ran Außerdem ist das ihre Siegesstrategie Olanga holt 2 Punkte, das gegnerische Team 2 Und dann siegt Olanga durch Runde 5 Auch wenn das gegen Team Radiance etwas anders verlief Gut, dann Geh da raus und tu was du tun musst Viel Glück Mit einem Blick voller Feuer blickte Epsilon das Arcani an Ich werde kein Glück brauchen Olanga jedoch schon Mehr als er haben wird Die Zuschauer, welche alle gebannt auf den Ring starten Während Olanga und Epsilon das Schlachtfeld betraten Wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal Was dort unten wirklich geschehen würde Für sie war es alles ein großer Kampf um die Chance zum Champion Titel Olanga Olanga Endlich sehen wir uns wieder Auf diesem Kampffeld Und du bist Nicht einmal der Krieger selber wusste worauf er sich hier ein ließ Natürlich würdest du mich vergessen Es ist schon lange her Ach dann war ich ohnehin nie etwas wert, nicht? Immerhin bin ich bloß Epsilon Nun schien auch Olanga Verständnis zu erlangen Du bist also dieses Pokémon Es ist lange her Ja Damals warst du noch ein lächerlich schwaches Unsicheres Soroak Dinge ändern sich Aus deinem Frieden wurde Einsicht Aus deiner Einsicht wurde Wahn Und am Ende bist du über das Ziel hinausgeschossene Welches Ziel? Den Wahn den du besser fändest? Ja natürlich habe ich versorgt als Pokémon Ich bin von meinem eigenen Weg abgekommen Und das alles deinetwegen Wegen dir, deinem Stamm und deinen Idealen Deine Fehler sind nicht meine Schuld, Soroak Du machtest gute Schritte Dies ist die Frucht meiner Mühen Doch dass du zu weit gingst, lag allein an dir Mehr Zorn als noch zuvor kochte in Epsilon auf Meine guten Schritte waren dein Verdienst Meine einzigen guten Schritte waren die, welche ich tat, um aus diesem Irrsinn zu entfliehen Alles was geschehen ist, die Plotkaiserin Sie ist deine Schuld Schuld eines Systems, welches niemals das Licht hätte erblicken dürfen Olanga wollte keine Einsicht zeigen Er hatte keine Fehler gemacht Das dachte er Die Moral des Stammes macht stark Auch dich machte sie stark Wärst du geblieben und geworden wie du bist Hätte vieles aus dir werden können Großes Aber du entschiedest dich dagegen Ein breites Grinsen erschien auf Epsilons Gesicht Aurora fuhr ein Schauer über den Rücken, als sie diesen Ausdruck erblickte Großes hätte aus mir werden können Und doch bin ich Epsilon Und ich bleibe Epsilon Ich bin das untere Ende eurer Nahrungskette Der Abfall eurer Gesellschaft Nicht immer ein Pokémon Euer ganzes System basiert darauf, dass eure Klassen einander bilden Und deswegen werde ich es genießen Ich werde es genießen, dich in den Boden zu stampfen Mich für unser erstes Duell zu rächen Und dein Wahn brennend zu sehen Stell es dir nur vor, Olanga Großes Publikum, die riesige Bühne, die Augen der Welt Sie alle dürfen sehen, wie das schwächste aller Pokémon Wie Epsilon selber den großen Alpha in den Grund stampft Wie erklärt das System deines Stammes das? Es wird nichts zu erklären geben Du bist keine Epsilon mehr Eine hohe Beta, wenn nicht gar höher Trotzdem werde ich ohnehin siegen Es ist dreieinhalb Jahre her Dass zuletzt ein Pokémon In einem Typen-Nachteil Ein Sieg gegen mich erringen konnte Die Krallen Epsilons begann in grellem Rot zu glühen Beta, Alpha, Gamma, Delta Es sind alles nur Hirngespinste Du sagtest es mir damals selber Einmal Epsilon, immer Epsilon Und was ich lernte, ist diesen Titel zu tragen Und ihn zu nutzen Ich war schon immer eine Epsilon Ich werde immer Epsilon sein Und weißt du was? Ich bin stolz darauf Eine stolze Epsilon Du bist wahrlich besonders Und das ist kein Kompliment Dann stell dich, wenn du es so dringend willst Eine weitere Einladung war nicht nötig Sofort drohte ein mächtiger Krallenhieb Olanga zu verletzen Doch das riesige Pokémon war sofort bereit Und blockte Jedoch verfehlte auch sein Konterangriff Dazu war Epsilon zu schnell wieder verschwunden Epsilons typisches Spiel mit dem Feuer Würde in diesem Duell extremer werden denn je zuvor Bedingt durch ihren Typen-Nachteil Und Olangas Natur Leider war er zwar ein Riese Doch kein wahrlich massiger Weshalb er noch nicht unter die Klausel fiel Schatten begann den Boden zu durchströmen Während der Mond über dem Feld aufging Gleichzeitig folgte eine Finsteraura Welche Epsilon schlicht abblockte So wie Fuegro gegen Kel Versuchte Epsilon nun die Umgebung Olangas Für sich selbst zu nutzen Zwar war das Unlicht ihre einzige Schwäche Doch die Schatten waren ihr vertraut Und anders als Fuegro wusste sie Ihren Vorteil zu nutzen Ohne sich verwundbarer zu machen Aus der Finsternis am Boden Bildete sich so eine Kreation in Epsilons Hand Pechschwarz und doch konnte jeder sehen Dass diese Scheinklinge eine Replika der Schwertfeder war Diese Waffe War zwar nur noch eine Erinnerung Verloren in der Finsternis Doch aus jener konnte die ehemalige Meisterin der Klinge sie auch wieder auferstehen lassen In der Finsternis der Arena Den Schatten mit dieser Waffe Alleine die Silhouette des Zoroak im Blick Erkannte Aurora wahrlich die Todfeinden Welche sie so lange bekämpft hatte Und selbst jener ruhige Hass Welcher immer in den Augen der Maske gebrannt hatte Spiegelte sich nun In Epsilons Blick wieder Sofort schwang die Schattenklinge in ihren Händen Welcher Blitze entströmten Ihr Ziel direkt im Blick Erneut schien der Kriegeanführer jedoch nicht zu beeindruckt Er wich recht problemlos aus Trotz seiner recht trägen Natur Das Mondlicht wurde gleichzeitig stärker Der Schatten des Finsteren erstreckte sich nahezu über den ganzen Ring Ein Akt der Einschüchterung Der Versuch Furcht zu erzeugen Doch was Olanga nicht wusste war Dass Machado in Epsilon mehr als nur eine Konkurrenz in seinem eigenen Gebiet gefunden hatte In den Schatten Denn die Schatten waren für sie kein Mittel der Bewegung Doch eine Schwäche Wenn Licht auf ein Wesen fällt So entsteht ein Schatten Ein Abbild des Lichtes im Inneren Gespiegelt durch pure Finsternis Ein Teil des Wesens Welcher nicht dazugehören soll Und doch Wenn man weiß Die Schatten zu leben In den Boden unter ihren Füßen Stach Epsilon die Schattenklinge Welche Energie in den Grund abzugeben schien Machado litt im Training immer stark unter dieser Technik Da sie ihn aus den Schatten herauszwang Und auch Olangas Schatten wurde aus dem Grund gezwungen Eine Silhouette Exakt geformt wie der Feind selber Doch ein Stück größer So groß wie jener Schatten der am Boden war Ein Umriss Welcher selber Teil des Kampfes wurde Und er stand für das Pokémon welches ihn zum Leben führte Epsilon hatte nun eine Schattenkopie ihres eigenen Feindes auf ihrer Seite Und zum ersten Mal schien es als würde Olanga tatsächlich Furcht spüren Und diesen Moment des Schocks nutzte Epsilon aus Wie er an ersten Schwertie landen konnte Es war kein zu mächtiger Treffer und Olanga war sofort bereit zu kontern Doch sein eigener Schatten schützte seine Meisterin und blockierte den Angriff Allerdings war er ebenso wenig bereit für den sofortigen Angriff des Mondes welcher ihn kreiert hatte wie Epsilon es war Ein mächtiger Schlag schleuderte sie weit nahe dem Rand des Risikobereichs Einen direkten Gegenschlag konnte der Krieger jedoch nicht durchführen Wieder abgehalten von seinen Schatten Und für den Schattengeysir welcher aus dem Boden strömte war Epsilon bereit Schnell erhob sie sich wieder Und sprintete in die Feldmitte um erneut aus der Distanz Blitze zu verschießen Welche dieses Mal wieder verfehlten Doch dem Schatten Olanga die Möglichkeit eines mächtigen Treffers gaben Der große Alpha Aralsas Verlor langsam aber sicher Jede Kontrolle über das Geschehen Sein Schatten war ihm ein gleicher Gegner Doch Epsilon kämpfte ebenfalls gegen ihn Er wurde an Kampfkraft überboten Und das Sorak hatte schier unbegrenzten Raum für ihre eigenen Ideen Da der Schatten ihr all diesen verschaffte Somit wäre die einzige Chance den Schatten zu bezwingen Eine mächtige Mondgewalt traf so in die lebende Finsternis ein Und wahrlich Er zerbarst, jedoch gab er die Sicht auf Epsilon frei Die bereits im Angriff war Metallklaue Eine große Schwäche des Fäden Pokémon Der mächtigste Angriff welcher bisher sein Ziel traf Und es war genug Um Olanga in den Risikobereich zu bringen Und dies war es, was den Anführer vom Titel Als mächtigsten Einzelkämpfer der ganzen Liga abhielt Groß, doch schmal Unbeweglich, trotz seines nicht unbedingt hohen Gewichtes In diesem Bereich Konnte er sich nicht auf den Beinen halten Und wurde zum Opfer seiner eigenen Statur Und dies wusste uns auch Epsilon Die wusste, dass ihr siegssicher war, wenn sie nicht zögerte Eine weitere Eine letzte Metallklaue Und Epsilon schlägt Olanga, um ihrem Team die Führung zu bescheren 1 zu 0 für Polana Vatra im großen Finale Als das Zoroak so auf den Grund blickte Dorthin, wo ihr geschlagener Feind lag Durchfuhr sie ein seltsames Gefühl Eine Freude Wie sie sie selten gespürt hatte Vor unzähligen Jahren Hatte sie gegen dieses Pokémon gekämpft Und war untergegangen In ein Leben voller Leid, Hass und Wahn eingetreten Und nun, endlich, nach über 50 Jahren Endlich Hatte sie Rache genommen Konnte dies ein Symbol sein Lag dieses Leben, in dem sich Epsilon selber verloren hatte Nun, wahrlich hinter hier Die Schatten schwanden So auch die Klinge Die Sonne warf wieder den normalen, leblosen Schatten Olangas zu Boden Olanga Siehst du Siehst du, was es bedeutet Deine Ideale Dein Glauben Ich bin Epsilon Und ich habe dich bezwungen Es mag nur ein Funke sein, welcher durch die Massen zieht Doch er wird ein Feuer entzünden Sobald das Wort dein Dorf erreicht hat Was werden sie sagen? Wird sich der Lebensstil halten können? Wenn ich Pech habe, wirst du auch nur deinen Platz verlieren Nicht mehr Aber jetzt habe ich dir endlich bewiesen, dass ich mehr bin, als du aus mir machtest Langsam stand der Finstere auf Doch ein raues Lachen entfuhr ihm Denkst du denn wirklich, dass irgendetwas leiden wird, da ich heute verlor? Vielleicht Doch es kann den Stamm nicht brechen Nein, im Gegenteil Es ändert das Bild Was du beweist ist nicht Das Krieg nicht der Weg ist Doch dass selbst das verlorene Verlorenste Pokémon Den richtigen Weg finden kann Selbst eine Epsilon kann Großes bewirken Doch was hast du dafür gegeben? Verstand Ehre Leben Deine Ideale waren es, welche du auf dem Weg lassen musstest Wer sich abwendet vom Pazifismus Der wird stark Das ist, was du bewiesen hast Kurz verstummte Epsilon Irgendwo Hatte er recht Um diesen Sieg zu erzielen Hatte sich ihr Leben drehen müssen Und ihre Friedensliebe hatte schwinden müssen Sie war zu einer Kriegerin geworden Weißt du was? Halt doch einfach deine Fresse Die Sieger schreiben die Geschichte und du gehörst nicht zu ihnen Ich bin ich Im Inneren war es immer Frieden, was ich wollte Doch die Wege dorthin änderten sich Was ich bewiesen habe ist, dass Pazifismus nicht schwach macht Und nun geh und hoffe, dass du mir nie wieder unter die Augen trittst Mit einem abwertenden Blick Verließ der Krieger den Rasen So wie auch Epsilon An Macheda und Monagoras lag es das Finale zu beenden Was kein Problem für beide darstellte Polana war Travan zum zweiten Mal Teil des Champion Duells Und Epsilon Epsilon hatte sich selber gefunden An einem Ort, an welchem sie nie damit gerechnet hatte Doch nun, nach diesem Kampf Konnte sie die Welt mit anderen Augen sehen Ihre Tochter Der Freund dieser Ihr wiedergeborener Sohn Ihr früherer Partner auf der Tribüne Freunde, Vertraute, Familie Diese Welt Hatte es verdient So zu leben, wie sie war Und Pokémon wie Olanga War nicht Grund genug Um dies zu ändern Epilog Champions der Herzen Finale Die Sonne hatte den Horizont gerade erst überschritten Team Polana Vatra hatte sich bereits in Crowning versammelt Die Laune war gut wie selten Der Adrenalinrausch in Epsilon wirkte immer noch Auch Aurora wirkte gut gelaunt Und anders als vor dem letzten Turnier Schien auch Elementara gut auf sie zu sprechen zu sein Zusammen mit ihrem Team war sie bereits anwesend Und wartete im Eingangsbereich Bis zum Beginn des Duelles waren es noch beinah 2 Stunden Doch lieber kamen die Teams zu früh als zu spät Zudem leitete Team Nordica die Liga trotz allem Und musste Vorbereitungen treffen Ihr seid auch schon so früh hier Hoffentlich habt ihr trotzdem genug Schlaf abbekommen Ich will heute einen guten Kampf sehen Ja, wir wollten sicher gehen Dass dein Freund nicht wieder jemand Falschen für uns einträgt Wir kämpfen heute für uns und für niemanden sonst Dieses Mal muss Darkrai euch ja niemanden eintragen Letztes Mal habt ihr euch beschwert Dass ein Teil der Plot Elite bei uns mitmacht Heute habt ihr Epsilon selber dabei Versucht ihr euch selber zu überbieten? Das freundlichere Klima kann nach außen hin Als das Gegenteil den Anschein haben Denn mit der offenen Kommunikation folgte zwischen den Teams Gerade zwischen den Leiterinnen Die inzwischen schon so etwas wie Rivalen waren Eine ganze Menge an Trash-Talk Wer wird uns heute eigentlich die Kämpfe kommentieren? Kurz zögerte Elementara Du denkst wirklich, ich würde euch so einen Vorteil geben? Nun, ehrlicherweise wissen wir es sowieso bald Und bei uns steht schon fest, wer nicht kämpft Wir können euch auch jetzt schon verraten, dass mal Shadow aussetzt Etwas überrascht, dass das Ganze kein Trick war? Antwortete Elementara friedfertig Also gut, aussetzen wird Latias Kommentieren aber großteils ich Auf die fragenden Blicke zog sie einen Gegenstand aus ihrem Ohr Der bekannt war Nur die Färbung war neu Ich habe mich inspirieren lassen Das Ding ist mit den Lautsprechern verbunden Es macht vieles simpler Amüsiert betrachtete Epsilon den Stecker Welcher einst ein Symbol ihres Terrors war Dafür müsste ich fast Geld verlangen Dass du das so billig kopierst Hör mir doch zu Ich habe gesagt, ich habe mich inspirieren lassen Also kopiert Wenn man es so negativ sehen will Kurz blickte sich Elementara um Bevor sie sich wieder an Aurora wandte Also dann, wir sehen uns in 2 Stunden wieder Im Ring Und glauben mir, wir sind noch gefährlicher als letztes Mal Keiner von uns hat die Absicht euch später auch nur im Kampf teilhaben zu lassen Wir wissen selber, dass du nur versuchst uns einzuschüchtern, da du Angst vor uns hast Wir sind mehr als bereit Kurz nahm Elementara eine entspannte Haltung ein Eigentlich mache ich das vor allem, weil es Spaß macht Also dann, bis später Crowning bebte Tausende waren auf den Zuschauerrängen Beide Teams hatten sich inzwischen angemeldet Wie angekündigt auf Seiten Polarna Batras ohne Machado Da seine Technik gegen die Meister Nordikas im Prinzip nutzlos war Die 5 verbleibenden Pokémon deckten von den Typen im Prinzip alles ab, was es abzudecken galt Stahlangriffe beherrschten sie eigentlich alle Gegen Kanimani gab es Seraora Gegen Florent Monagoras oder Kel Gegen Darkrai Aurora Und gegen Latios Aurora oder Epsilon Das Publikum außerhalb erwartete offensichtlich heute eine große Schlacht Doch Aurora war etwas nervös, ob ihr Team diese bieten könnte Ja, sie waren durch das Turnier am Vortag unglaublich gut durchgekommen Mit Ausnahme vom Duell gegen Iron Fist Aber das war letztes Mal nicht anders gewesen Und Team Nordica war damals nur am Rande gewesen Da die Gruppe um Aurora im Prinzip geschummelt hatte Die Nervosität blieb, doch auch Entschlossenheit erwachte Als Elementara oben aufs Feld trat Willkommen Crowning an diesem wunderbaren Tag Ich sehe heute hat es wieder die Massen zu uns verschlagen Und mit Recht Zum ersten Mal seit ihrer Rettung unserer Welt stehen Polana Vatra im großen Champion Duell der Birelischen Liga Stärker als je zuvor Doch ihre Gegner bleiben nach 10 Monaten immer noch ohne Niederlage in diesem Duell Und Nordica will erneut den Titel verteidigen Was hier heute stattfinden wird, ist ein Duell der größten Klasse Krieger und Kämpfer, Licht und Dunkelheit Widersatz und Gleichheit Nordica und Polana Vatra Wird heute der Tag werden, an dem dieser Kontinent neue Champions bekommt Oder wird es weiter gehen wie zuvor Es steht alles in den Sternen Doch was ich schon versprechen kann Ist, dass beide Teams auf die Spitze aus sind Und bereit dafür alles zu geben Lass die Spiele beginnen Unter großem Lärm verschwand Elementara wieder in ihrer Kabine Es war soweit Runde 1 Der erste Kampf war ein wichtiger Momentumsbringer Und deswegen Hatte sich Polana Vatra auf den Einsatz der wohl stärksten Kämpferin geeinigt Aurora begann sofort Und die Sekunden, in welchen der Fahrstuhl sie auf den Rasen führte Fühlten sich an wie Stunden Heute Heute war es soweit Nie würde sie bereiter für ihren Traum sein Mit einem letzten tiefen Atemzug Sollte die Nervosität Platz machen Für den Fokus den die Plotkriegerin nur brauchte Und der Start War kein schlechter Hier gegenüber im Ring stand Darkrai Offensichtlich nicht begeistert von dem Duell in welches er sofort geraten war Was jedoch für ihn kein Grund war aufzugeben Kampf 1 Runde 1 Auf geht's Im Bewusstsein, dass Darkrai und sie beide sofort ihre Setups machen wollten In ihrem Falle Hagel und Aurora Schleier in seinem Doppelteam und Schwerttanz Und schnell entschied sie sich War dieser Tausch es für sie wert? Ja Denn ihr Hagel konnte Doppelteam im Prinzip völlig negieren Da auf kurz oder lang alle Kopien verschwanden Und das und was brachte dem Schatten erhöhte Offensivkraft Wenn Aurora als Ausgleich mehr einsteckte Nichts! Und dies wusste Darkrai auch Aurora hatte sich verporkert Denn ihr Feind wusste von der Sinnlosigkeit seines Aufbaus Dementsprechend griff er direkt an und offenbarte einen neuen Angriff Welchen er offensichtlich speziell gegen Feen Pokémon erlernt hatte Gifthieb Ein schlechter Start, vor allem da Aurora den Effekt des Siebes auch im Nachhinein noch deutlich spürte Eine Vergiftung Nun tickte ihre Zeit im Prinzip runter Je länger sie zögerte Desto schwächer würde sie werden Desto eher würde sie in diesem Kampf verlieren Und Darkrai war dies bewusst als er Kopien erzeugte Nun wo Aurora keine Zeit mehr für Hagel hatte War diese Technik deutlich effektiver Auch wenn im Schwarzmagier immer noch die Stärke Maschadows fehlte Und die Kopien wahrlich Fälschungen waren Und vor allem half es dass Blizzard dasselbe wir wirken konnte wie Hagelschauer Darkrai der dies scheinlich vergessen hatte Stand nun also getroffen im 1 gegen 1 Doch seine Taktik blieb Zeit schinden Viele Spukbälle aus der Ferne Und Teleportationsspielchen sollten Aurora aus dem Konzept bringen Und Wahrlich Es erzeugte große Schwierigkeiten dabei den Schatten irgendwie zu treffen Mondgewalt war nun bereits seit einer Weile bereit Doch lange würde Team Polanas Vatras Leiterin diese nicht mehr anhalten können Mehr und mehr Stärke schwand Und dies sah auch ihr Feind Denn sofort wie aus dem Nichts schwebte er wieder direkt vor dem Bull Nona Und schlug mit Giftieb zu Allerdings hatte die Plotkriegerin genug erlebt Krieg Tod Eine Geschichte Ihre Reflexe waren gestählt vom Kampf um Leben und Tod Und auch hier in einer freundlichen Umgebung galt dies noch Blitzschnell blockte sie so und entlud all die Feenenergie sofort in einem mächtigen Konterangriff Aurora schlägt Darkrai Polana Vatra geht in Führung Kampf 2 Auroras Team wollte ihren ersten Punkt so schnell sichern wie nur irgendwie möglich Somit begab sich der zweite Teamleiter aufs Feld Ihm gegenüber jedoch einer der beiden Angstgegner Zwar war Elementara vielleicht die stärkste aller Kämpferinnen in der Liga Doch trotzdem waren es Flonk und Kanimani vor denen Polana Vatra wahrlich Angst hatte Während nämlich bei Elementara reine Stärke das Hindernis war War es bei diesen beiden völlige Ahnungslosigkeit Wie bekämpfte man sie? Und genau in dieser Ahnungslosigkeit des Feindes fühlte Flonk, Kells Gegner, sich am wohlsten Runde 2 begann mit einem sofortigen Failshagel welchem Flonk entging Die Vervielfältigungstechnik des unentwickelten Pokémon Welche jener ihres eigenen Teamkollegen so glich War Kell gut im Gedächtnis geblieben Doch genauso die Teleportation Darkrai hatte zwar auch eine derartige Technik beherrscht Doch wie jedes andere Pokémon das sich teleportieren konnte Hinterließ er eine Art Schattenspur auf seinem Weg Somit war seine Bahn verfolgbar Aber Flonk ignorierte diese Grundregel der Teleportation schlicht Er verschwand und stand auf einmal woanders Und sich dessen bewusst drehte Kell sich ohne zu zögern um Ein Krallenhieb nach hinten gerichtet Der den Spukball direkt zerschlug und für Bruchteile einer Sekunde den Blick auf Flonk freigab Welcher ihn geschossen hatte Bevor dieser wieder verschwand Es musste irgendeinen Trick geben Ein falscher Tritt Und Flonk hatte Zeit zum Klon Der Kampf wäre im Prinzip zu Ende Doch dies war der Moment Der Flammendämon musste eine Schwäche haben Die Hitze in Kells Feuer brannte auf wie immer Und doch Schien sie inkonsistent Wie ein Windstoß Erhitzte sich seine innere Flamme Für den Bruchteil einer Sekunde Aber nicht überall Nein Nur links von ihm Und in diesem Moment verstand Kell Nur weil Flonk unsichtbar war Hieß das nicht, dass man ihn nicht bemerken könnte Er bewegte sich wahrlich durch die Luft Als Vulkanhitze Als Wärme, die das Mon spüren konnte Schwach Doch ein Feuermeister konnte es spüren Dies musste der Schlüssel sein Team Nordica wussten dies vermutlich alle So war Flonk unter ihnen ein eher schwacher Kämpfer Hatte Karnimani auch so eine Schwäche? Diese letzte Frage war jedoch für einen anderen Moment besser geeignet Stattdessen schossen Felsspitzen aus dem Boden Direkt dort, wo die Hitze am stärksten schien Nahe links von Kell Aus dem Nichtsstolp hatte ein überraschter Flonk aus dem Nichts Nur um Millimeter verfehlt Von dem tödlichen Angriff So ist das also Flonk Die Hitze Ein guter Trick, das muss ich dir lassen Aber nicht gut genug gegen mich Sofort stürzte sich das Akani auf einen Feind, der bereits bemerkt hatte Seine gesamte Kontrolle war in Sekunden geschwunden Er wusste, sein Gegner kannte den Trick Und Kell bemerkte die Panik, welche sich in seinem Gegner ausbreitete Aus durchdachten Zügen wurden Panikangriffe Vorhersehbar Wie bestrafbar Duell 1 endet schnell Polana Batra holt nach einem 2 zu 0 Sieg in Duell 1 den ersten Punkt Team Nordica Warn im Zugzwang Was man jedoch nicht wirklich merkte, da sie ihren wahrscheinlich schwächsten Kämpfer Latios aufs Feld schickten Ihm gegenüber der ehemalige Liga Leiter Monagoras Kurz stockte Aurora der Atem, als sie dieses Duell sah Es war machbar Es war sehr machbar Wenn Monagoras diesen Kampf gewann Der Champion Titel war schon so nahe Doch beeinflussen konnte sie nun nichts Sondern nur beobachten, wie der Kampf verlief Und wie immer begann Monagoras damit seinen Felsspeer herauf zu beschwören Und Latios hatte keine Lust sich irgendwie mit dem typischen Spiel des Dinosauriers abzugeben Sofort flog er an den Rand des Kampffeldes Und nutzte Erdbeben Es richtete nicht viel aus, aber doch etwas Als Monagoras sich annäherte Flog Latios schlicht an ihm vorbei auf die andere Seite des Feldes Und machte weiter mit Erdbeben Es war nicht unterhaltsam Und auch nicht ehrenhaft Aber effektiv War es auf jeden Fall Und doch ignorierte es eine Eigenschaft des Kriegers Polana Vatras Die Adaptionsfähigkeit Im Bewusstsein, dass seine sonstige Bedacht in diesem Duell nichts bringen würde Rammte Monagoras den Speer in den Boden Welcher von Lava durchzogen wurde Und gegen die Erwartung von Latios Sprintete der Kämpfer sofort los Schneller als Nordikas Drache je erwartet hatte Ein mächtiger Krallniep schlug den Psycho-Kämpfer in den Risikobereich Doch er war bereit für einen sofortigen weiteren Angriff Denn ein Geysir erhob sich aus dem Boden Welcher mit der Macht von 1000 Fluten in die Höhe schoss Schade war für Latios nur Dass Monagoras sich keinen Meter bewegt hatte Stattdessen schoss ein Meteorit der Drachenkraft Mitten durch die Wasserfontäne Ein Schlag mehr als stark genug Um Latios aus dem Ring zu schleudern Polana Vatra geht erneut in Führung Wenn sie nun einen der nächsten beiden Kämpfe gewinnen Sind sie die neuen Champions der Birelischen Liga Epsilon Kel hatte Aurora vorgeschlagen Dass die Tochter der ehemaligen Kaiserin selbst hervortreten sollte Den letzten Schritt zum Traum erfüllen Doch Aurora hatte sich selber dagegen entschieden Nicht jedem Traum musste man alleine folgen Stattdessen war es Epsilons Zug Letztes Mal hatte sie versucht Team Polana Vatra Sie hatte einen unlauteren Sieg im Finale zu bescheren Und nun war ihr Moment gekommen Die Wiedergutmachung für ihre Taten gegenüber ihrer Familie Ein Sieg welchen sich das Team verdient hatte Ein letzter Punkt Doch Elementara hatte genug Die Kriegerin trat höchst selbst auf das Kampffeld Epsilon gegen Elementara Ein wahrer Kampf der Giganten In den Zeiten der Herrschaft Epsilons wäre dieser Kampf nicht so spannend gewesen Wie manche Fans des Team Lordica wohl behauptet hätten Doch nun könnte sich ein wahrer Showdown ereignen Doch Elementara wollte ihrer Feindin keine Chance lassen Im Gegenteil Sie hatte das Duell gegen Orlanga beobachtet Und erkannt was Epsilon stark machte Je mehr Schatten es gab Desto größer ihre Kraft Und so leitete sofort ein Regentanz das Duell ein Welcher dunkle Wolken über die ganze Arena ziehen ließ Wo kein Licht schien Wurden keine Schatten geworfen Und Epsilon sah selber dass sie stark eingeschränkt wurde Stärker als jedes Feuer Pokémon durch diesen Angriff würde Schnelligkeit und Trickreichtum Blieben trotzdem mächtige Waffen Sofort schoss Epsilon nach vorne Entschlossen Elementara keine Stärkung durchführen zu lassen Doch dies war ein zu aggressiver Ansatz Im Duell gegen eine erfahrene Kriegerin Die sofort bereit war Und mit Knirscher konterte Gerne hätte Elementara ihren Lieblingsangriff Mondgewalt genutzt Doch sie war zu clever als dass sie nicht erkennen würde Dass dies die Schatten bringen würde Die Epsilon brauchte Und auch ohne Mondgewalt Sie war einfach um Welten überlegen Der Kampf dauerte nicht lange Aber glich trotzdem einem Massaker Epsilon hatte nicht den Hauch einer Chance Sie schien wahrlich in jedem Aspekt Außer Geschwindigkeit überboten So kam es zum 2 gegen 2 Immer noch konnte Polana Vatra mit einem einzigen Sieg gewinnen Kel trat zusammen mit Monagoras an Um diesen Traum wahrzumachen Der Gedanke dahinter war Das Elementara Aurora an der Seite des Arcani erwarten Und Floink in die Schlacht schicken würde Allerdings war dieses Ratespiel Keines welches Polana Vatra gewahren Elementara hatte kein Interesse daran Irgendwelche Chancen zu lassen Und trat mit Darkrai zusammen selber in den Regen Die Typenverteilung war definitiv nachteilig Für Polana Vatra Zwar bestanden keine direkten Schwächen oder Resistenzen Doch sowohl Elementara als auch Darkrai beherrschten Bodenangriffe Während Monagoras kaum mit Kampfangriffen an Darkrai herankommen würde Lediglich Kells Eisenschädel könnte etwas ausrichten Das Duell begann Und wieder zeigte Elementara auf Dass sie trotz der frühen Enge noch lange nicht verloren hatten Sie hatten wieder neue Tricks auf Lager Ein heller Blitz erfüllte den Ring Erzeugt von Team Nordikas Leiterin Direkt als die Schlacht begann Zu nichts diente dieser Als kurz die Sicht zu nehmen Nur lange genug damit Darkrai seine Magie nutzen Und beide sich verteilen konnten So Dass Team Polana Vatra nun zwei visuell nicht unterscheidbare Elementara gegenüberstanden Kellerte jedoch nicht das Bedürfnis Sich mit einem derartigen Herumgetrickse abzufinden Weshalb er sofort einen Feuersturm entfachte Welcher den gesamten Ring erfüllte Gegen Monagoras zudem beinahe nichts ausrichtete Jedoch offensichtlich auch gegen Darkrai und Elementara nicht genug Denn Zwar wurden beide getroffen Doch immer noch wirkte es nicht offensichtlich wer von beiden wer war Da die Illusion bestehen konnte Sofort kreierte Monagoras Felsen auf welchen sich Kell fortbewegte Während ein Erdbeben den Grund erschütterte und erneut nicht genug bewirkte Jedoch kam nun der Zeitpunkt der Gegenwehr Und des größten Fehlers Von Team Nordica Denn eine der beiden Elementara begann Eine Mondgewalt zu laden Sofort stürzte sich Monagoras mit Kraftkoloss auf die andere Elementara Und Kells Eisenschädel drohte sein Ziel zu treffen Es war der größte Fehler Aber nicht für Elementaras Team Denn vor Kells Augen verschwand Darkrai Die falsche Feindin Welcher es offensichtlich irgendwie geschafft hatte Mondgewalt zu erlernen Für genau diese Täuschung Monagoras Angriff traf ebenfalls auf starke Gegenwehr Herbeigeführt durch einen Fokusstoß welcher schlicht mächtiger war als Monagoras Angriff Und der mächtige Kampfangriff brachte den Drachen bereits an den Rande des Risikobereichs Sofort sprang Kel los sich bewusst dass Darkrai dort angreifen würde Ein 2 gegen 1 konnte er nicht gewinnen Und tatsächlich erschien Darkrai nur Sekunden später dort aus dem Schatten Wobei sein eigentliches Ziel direkt auf ihn zu gerannt kam Ein Steinhagel traf Kel frontal Und Elementara war bereit ihn als ersten Kämpfer der Runde aus dem Ring zu befördern Monagoras danach chancenlos folgend Mit selbstsicherem Blick rückte Elementara ihren Sprachtransmitter zurecht Team Nordica gewinnt Runde 2 Es kommt nun die finale Runde Jenes Team welches nun die E-Bahn für sich gewinnen kann beendet das Duell Etwas niedergeschlagen kamen die beiden Verlierer wieder in die Kabine ihres Teams Das Duell nun wieder völlig ausgeglichen Es tut mir leider Aurora Wir konnten den Titel nicht gewinnen Entschlossen stieß die angesprochene ihren Partner sanft an Wir haben noch lange nicht verloren Ihr hättet nicht mit diesem Trick rechnen können Wir gewinnen das noch Seraora, willst du die nächste Runde bestreiten, du hattest noch keinen Einsatz Als hätte er nur gewartet, stand der Kämpfer schnell auf Darauf kommst du zählen, ich hole uns die Führung, keine Sorge Seraoras Gegner um die Führung würde Kanimani werden Gegen welchen Polanavatras Kämpfer zwar einen Vorteil hatte Der jedoch bereits beim letzten Mal gegen Kel bewiesen hatte Dass Elektrizität ihm weniger ausmachte als für ein Wasser Pokémon normal Auch dieses Mal begann er damit einen extremen Regenschauer herbeizuführen Seine Augen wieder am golden glühen Als Seraora jedoch die Waffe seiner Wahl hervorzog Stellte er bereits fest, dass sein Gegner die eigene Resistenz überschätzt hatte Denn der Strom sperr elektrisierte die Umgebung Doch nicht einmal stark wie Kels Stromstoß Sondern dauerhaft Wenn auch schwach Und Seraora bemerkte davon nichts, er war völlig immun Jedoch schien diese Lage Kanimani höchstens in der Geschwindigkeit einzuschränken Seraora genügte dies jedoch Seine größte Stärke war sein Tempo Selbst ein Wesen wie Kanimani würde nun Probleme mit seiner schieren Agilität bekommen Schon bald traf der erste Heap Jedoch schien er nicht zu mächtig Kanimani im Gegensatz zuckte nicht einmal Weshalb er den Angriff sofort konterte Sein Eisheap wirkte deutlich mächtiger als Seraoras Lanze Irgendwas stimmte hier nicht Auch Kanimani musste irgendeinen Trick nutzen Genau wie es Floyd getan hatte Auch wenn er aufgrund der Umgebung seinen Speer weiterhin hielt Wollte sich Seraora an Angriffen eines anderen Typen versuchen Immerhin war es durchaus möglich, dass Kanimani gerade gegen Strom resistent geworden war Da es einfach seine größte Schwäche war Und wahrlich, ein simpler Fußkick richtete mehr aus Aber auch nicht viel Genug damit Kanimani dieses Mal keinen direkten Konterangriff nutzen konnte Jedoch ging er trotzdem in den Angriff über Eine mächtige Hydro-Pumpe schoss über das gesamte Fell Jedoch war die Lanze bereit, immer noch reflektierend und sandte den Angriff direkt zurück zum Absender Und tatsächlich war es gerade ein Wasserangriff, welcher zum ersten Mal wahrlich Schaden anrichtete Und so überlegte Seraora Die goldene Aura Musste das Geheimnis sein Was, wenn die Aura Einfach die Schwächen des Kanimani umkehrte Und deswegen Elektrizität nichts bewirkte Was, wenn nun Wasser und Feuer Die Waffen zum Sieg wären gegen jede Intuition Es gab nur eine Möglichkeit dies herauszufinden Feuerschlag Team Polana Vatra geht auch in Runde 3 erneut in Führung Siegt ihr nächster Kämpfer, so werden sie die Champions Das Risiko hatte sich ausgezahlt Seraora hatte den Sieg errungen Doch wer sollte es nun beenden Aurora hatte bereits alles geplant Und setzte wieder auf Epsilon Es war ein immenses Risiko, falls Elementara wieder selbst eintreten wollte Um den Sieg zu sichern Doch genau deshalb würden sie das Sorak auch nicht erwarten Doch auch wenn Team Nordica nicht zwingend Epsilon erwartete Sie hatten trotzdem den stärksten Kämpfer gegen den Fluchfuchs gewählt Es war nicht Elementara, die den Ausgleich erzielen wollte Stattdessen hatte sie ihren Partner in den Kampf geschickt Darkrai mit seinem deutlichen Typenvorteil Und am schlimmsten Ohne einen Schatten Zwar könnte er, so wie auch mal Shadow Sich nicht in den Schatten fortbewegen Ohne dass Epsilon dies abfangen könnte Doch als lebender Schatten warf er keinen solchen, welchen Epsilon nutzen könnte Doch trotzdem reichte der Sonnenschein, damit sie zumindest ihr Schwert dieses Mal nutzen könnte Lange Zeit hatte Darkrai eine Existenz verbracht In welchem er sich dem Pokémon unterstellte, welches nun seine Gegnerin war Epsilon war deutlich mächtiger als er Damals gewesen Denn in diesem kurzen Schlagabtausch zeigte der Schatten Dass er der Glaskanone Epsilon nicht in Agilität nachstand Dies macht es zu einem Duell in dem Treffer selten waren Da beide Kämpfer unglaublich evasiv waren Das Problem Epsilons Treffer, selbst wenn sie ihr Ziel fanden Blieben nahezu ohne Wirkung Drakrai hingegen Brauchte 3 Hiebe, um das Duell zu beenden Was jedes Pokémon im Stadion mitzählen könnte Da er diese nach Bereits etwas weniger als 2 Minuten erzielt hatte Beide Kämpfer traten wieder hinab in ihre Kabinen So sollte es also sein Ein 2 gegen 2 Ein großes Finale Doch zunächst ertönte Elementaras Stimme aus den Lautsprechern Aurora von Polanavatra Komm bitte auf das Kampffeld Lass uns kurz reden Von der Anfrage überrascht warf Team Polanavatras Gründerin ihrem Freund einen fragenden Blick zu Dieser nickte bloß kurz Das Publikum war verstummt, als die Plottkülerin auf dem ewigen Grün ankam Alleine Elementara stand hier bereits Knapp neben dem Ring Komm zu mir Wieder folgte Aurora der Anweisung So, dass sie nun Auge in Auge Mit Elementara stand Diese sprach zu ihr Wobei jedoch auch das Mikrofon aktiv blieb Wir sind wieder am Breakpoint des Duells Ich wackelst zu behaupten, dass beide Teams heute großes Kino zeigen, nicht? Stumm nickte Aurora bloß Nicht wissend, ob Elementara überhaupt eine Antwort erwartete Und nun entscheidet sich, ob ihr das Zeug habt, die Champions zu werden Aber ich habe nachgedacht Weißt du, ich habe mir schon ein oder zwei Dinge erlaubt, seitdem ich die Liga leite Vorher vielleicht irrsinnig gewirkt hätten Heute Möchte ich das wiederholen Ein entschlossener Blick folgte, als die Stimme Elementaras lauter wurde als noch zuvor Ein 2 gegen 2 ist das Finale jeder Runde Doch hier im Kampf um den Titel Möchte ich dich direkt herausfordern Aurora, du und ich Die Leiterin unserer Teams Rivalen Und doch standen wir uns noch nie wahrlich gegenüber Ohne große Diskussion Sind wir beide die stärksten Kämpferinnen der gesamten Liga Also lass uns entscheiden, wer wahrlich an der Spitze steht Nur du und ich Das Team des Siegers trägt den Titel Bist du einverstanden? Geschäftlich streckte das bunte Pokémon der verwirrten Aurora ihre Pfote hin Im Publikum herrschte Raun Ein 2 gegen 2 war doch die Tradition Kurz musste sich Team Polana Watras Leiterin fangen Doch entschieden hatte sie sich schnell Und schlug ein Gut, dann lass uns das hier beenden Nichts anderes habe ich gehofft Ich erwarte Großes von dir meine Freundin Während die beiden Kämpferinnen sich an die Ränder des Ringes begaben Herrschte Stille in der gesamten Arena Eine Intensität lag in der Luft Eine Spannung Ein Kampf der Giganten stand bevor Die obersten Vertreter ihrer jeweiligen Teams Weshalb genau Elementara dieses Duell so dringend wollte Das wusste Aurora nicht Doch sie wusste, dass sie ihr Bestes geben würde Um zu gewinnen Das große Finale beginnt Jetzt Der größten Kriegerin Plotkriegerin gegen Championess Doch Aurora wollte Dass nach diesem Duell Beide dieser Titel Ihre waren Und auch wusste, dass Venona Dass Elementara für ihre Tricks bereit wäre Haken und Aurora Schleier Waren für sie sehr wichtig Doch gierig zu versuchen, diese so schnell wie möglich zu nutzen Es würde ihr nur schaden Stattdessen erschuf sie sofort unter sich eine Eissäule Damit sie entweder einer direkten Attacke entgehen Oder falls Elementara doch nicht sofort Angriff Noch Hagelschauer nutzen konnte Das weiteres war, was geschah Da ihre Gegnerin mit einem direkten defensiven Manöver gerechnet hatte Dementsprechend war sie sicher genug gewesen Direkt ihre eigene Angriffskraft in die Höhe schnellen zu lassen Schnell wollte Aurora als Kompensation So ihre Magie nutzen Doch nachdem sie einen Hagelschauer beschworen hatte Musste sie bereits einem Flammenwurf ausweichen Schnell genug war Elementara bereit zu reagieren Aurora hatte seit der Gründung ihres Teams Viel Überringkämpfe gelernt Ein grober Fehler Im allerersten Duell gegen Team Slash Den Kay gemacht hatte Welcher ihnen sogar einen Punkt brachte War eine aggressive Option in der Defensive Entging man einem Angriff Und der Gegner war außer Reichweite So war immer die Defensive die Option, die man wählen sollte Und als größte Kriegerin wusste Elementara dies natürlich auch Ein Grund mehr für Aurora diesen Fakt schlicht zu ignorieren Sofort nach ihrem Angriff begann Elementara zu leuchten Offensichtlich im Versuch etwas aufzuladen Da Aurora jedoch dem Instinkt widersprach Und direkt nach dem Ausweichen Angriff Konnte so Hyperstrahl als mächtiger Angriff ihr erster Treffer werden Und der Rückstoß welchen der Treffer Elementara zufügte war genug Damit dieser Aurora nicht für den Angriff strafen konnte Auch wenn er den Angreifer recht verletzlich zurücklässt Was Aurora jedoch nicht erwartete Dass Felsen nun ihre feinen umgaben um sie so zu schützen Aurora fehlte die passende Waffe dagegen Doch als durch den Fels Hitze strömte Flammen welchen Aurora nur knapp entging Viele einen wie sie und Kelly ihr erstes Duell in der Liga gewinnen konnten Damals hatten sie einen Teamkampf gemacht Eisstrahl und Feuerwirbel Was Kleinsteinen durch das entstehende Wasser bezwang Wenn sie also hier auch Als also zum nächsten Mal Flammen aus dem Fels strömten Schoss die Teamleiterin Polana Batras sofort einen Eisstrahl mitten hinein Und wie erhofft schmolz das Eis sofort Und eine Hydro Pumpe zerbarst die Felsen Elementara wirkte recht überrascht und reagierte nicht schnell genug Bevor ein Bodyslam sie in die Nähe des Risikobereichs schickte Schnell wollte Aurora dorthin rennen Doch als sie am zerstörten Felsen war Schossen ihr erneut Erinnerungen durch den Kopf Die Prüfung Sie und Machado Hatten Amagaga und Monagoras im Duell bezwungen Damals hatte Aurora ein Trick angewendet Auf welchen Monagoras nicht vorbereitet war Welchen Elementara später genutzt hatte Um Kel im letzten Champion Duell der beiden Teams zu schlagen Schnell sprang sie also zur Seite Gerade rechtzeitig um der Eisäule zu entgehen Die aus dem Boden hervorschoss Dort wo Elementara sich versteckt hatte Allerdings reichte dieser Moment des Ausweichens Damit Elementara sich wieder in die Mitte des Kampffeldes bewegen konnte Und einen neuen Trick versuchte Ein Klebenetz umgab Aurora Welches sie nahezu unbeweglich zurück ließ Erneut schien Elementara etwas aufzuladen War das Kernschmelze? Aurora erkannte die tödliche Attacke sofort Aber wie könnte sie reagieren? Sie konnte nicht nahe kommen Und eine Eiswand vor Elementara blockte Angriffe Doch war dies nicht eine Situation ähnlich jener Welche Kel im Kampf um den Sieg des Oberliga-Turniers gegen Voltula erfahren hatte Durch seine Flammen hatte er das Netz verbrannt Und einen Überraschungsangriff gestartet Mit einem Eiswind versuchte Aurora nun das Hindernis zu schockfrosten Und zerbröseln zu lassen Mit Erfolg Splitter fielen zu Boden Und die Plotkirchen sprang sofort über die Wand hinweg Und traf einen mächtigen Krallentieb Elementara wurde weit geschleudert Und blickte erschöpft und Beinah verzweifelt auf Woher nimmst du diese Stärke? Aber egal Sie wird nicht genügen Ohne Vorwarnung sprang das Regenbogen-Pokémon los Noch schneller als je zuvor Ein Eisenschädel Traf Aurora direkt und mächtig Noch bevor sie sich erholen konnte Traf Flammenwurf Sofort erschuf das Volona eine Säule als Schutz Welche ihr Schutz gegen die Terraformung am Boden bot Ein Lichtschild ihrerseits blockte einen weiteren Flammenwurf ab Sie hatte den Kampf völlig unter Kontrolle gehabt Wie war sie auf einmal im Nachteil? Der Mond begann hinter Elementaras Rücken zu strahlen In ihrem Licht wirkte die Kriegerin noch mächtiger Ihr Schatten erstreckte sich weit Ihr fehlt es letztlich doch noch an Erfahrung Um im Ring eine Chance gegen mich zu haben Die Lage war kritisch Elementara hatte Recht Was genau Hatte Aurora? Doch dies war es Dies war der Moment In dem sie etwas in sich spürte Als würde ein kleines Licht in ihrer Seele entflammen Eine angenehme Flamme Deren Wärme ihren Körper durchfuhr Ich mag nicht so stark sein wie du Nicht so schnell, nicht zu erfahren Aber von Anfang der Reise an bis zum Ende Hatte ich meinen Glauben Hat mich stark gemacht, mir Kraft gegeben Der Plot an meiner Seite ist das, was mir den Sieg bescheren kann Die Kraft der Reinheit, Glaube und Wissen Der Wegweiser jedes Pokémon Verhöhnend reagierte Elementara Dein Glauben mag stark sein, doch in einem Kampf wie diesen In dieser Liga, was denkst du wird die Ihre Antwort wurde unterbrochen Als ein mächtiger Stahlstrahl mit voller Kraft sein Ziel traf Stahl Elementaras Schwäche Keller hat es dem Team schon vor einer Weile erzählt Und praktischerweise war Aurora Eines der einzigen beiden Villnona mit diesem Angriff Vorsichtig blickte sie von ihrer Säule herab Das Publikum, das im Verlauf der Schlacht Immer lauter geworden war War verstummt Mein Glaube mag nicht aktiv hilfreich sein In einem Ringkampf Aber der Fakt, dass viele Pokémon gerne Monologe halten Wenn sie glauben Recht zu haben Das habe ich vom Duell gegen Epsilon und die Königsliga gelernt Langsam und etwas träge stand Elementara auf Und sah sich um Ein Lächeln auf dem Gesicht Und damals brachte es dir die Königsliga Und heute den Champions Titel Wenige Meter vor Elementara befand sich der äußere Ring des Kampffeldes Aurora Hatte gewonnen Die Hindernisse im Kampffring Lösten sich alle auf einen Schlag auf Und die Siegerin bemerkte, wie die Team Spider-Kämpferin Ebenfalls nach und nach auf dem Kampffeld erschien Elementara nahm einen tiefen Atemzug nach diesem großen Duell Und blickte sich in den Reihen der Arena um Aurora, Kel, Monagoras Seraora, Epsilon, Machado Kommt alle her Und ihr auch Darkrai, Latias, Latios, Floin Canimani Direkt vor dem Ring Versammelten sich also die Kämpfer beider Teams Elementara trat sofort neben ihre Rivalen Die jeweiligen Teams hinter den beiden versammelt Dieses Mal griff Elementara wieder zu ihrem Transmitter Crowning Ihr alle wurdet heute Zeugen eines Duells, welches seinesgleichen sucht Und nach vielen Saisons Wurde ihr auch Zeugen eines großen Wechsels Heißt mit mir zusammen Die neuen Champions der Liga willkommen Team Polana Watra Nun endlich schien der Schock zu schwinden Welcher das Publikum bisher in Stille gehüllt hatte Die Massen wurden laut wie selten Um das neue Spitzenteam zu beglückwünschen Und Aurora stand bloß da Sprachlos Ihre Reise hatte sie gelehrt, was ihre wahren Ziele sein sollten Welche ihrer Träume sie wirklich glücklich machen könnten Seitdem war ihr der Champion Titel nicht mehr wirklich wichtig gewesen Doch nun hier zu stehen und zu wissen Sie hatte es geschafft War ein seltsames Gefühl Auch ihr Freund bemerkte Auroras Sprachlosigkeit Und trat zu ihr Fröhlich in die Massen blickend Genieße den Moment Es ist unser Applaus Dein Applaus Eine Weile verging Das Stadion leerte sich immer mehr Der Jubel war verklungen Und nur wenige Pokémon verblieben Unter ihnen die beteiligten Teens Nun, wo wieder mehr Ruhe eingekehrt war Warnte sich Elementare ein weiteres Mal an Aurora und ihr Team Jetzt noch einmal von mir persönlich Ein herzlich Glückwunsch zu eurem Titel Ihr habt ihn euch mehr als nur verdient Und Aurora Danke für diesen tollen Kampf Ein schöneres Ende hätte ich mir für meine Karriere nicht vorstellen können Durch diese letzten Worte schreckte die angesprochene sofort auf Das Ende deiner Karriere? Was meinst du, du hörst auf? Etwas wehmütig blickte die Liga-Leiterin zu ihrem Team Nun, mein Team wusste natürlich schon Bescheid, aber Ich mag noch recht jung sein, aber meine Zeit als Kämpferin ist zu Ende Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht? Vielleicht werden manche eine Niederlage nicht so sehen, aber Nach vielen Monaten die Fackel der Champions an ein neues Team weiterzugeben Ein Team, das man aufsteigen sehen hat Lernen, wachsen, großes erreichen Es ist etwas Gutes Und ich möchte meinen Fokus wirklich darauf legen können, die Liga zu leiten und Nicht mehr zu kämpfen Auch Darkrai mischte sich nun in das Gespräch ein Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen Team Rodica wird sich den Titel trotzdem bald zurückholen Der Rest des Teams bleibt weiter bestehen Und ich übernehme die Leitung Also macht euch bereit Nächste Saison sehen wir uns wieder hier Etwas unschlüssig blickte sich Aurora in ihrem Team um Die auch alle recht überrascht wirkten Doch die Entschlossenheit siegte Dann strengt euch an Und wenn wir uns wieder sehen, dann seid bereit Erhoppt von euch selber die Sturmflut zu sein Unsere Flamme ist heiß genug, um ganze Meere auszutrocknen Neue Champions wurden an diesem Tag geboren Eine Legende wurde erschaffen Als die größte Kämpferin die Liga verließ Und eine Rivalität sollte beginnen Die in die Geschichte aller Ligen eingehen sollte Für unsere Geschichte Mag dies das Ende sein Doch für das Leben unserer Helden War dies gerade erst der Anfang Und sie wussten Egal was das Leben ihnen noch bringen würde Als Team Wären sie bereit für alles Als Polana Watra Konnte ihnen nichts Im Weg stehen Egal was die Zukunft bringen würde Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020